SENSITIVA UNIVERSE Herzlich Willkommen zu SENSITIVA UNIVERSE Hallo und schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo meine süßen Schatzis. Ich habe ja eine Abstimmung auf dem Community Board eingestellt und im Bereich Allgemeine Orakel und im Bereich Liebesorakel. Und bei den Liebesorakeln haben die Singles gewonnen. Beziehungsweise, das hängt halt immer davon ab, wie viele abstimmen. Wenn der Rest nicht mit abstimmt, dann muss der Rest damit leben, was die, die abgestimmt haben, haben wollen. C'est la vie. Und gewonnen hat, oder beziehungsweise das Rennen hat das Single Mingle Orakel. Also, ihr wolltet wissen, wer ist der nächste Single, den ihr kennenlernen werdet. Wer ist es? Womit habt ihr es da zu tun? Was wird daraus werden? Und, und, und. Ich werde mit ganz vielen Kartendecks arbeiten. Die werde ich jetzt hier spontan, ich habe hier so einen Wagen und da liegen die alle drin, alle drauf. Und das mache ich jetzt ganz spontan. Ganz spontan. Weil ich mit ganz vielen Kartendecks arbeiten werde, werde ich den Schnelldurchlauf wieder einfügen und ein wenig Musik unterlegen. Mal gucken, ob ich irgendwas Heiteres finde oder etwas Entspannendes finde. Ich lasse mich da mal inspirieren. Gibt es irgendwas zu sagen? Ja. Und zwar, ich habe wieder Buchungen und da ist jemand dabei. Mein Schatz, ich hoffe, dass du das Intro dir mit ansiehst. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich dich erreichen soll. Du hast gebucht, dein Vorname beginnt mit A wie Anton und dein Nachname beginnt mit P wie Paula. Und du hast gebucht und du hast mir mit einer Google Mail Gmail geschrieben. Das Problem mit Google Mail Gmail besteht leider noch immer. Das werde ich erst Anfang nächsten Jahres beheben lassen können. Und das hat mit Geld zu tun. Die sich jetzt fragt, warum lässt du das jetzt nicht machen? Weil wenn ich jetzt extra für diese Problematik jemanden engagiere, es mich viel mehr kostet, als wenn ich in nächstes Jahr, wo ich ja sowieso meine Website erneuern lassen möchte, das mit in einem Aufwisch mit gucken lasse und einen Pauschalbetrag dafür vereinbare mit einem Experten, einer Expertin. Und genau, an dieser Stelle, wer mich unterstützen möchte, ja, ihr habt euch einige schreiben, macht doch mal endlich das Romantik- und Erotik-Orakel oder das Mundus-Orakuli. Das ist leider nicht mehr möglich auf YouTube. Da gibt es neue Richtlinien und die Karten, die ich dafür verwende oder verwenden möchte, die sind halt eben, ihr wisst, wie sie sind, okay? Und das ist auf YouTube nicht mehr erlaubt. Also es dürfen auf YouTube, dürfen keine, keine Stellungen gezeigt werden, nichts, was Sexuelles ist, nichts, was obszön ist, nichts, was Nackedei ist und auch nicht darüber reden, wer wie was tut oder verwöhnt oder nicht verwöhnt. Ich weiß, ihr mochtet das sehr, ihr kleinen Schlawine. Ich würde es für mein Leben gerne tun, aber es geht nicht. Ich kann es weder auf Sensitiva Universe, noch kann ich das auf Sensitivas World machen. Es ist einfach nicht mehr möglich. Das ist etwas, das würde ich gerne dann auf meiner Webseite anbieten, aber das ist mit Geld verbunden. Also das heißt, das kostet ordentlich Geld, das da irgendwie so zu arrangieren, dass ihr das dann mal auf meiner Webseite sehen könnt. Also diese Dinge, Mundus Oraculi, als auch das Romantik und Erotik Orakel. Das würde ich dann auf meiner Webseite anbieten, gegen einen mini, 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 mini Aufpreis. Also weiß ich nicht, 99 Cent oder so. Und ja, aber alles das machen zu lassen, etc. pp., das kostet halt eben Geld. Und da muss ich gucken, ob ich das Budget dafür habe. Dann kann ich das für euch tun, okay? Also wie gesagt, gegen den mini Aufpreis, es geht nicht anders, ne, auf der Webseite. Da kann ich das dann zur Verfügung stellen. Oder vielleicht mache ich das per freiwilliger Spende. Ich muss mal gucken. Aber ich muss überhaupt erst sehen, ob ich das tun kann, weil das eben von Budget abhängt. Und wer mich da unterstützen möchte, damit ich das nächstes Jahr auf meiner Webseite anbieten kann, an dieser Stelle, da spreche ich jetzt hier nochmal die Kanalmitgliedschaft an, und fühle dich nicht gezwungen. Für alle, die sagen, ich kann nicht sensitiver oder ich will nicht. Alles gut, mein Schatz. Gib mir nur wenigstens die Chance und die Gelegenheit, es trotzdem sagen zu dürfen, ohne dass du genervt bist. Du kannst ja vorspulen. Für all jene, die das zum Beispiel gerne tun möchten. Denn ich habe schon auch Leute, die sagen, wie kann ich dich unterstützen und Energieausgleich etc. Deshalb gewährt es mir, wenigstens das sagen zu dürfen, für alle, die es wollen. Und die, die es nicht wollen oder nicht können, it's okay. It's okay. Einfach vorspulen, mein Schatz, okay? Also ein paar Leute sind schon Mitglied geworden. Ich habe hier auf Sensitiva Universe ein paar Mitgliedchen. Und auf Sensitivas World. Ihr seht es ja, ich blende das gerade hier ein. Und wer möchte, es gibt die unterschiedlichen Kategorien. Du kannst mich mit 99 Cent im Monat unterstützen. Und die unterschiedlichen Kategorien, die habe ich dann eben, da habe ich mir süße Namen ausgedacht. Und du kannst dann für dich entscheiden, mit wie viel du diesen Kanal oder mich unterstützen möchtest. Dieses Geld ist nicht dafür da, damit ich mir hier eine Luxusjacht kaufe. Sondern dieses Geld reinvestiere ich. Denn neues Equipment habe ich auch wieder kaufen müssen. Und Software muss immer wieder erneuert werden. Das kostet auch Geld, diese Updates. Die Webseite möchte ich neu gestalten. Ich möchte dort eben diese Orakel euch vorstellen. Ich würde gerne auch einen Dienst anbieten, der dann für euch aber kostenlos wäre. Nur auch das muss dann programmiert werden. Das kostet wieder Geld. Also das würde revistiert werden. Und ich habe auch ganz viele neue Kartendecks gekauft. Also das Geld, mit dem ihr mich unterstützt, ob jetzt per Spende oder hier per Kanalmitgliedschaft, fließt immer wieder in Sensitiver Universe. Oder Sensitiver World ist ja im Grunde dasselbe. Fließt da ein. Und genau, also das sind eben die Leutchen, die da schon mitmachen und mich unterstützen. Und wenn du willst, dann freue ich mich von ganzem Herzen, wenn du da mitmachen möchtest. Dann habe ich die Möglichkeit, wieder neue Dinge anzubieten, schönere Dinge anzubieten, euch Dienste anzubieten. Ich habe so viele Ideen, was ich euch gerne zur Verfügung stellen möchte. Aber um das alles tun zu können, muss man eben Geld in die Hand nehmen. So ist das nun mal. Okay, wunderbar, mein Schatz. Und für alle, die es bereits tun, vielen Dank von ganzem Herzen. Auf dem Community Board, die die Mitglieder geworden sind, die wissen das ja schon mittlerweile, alle drei Monate werde ich als Dankeschön ein Wunschorakel dann für euch erstellen. Und das wird dann auf dem Community Board für die Mitglieder, das ist für Außenstehende nicht sichtbar, dann nur für die Mitglieder, alle drei Monate ein Wunschorakel erstellen. Und das nächste oder das erste Wunschorakel wird dann im September stattfinden. Und im Community Board oder auf dem Community Board könnt ihr bereits auch auswählen, was ihr gerne hättet. Okay, in dem Augenblick, wo du Mitglied wirst, siehst du im Community Board die Abstimmung und dort kannst du dann bereits schon anklicken, was du gerne im September haben möchtest. Das, was eben am meisten gewünscht wird, das wird dann erstellt. Und dasselbe passiert dann auch auf Sensitivas World. Und im Grunde ist es egal. Du kannst mich hier auf Sensitiva Universe oder auf Sensitivas World unterstützen. Das ist sowohl als auch beides gleich. Und für alle, die sich fragen, bekommt YouTube was davon? Jawohl. Also YouTube bekommt einen ordentlichen Löwenanteil. Also das heißt, wenn du mich mit 99 Cent unterstützt, bekommt YouTube einen großen Löwenanteil von diesen 99 Cent. Also die 99 Cent fließen nicht zu 100% zu mir, sondern einen großen Anteil bekommt YouTube, weil die natürlich auch, die machen die Technik, die machen die Abwicklung, die haben ja auch Mitarbeiter. Die stellen ja alles das zur Verfügung. Ich nutze ja deren Dienst, damit ich das euch anbieten kann. Und von irgendwas müssen die ja auch leben. Deshalb knüpfen die dann praktisch etwas davon ab. Okay. Das ist auch bei Superchats so, bei Superthanks so. Also das heißt, wenn du Superthanks vergibst oder Superchats oder Kanalmitgliedschaft, da bekommt YouTube jedes Mal, bei jeder Transaktion bekommt YouTube einen Löwenanteil davon. Okay. Nur, dass ihr bescheut wirst. Das fließt nicht zu 100% zu mir. Und das ist auch so mit PayPal. Also wenn ihr mir auf PayPal eine Spende zuschickt, dann bekommt PayPal einen Teil davon. Also so ist es halt. Alle müssen von irgendwas leben, wie du siehst. Von nichts kommt nichts. Und von Luft und Liebe kann niemand leben. Okay. So, das ist jetzt das ganze Technische, Praktische, Uninteressante und Spirituelle, aber halt eben 3D. Und wir leben halt in einer 3D-Welt. Und diese Dinge sind da, ob wir sie wollen oder nicht, mein Schatz. Okay. Wunderbar. Und ja, da komme ich nochmal, jetzt habe ich einen Riesenbogen gemacht, nochmal zurück zu Frau AP. Hey, mein Schatz. Vorname A, Nachname P. Du hast gebucht und du hast mir mit Google Mail geschrieben. Und mit Google Mail besteht halt eben immer noch das Problem, dass ich entweder die E-Mails nicht bekomme oder wenn ich sie bekomme und ich dir antworte, dann bekommst du sie nicht. Und so kann ich dir eben keine Termine schicken. Deshalb bitte ich dich, ob du mir mit einer anderen E-Mail-Adresse, die nicht Google Mail oder Gmail lautet, als Domain, schreiben kannst, damit ich dir Termine zusenden kann. Okay. Wunderbar, mein Schatz. So, jetzt glaube ich, jetzt ist wirklich alles gesagt, Mhm. Auf Sensitivas World, wer das nicht mitbekommen hat, lass mich mal kurz hier von meinem Eistee-Apfelsaft-Gemisch in meinem Sommerglas-Getränk hier im Riesen-Pott-Prost-Trinken. Mhm. Schön kalt. Und fruchtig. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, wenn du Sternzeichen-Orakel liebst, auf Sensitivas World habe ich die Astro Stellaris im Prompto gepostet. Und zwar werden sie für alle zwölf Sternzeichen gepostet. Bislang habe ich von, also habe ich Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage gepostet. Es fehlen noch Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Die kommen dann in den nächsten Tagen, okay? Weil heute drehe ich ja zwei große Orakel, also heute und morgen, und dann kann ich den Rest nicht drehen. Also, das kommt dann auch noch. Also von Skorpion bis Fische, die fehlen noch. Das mache ich jetzt in den nächsten Tagen. Das kommt noch. Aber du kannst dir von Widder bis zu den Wagen, Sternzeichen, Aszendent, Mond, Mars, Venus, Lilith, Chiron, etc. pp. kannst du dir schon ansehen auf Sensitivas World. Ich blende es ja hier die ganze Zeit auch schon ein, okay? Und dort kannst du es dir ansehen, falls es dich interessiert, entweder für dich oder für dir nahestehende Personen. Okay? Wunderbar, mein Schatz. So, jetzt glaube ich, ist wirklich alles gesagt. Ich werde jetzt gleich nur noch die Standardklavietur, ich werde gleich den Blickwinkel ändern. The Winkle, Blickwinkel und mit dem Blickwinkel könnt ihr dann die Karten sehen. Ich mache den Schnelldurchlauf, weil ich sehr viele Kartendecks benutze, damit ihr nicht zu lange wartet, mein Schatz. Okay? Und du kannst schon mal sinieren, wo, in welchem Stapel eins, zwei oder drei ist dein Single, dein Potenzieller enthalten. Ich sage immer, wählt einen Stapel, aber guckt euch alle drei an, denn manchmal liegen wir hier und da schon auch daneben. Vielleicht wählst du die zwei, aber der Single, der dir demnächst begegnet, ist den Stapel 1. Also sage ich, wähle für dich einen Stapel, aber gegebenenfalls solltest du dir alle drei anschauen. Musst du ja nicht heute alle anschauen, kannst du ja heute und dann in den nächsten Tagen die anderen beiden Stapel irgendwann ansehen. Okay? Wunderbar, mein Engel. So, jetzt ist wirklich alles gesagt. Nochmal danke an alle für die Kanalmitgliedschaft, für die, die mitmachen. Danke für deine Spende. Dadurch habe ich wahnsinnig viele neue Kartendecks. Ihr werdet sehen, im Prompto, Astro Stellaris, im Prompto, da arbeite ich mit ganz, ganz vielen neuen Kartendecks. Die werde ich hier, kommt, der Frog ist wieder da, werde ich hier dann auch verwenden. Denkt daran, Merkur ist in der Schattenperiode und wird den kompletten August rückläufig sein und die Schattenperiode endet dann plus minus Mitte September wieder. Okay? Also, irgendwelche Echsen könnten jetzt auch auftauchen, das kann ich nicht verhindern. Manchmal, wir gucken hier in Singles, ich kann nicht vermeiden, dass jemand aus der Vergangenheit wieder zurückkehrt. Zum Beispiel, wenn die Sechste Kirche auftaucht oder das Gericht, dann ist es entweder eine neue Person, die aus einem früheren Leben stammt, denn der rückläufige Merkur als auch die rückläufige Venus, nächstes Jahr wird Venus rückläufig sein, bringen auch Seelen aus einem früheren Leben zurück. Menschen, die du zwar hier und jetzt in diesem Leben nicht kennst, aber eure Seelen kennen sich aus einem früheren Leben und ihr habt so ein Unfinished Business, so sagt man es im Englischen, wenn man noch so unerledigte Aufgaben hat, unerledigte Themen und es besteht ein Seelenvertrag und dann begegnet ihr euch in diesem Leben wieder und der Grund ist, dass ihr es entweder in diesem Leben endlich schafft, zusammenzukommen oder es geht darum, das zu lösen, wo ihr im letzten Leben nicht fertig werden konntet, weil jemand dazwischen kam, weil euch jemand auseinandergebracht hat oder einer von euch ist leider viel zu früh gegangen, also es gibt viele Möglichkeiten, warum ihr in einem früheren Leben diese Liebe nicht hattet ausleben können, zu Ende bringen können, was auch immer, okay, also es sind Themen und Aufgaben offen geblieben, also entweder könnte hier eine völlig neue Person passieren, diese Person könnte aus einem früheren Leben stammen, oder es ist vielleicht sogar wieder ein Ex, der oder die wieder auftaucht, okay, ich gucke einfach, was die Karten sagen, dementsprechend werde ich dann deuten, mein Schatz, in Ordnung, wunderbar, statt der Klavetur bei Sensitiva Universe, völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, trans, 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 intersexuell, wie du sonst wie sexuell bist, völlig egal, aus welchem Land du stammst, wo du herkommst, und was du glaubst, und was du nicht glaubst, ob du an Gott glaubst oder nicht, ich glaube sehr an Gott, wenn du nicht an Gott glaubst, ist alles gut, mein Schatz, wichtig ist, dass wir uns annehmen, in dem, was wir glauben, und in dem, was wir nicht glauben, und dass wir uns gegenseitig das Recht lassen, das glauben zu können, was wir glauben wollen, ohne dass wir uns gegenseitig irgendwie in die Quere kommen, Toleranz, Toleranz, Menschlichkeit, das ist ganz wichtig, jetzt, wo wir uns eigentlich im Wassermann-Zeitalter befinden, es geht um Toleranz, Akzeptanz, andere so sein zu lassen, wie sie sein wollen, und was sie glauben wollen, aber auch man selber, live and let live, lebe und lasse leben, so lautet die Devise im Wassermann-Zeitalter, wo wir eigentlich auch hoffentlich bald hinsteuern, ja, wir sind ja am Anfang, bis es so weit ist, dass wir so weit sind, alle zu tolerieren, so wie sie sind, das dauert noch, unsere Gesellschaft ist gespalten ohne Ende, aber es kommt der Tag, der Tage, der kommt, okay, ob wir den miterleben werden, das ist noch offen, offen, alles offen, wir können es nur hoffen, dass es schnellstmöglich passiert, an dieser Stelle wünsche ich dir einen wunderschönen Singel, ich wünsche dir die Liebe deines Lebens, denke auch daran, dass niemand perfekt ist, ich gehe auch auf die Marotten ein, okay, jeder hat Marotten, was sind Marotten, naja, hier und da, irgendwelche Makel, okay, jeder hat Fehlerchen, nobody's perfect, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, warum sollten es die anderen sein, okay, jeder hat Marotten und es geht darum, zu überlegen, kann ich mit diesen Marotten leben oder nicht, aber man sollte immer auch an die eigenen Marotten denken, ja, denn, manchmal halten wir uns für viel perfekter, als wir es eigentlich sind, okay, wollte ich nur mal dran erinnern, ich mache das auch, ich erinnere mich auch immer wieder daran, wenn sie die war, du bist auch nicht perfekt, okay, mein Schatz, ich wünsche euch, wie gesagt, die Liebe eures Lebens, den wunderschönsten, wunderbarsten Single, innen wie außen und selbstverständlich, wünsche ich euch, eine wunderbare Unterhaltung, bis gleich, mit anderem Blickwinkel, bis gleich, mein Schatz, ciao, so, mein Schatz, there we are, mit anderem Blickwinkel und ich mache jetzt, dreimal, palim, palim, du entspannst dich, du denkst jetzt an deinen Wunsch, Single, auch wenn du diese Person noch nicht kennst, versuch diese Person zu manifestieren und derweil mache ich dreimal palim, palim und anschließend, ups, Entschuldige, werde ich den Schnelldurchlauf einfügen, Musik unterlegen und dann bin ich wieder, wenn ich alles gelegt habe, wieder mit normalem Tempo zurück. Gehen mit Schatz und los geht's. Bis gleich, mit anderem Tempo. Bis gleich. Bis gleich. So, mein Schatz, und da sind wir wieder mit normalem Tempo. Wenn du mehr Zeit brauchst zum Sinnieren, zum Nachdenken, dann kannst du jetzt an dieser Stelle das Video anhalten. Ihr seht, ich habe ganz viele Karten Decks, das ist hier schon ein Megastapel. Die mache ich jetzt mal zur Seite. Drei und Nummer Zwei und wir beginnen mit dem ersten Top hoch und ich werde das mal hier. Yes, 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 yes. Wunderbar. So, mein Schatz, would you have a do the do the do the do the do the welchen wunderbaren Single hast du da, mein Schatz, Wer wird dich abgöttisch lieben? Wen wirst du abgöttisch lieben? Und die erste Karte lautet, wow, the tower. Diese Person wird dich umknocken. Oder du wirst ihn sie umknocken. Eure Begegnung wird pom-pom-pom-pum-peng-ping-pom-pau sein. Wirklich. So unerwartet wie nur irgendwas. Das könnte jetzt sein, dass wirklich die Liebe euch trifft wie ein Blitz. So, mir nichts, dir nichts, 500 gefühlte Jahre Single und dann peng, wirklich. Also, entweder triffst du ihn, sie wie einen Schlag. Er oder sie sieht dich. Kennst du das? Siehst irgendjemanden, das ist mir passiert. Das ist mir vor vier Jahren passiert. Vor vier Jahren. Oder über vier Jahren ist das ja. Ich habe jemanden gesehen und ping-peng-pom-pum-pau. Es traf mich wie der Blitz. Okay? Und ja, das müssen wir natürlich jetzt sehen, ob es auf Gegenseitigkeit beruht. Aber wie gesagt, entweder wirst du, also du siehst jemanden und es trifft dich wie der Blitz. Oder du ihn, du sie oder ihr beide. Mit ganz viel Glück wird es euch beide umnocken. Hier haben wir jetzt Pluto und Uranus-Energie. Okay? Skorpion, Wassermann. Lass uns weiterschauen. Wir brauchen ja das gesamte Bild. Dann haben wir da. Push-Pull. Oh, wow, 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 wow. Power-Struggles. Imbalanced-Stubborn. Das wird hier ein, das wird, fang mich doch, du Eierloch, fang mich doch, du Eierloch. Das wird ein ewiges hin und her. Push and pull, push and pull. Geh weg, komm her, geh weg, komm her, geh weg, komm her. Das könnte etwas Karmisches sein, kann ich nicht ausschließen, wenn jetzt alle, oh, oh, oh. Wart es doch ab, mein Schatz. Just wait a minute, wait a minute. Warte doch eine Minute, warte mal. Es kann nämlich sein, manchmal gehört es zum Liebesspiel. Kennst du das noch? Was sich liebt, das neckt sich. Nee, nicht das leckt sich, das neckt sich. Das andere kommt auch, aber das kommt später. Bei manchen kommt es auch gleich, aber... Wie war das mit den Richtlinien auf YouTube? Also, mein Schatz, ein ewiges hin und her, hin und her, hin und her. Also, bei einigen kann es sein, weil ich habe hier Power-Struggles, Imbalanced, Stubborn. Entweder fällt es dir schwer, zu dir selbst einzugestehen oder ihm oder ihr einzugestehen, dass es dich getroffen hat wie ein Blitz. Gerade wenn du schon so lange alleine bist, dann fällt es dir schwer, jemandem zu zeigen, dass du dich verknallt hast, dass du dich einfach verliebt hast. Das fällt schwer, das müssen wir uns alle eingestehen. Also, da müssen wir auch ganz ehrlich zu uns sein. Es ist ja niemand da. Ich kann nicht sehen, wer du bist. Dieser Single kann nicht sehen, wer du bist. Versuch wenigstens ehrlich zu dir selber zu sein. Also, es kann durchaus sein, dass es euch beiden schwerfällt, anfänglich zuzugeben, weil ich hier Sturheit habe und Machtkämpfe, hin und her, hin und her zuzugeben, dass ihr euch ineinander verknallt habt. Okay? Und das ist nicht selten, ja. Bei vielen, die haben erstmal so Machtkämpfe. Wie in der Schule. Wie in der Schule früher. Ja, immer die Jungs, die in Mädchen verknallt waren, die haben dann immer genau die Mädchen, die sie am meisten geärgert haben, in die waren sie dann verknallt. So etwas kann das sein. Dass ihr euch erstmal anfänglich ignoriert, sodass dem anderen das Gefühl gebt, du bist mir egal, du interessierst mich eigentlich nicht. Ein hin und her. Aber wie gesagt, lass uns doch mal gucken, was der Rest der Karten noch sagt, okay? Weil hier kann es dann zum Ping-Peng-Pang-Pu-Pau kommen. Und das kann dann ewig hin und her, hin und her, hin und her. Und dann passiert etwas. Deshalb habe ich hier diesen Tower-Moment, der Turm. Das, nur als Beispiel. Ihr arbeitet, vielleicht ist es ein neuer Kollege, neue Kollegin. Ich werde gleich sehen, ob ich sehen kann, wo ihr euch und wie ihr euch kennenlernt, okay? Aber wenn ihr dann zum Beispiel das öftere Miteinander zu tun habt, dann tut ihr, wie ich ja sagte, vielleicht eine Weile so, als ob ihr euch egal seid. Und dann gibt es irgendwo eine Feier oder ihr trefft euch zufällig irgendwo in der Stadt. Und dann kommt ihr ins Gespräch oder ihr seid auf irgendeiner Feier. Und wie das dann manchmal so ist, dann trifft es euch. Aber irgendwas passiert und dann fallt ihr übereinander her. So kann es euch passieren, okay? Lass mich doch mal sehen. Divine Timing. Oh mein Gott. Sie ist alles eine Frage der Zeit. Göttliches Timing. Trust in Divine Timing. Love arrives when it's meant to. Also vertraue in das göttliche Timing. Die Liebe wird kommen, wenn sie dann soweit ist, wenn es dann, ja, wenn es Zeit ist, ja? Also du siehst, Zeit ist auch ein Faktor. Ihr werdet euch eine ganze Weile, vielleicht ist das Timing gerade doof. Vielleicht begegnet ihr euch in einer Zeit, wo es einfach gerade nicht geht. Oder was immer hier im Weg steht. Ich habe ja noch hier einen riesen Stapel, den müssen wir jetzt erstmal hier alle aufdecken. Um herauszufinden, was, wie, wo, etc. pp. Haha. Uh, bad habits. Schlechte Angewohnheiten. Addictions. Toxicity. Ich habe euch am Anfang gesagt. Nobody's perfect, ja? Hier gibt es ein paar Marotten. Es ist gut möglich, was ich hier auch reinbekomme. Das muss jetzt nicht unbedingt mit schlechten Angewohnheiten zu tun haben. Dein Single. Du könntest jemanden kennenlernen, der vielleicht regelmäßig Medikamente braucht. Vielleicht hat diese Person Diabetes oder vielleicht irgendwas muss man regelmäßig einnehmen. Okay? Vielleicht hast du das auch. Vielleicht bist du auch auf Medikamente angewiesen und ihr könntet euch im Wartesaal einer Arztpraxis kennenlernen. Und da macht es ping-peng-pung-pau. Und ihr habt beide ähnliche Themen und da begegnet ihr euch. Okay? Also, damit kann es zusammenhängen. Einige von euch, das ist jetzt gechannelt, einige von euch könnten sich in den Arzt, in die Ärztin verlieben. Oder Krankenpfleger, Krankenpflegerin, Krankenschwester und so weiter. Also, du bist vielleicht irgendwo da zugegen und dann macht es ping-peng-pung-pau. Das kann Physiotherapeut sein, Therapeutin, also irgendjemand, der dich gesundheitlich behandelt. Die Rollen können genau verdreht sein. Du könntest die Person sein, die vielleicht medizinisch tätig ist, vielleicht arbeitest du im medizinischen Bereich und in irgendeiner Form habt ihr da miteinander zu tun. Vielleicht bist du die Person, die ihn oder sie behandelt oder Termin ausmacht, in der Praxis, im Krankenhaus etc. Das ist jetzt gechannelt. Bei einigen von euch kann es durchaus sein, dass diese Person irgendeine schlechte Angewohnheit hat. Das muss jetzt hier nichts mit Süchten zu tun haben. Kann, kann ich nicht ausschließen. Vielleicht raucht man mir einen Schlot oder vielleicht guckt man ein kleines bisschen zu tief ins Glas ab und zu. Das kann ja mal passieren, sowas. Oder irgendeine Angewohnheit. Das kann zum Beispiel, ist jemand fußballsüchtig. Alles dreht sich um Fußball. Oder alles dreht sich ums Eisenbahnsammeln oder sowas. Also hier könnte jemand halt so eine Angewohnheit haben, die ein bisschen schon toxisch ist, okay? Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist ein Single. Wir gucken ja gerade, mit welchem Single hast du es zu tun. Und einige Singles. Und sag jetzt nicht, dass du nicht dazu gehörst, mein Schatz. Mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Grande Kulpa. Wer ohne Sünde ist, werfe jetzt den ersten Stein, bitte. Es ist allgemein bekannt, dass man, wenn man so lange Single ist oder alleine ist, und das kriege ich hier rein, dass es jemand, der, vielleicht hat man immer mal so Techtelmächtel, aber diese Person scheint schon sehr lange alleine zu sein. Oder, wie gesagt, wenn man mal was hatte, dann war das nichts Ernsthaftes. Wenn man dann, wenn man so ein ewiger Bachelor oder eine ewige Bachelorette ist, wird man mit der Zeit eigenbrötlerisch, okay? Und diese Person hat halt eben über die Zeit, wenn man immer mal, wenn man keine Kompromisse eingehen musste, man ist ja allein und dann, wenn du, du gewöhnst dich dann, du hast dann gewisse Angewohnheiten, die andere als komisch, skurril oder exzentrisch empfinden. Für dich ist es aber dann normal. Und so etwas könnte es sein. Diese Person hat sich über die Zeit, über das viele Alleinsein, so ein paar eigenbrötlerische Angewohnheiten angewöhnt, die hier und da etwas toxisch sein könnten, okay? Und es fällt diesem Mann, dieser Frau, etwas schwer, sich dann von davon zu trennen. So ist das mit Angewohnheiten. Es fällt schwer, sich von Angewohnheiten zu trennen, okay? Also, wenn ihr sagt, was ist das für jemand? Und dann, Schatz, wir alle haben Marotten. Ich bin sicher, ganz sicher, ohne dich zu kennen, ohne dich sehe ich nicht, wer du bist, dass die Person an dir auch irgendwas finden wird, was du als normal empfindest, wo aber er oder sie sagen würde, hm, ist ja schon ungewöhnlich. Wir haben das alle, okay? Okay, deshalb, also, hier müssen wir auch Eingeständnisse machen. Es geht nicht anders. Also, es kann sein, dass diese Person wirklich schon sehr lange Single ist, okay? Und dann halt so gewisse, 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 gewisse Marotten an den Tag gelegt hat. Stur ist, nicht so, nicht so, ja, vielleicht nicht so schnell nachgeben kann. Das ist so. Wenn du Menschen, die lange, lange in Beziehungen sind, die sind viel kompromissbereiter als Menschen, die ewig alleine sind oder noch nie mit jemandem zusammengelebt haben oder vielleicht schon lange keine Partnerin, keinen Partner mehr hatten. Diese Menschen sind viel sturer. Die bestehen dann auf das, was sie, so, ich mache das immer so und ich will das immer so haben. Okay? Und es kann bei dir genau der Fall sein. Und das ist halt, wenn man lange Zeit keine Partnerschaft hatte oder vielleicht noch nie eine richtige Partnerschaft hatte, immer nur so mal Affären oder Techtelmechtel, sag ja, ewiger Bachelor, ewiger Bachelorette. Okay? Lass uns einfach weiterschauen. Limitations. Ich habe hier, hier gibt es irgendwie Grenzen. Da gibt es ein Lied, das ist so wunderschön. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Sänger heißt. Ein wunderschönes Lied. Ich liebe es. Also, der singt davon, dass die Liebe limitiert ist. Obstacles are not what they seem. You can get around them with some careful thought. Or simply choose something better for you. Also, was ich hier reinbekomme ist, diese Limits oder diese schlechten Angewohnheiten oder so, das ist nicht so schlimm, wie es jetzt den Anschein hat. Genau das habe ich ja eben gerade gesagt. Das ist wirklich nur am Anfang. Deshalb habt ihr diese Machtkämpfe hin und her. Du könntest stur sein. Er könnte, sie könnte auch stur sein. Du hast deine Angewohnheiten. Er, sie hat auch seine, ihre Angewohnheiten. Und am Anfang fällt es euch schwer, diese nachzugeben. Also, da sagt man, da gibt es diese Redewendung, dass man sich erstmal die Hörner abstoßen muss. Kennst du das? Gegenseitig die Hörner abstoßen. Und das habe ich. Ihr seid wie so zwei Böcke, die sich am Anfang erstmal so, da besteht der Kampf, wer hat hier die Hosen an, wer muss nachgeben, wer Kompromisse. Ihr werdet irgendwann feststellen, dass ihr beide Kompromisse eingehen müsst. Dass ihr beide bereit sein müsst, euch Eingeständnisse zu machen. Und das werdet ihr auch. Und auch wenn das hier alles so klingt, als ob du diese Person nicht haben willst, warte ab. Wurde halt nicht immer so schnell. Nobody is perfect. Denn diese Karte sagt mir, diese Limits, wie sie hier den Anschein erwecken, die sind nicht so schlimm. Obstacles are not what they seem. Okay? Also, deshalb, hier braucht es einfach ein bisschen psychologisches Fingerspitzengefühl. Und wenn du von dir behauptest, dass du eine intelligente Person bist, die psychologisch gut drauf ist, die spirituell gut drauf ist, die Menschen lesen kann, Mann wie Frau, egal. Dann wirst du diese Limitations, diese Limits, die diese Person sich angewöhnt hat, in Nullkommanix, die Barriere wirst du in Nullkommanix aufgelöst haben. Ohne Probleme. Wie machst du das mit Reden, Reden, Reden? Reden, Reden, Reden. Communication. Kommunikation, mi amor. La comunicaciones. Palabras. Worte. Also, mein Schatz, ihr werdet sehr viel reden und ihr sollt auch sehr viel reden. Das ist das, was euch näher bringen wird. Nachdem ihr euch dann die Hörner abgestoßen habt, hier the Tower Moment, das kann auch, einige mögen das, einige brauchen das. Für einigen ist es zu langweilig, so dieses verliebt, verlobt, verheiratet. Und einige brauchen so dieses, geh weg, nein, komm her, nein, geh weg, nein, komm her, nein, geh weg. Kennst du das? So ein bisschen italienische Liebe. Komm her, geh weg, komm her, geh weg. Das, ja, das kann ja so ein Vorspiel sein zwischen euch, okay? So ein bisschen Machtkampf, ein bisschen, ich ignoriere dich, du bist mir egal. Und dann heimlich gucken und Herzklopfen haben und die Person ständig denken. Aber kaum ist die Person da so, du, 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 du bist mir egal, du bist mir egal. Okay? Also deshalb sage ich, ihr könntet anfänglich ein bisschen so Spiele spielen. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn die Zeit der Zeit gekommen ist und diese Karte möchte dir sagen, bitte vertraue in die Zeit. Lass dich von dem hier, was am Anfang ist, nicht abschrecken. Denn irgendwas Besonderes wartet auf euch und es ist Schicksal. Das, eure Begegnung ist Schicksal. Das ist hier, bam, balam, ding, ding, dong. Bam, balam. Das ist hier Grease. Da kriege ich wirklich John Travolta und Olivia Newton-John rein, ne? Das kriege ich da rein. Wirklich. Die haben ja auch, die sind so am Anfang so, haaa. Und kaum sind seine Freunde da, tut er so, als ob er sie ignoriert. Okay? Das kann jetzt eine Filmbotschaft sein. Guck dir mal Grease an. Das ist ein süßer Film. Den habe ich als Baby-Maus geliebt. Ich war ja noch ein Baby, 70er Jahre. War die Zeit meiner Eltern. Aber ich habe das gerne gehört, ja. I got you. Nee, I want the... Na, 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 na. Kennt ihr das noch? Na, 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 na. Oder Olivia Newton-John, die singt ja auch ein Wunder, devoted to you. I'm devoted to you. Also das kann wirklich eine Filmbotschaft sein. Grease, John Travolta und Olivia Newton-John. Und die zwei haben dann auch so ein bisschen Machtkämpfe. Die verlieben sich. Und dann tut er nach einer Weile so, als ob sie ihm egal ist. Sie ist beleidigt. Und dann zeigt sie ihm, wo der Hase langläuft. Okay? Und irgendwann finden die ja dann doch zusammen. Also mein Schatz, ihr werdet irgendwann eine Aussprache haben. Und diese Aussprache wird dann eben alles das auflösen. Und dann werdet ihr euch näher kommen. Aber lasst uns weiterschauen. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig. Dieser Stapel ist nicht langweilig. Also hier geht was. Filmbotschaft Grease. John Travolta und Olivia Newton-John. Und das ist ungefähr so, wird das bei euch vielleicht ungefähr so ablaufen. Guck mal, guck mal hier. Eine neue Begegnung. Also das ist doch jemand, der ganz neu ist. Das ist kein Ex oder so. Das ist wirklich eine völlig neue Person, mein Schatz. Guck mal, wie ihr euch ansehen werdet. Guck mal, ihr könnt einfach die Augen nicht voneinander lassen. Die Anziehungskraft zwischen euch wird animalisch sein. Das habe ich schon mal gesagt. Die Erdanziehungskraft dieser Welt kann sich von eurer Einziehungskraft eine Scheibe abschneiden. Die Anziehungskraft ist einfach enorm. Es kann durchaus sein, so vom Aussehen her, weil ich habe hier die ganze Zeit helle Haare. Ich habe von hellbraun bis blond. Okay? Hellbraun bis blond. Und ich habe auch helle Augen. Also entweder ist es ein blau und grün oder wenn sie braun sind, dann ist es so ein helles braun. So Hazel Eyes sagt man dazu im Englischen. So ein Rehbraun. Okay? Aber ich habe hier von hellbraunen Haaren, kann braun sein, aber eher ein helleres braun bis blond. Du könntest das mit durchaus, also ich habe hier, guck mal hier, der Mann, der trägt hier einen Pferdeschwanz. Also ich kann nicht ausschließen, dass du wirklich jemanden hast, der erstens, A, noch alle Haare auf dem Kopf hat. Aber fixier dich bitte nicht darauf, weil es kann auch wirklich jemand sein, der auch gar keine Haare auf dem Kopf hat. Okay? Weil hier ist zum Beispiel, hier sieht es aus wie so eine Glatze. Eigentlich habe ich alles. Ich habe hier einen Mann, der längere Haare hat. Okay? Wenn es eine Frau ist, dann ist es eine Frau, die gerne irgendwas in den Haaren hat. Entweder ein Haarband oder die Haare immer so zu einem Pferdeschwanz nach oben trägt, so ein Dutt hat. Okay? Aber kurze Haare habe ich halt eben auch. Siehst du? Guck mal hier, wie die sich angucken. Ich sage dir, die Begegnung, das wird euch wie ein Blitz treffen. Wie ein Blitz. Aber scheinbar werdet ihr beide zu stolz sein, um mich kitzelt hier mein Kabel. Das kitzelt mich hier an der Schulter, weil das hin und her rutscht. Die Begegnung zwischen euch ist, dass das, was du hier erlebst, das, was du hier fühlen wirst, hast du entweder noch nie erlebt oder schon sehr lange nicht mehr. Deshalb sage ich, urteile nicht zu schnell, denn genau dann wird es passieren. Also, die Anziehungskraft zwischen euch ist unglaublich, unglaublich. Da ist so, so dieses so, wirklich, water, surrender. Guck mal hier. Ich habe hier Wasser, sich ergeben. Und hier habe ich den Kampf. Guck, hier habe ich den Kampf und dann sich ergeben. Guck mal hier. Und Wasser in der Divination, auch in der Psychologie, auch in der Traumdeutung steht Wasser für Gefühle. Deshalb, wenn du von Wasser träumst, dann steht es dafür, dass dir irgendwas Emotionales demnächst widerfährt. Das kann von sich verliebt sein, das kann traurig sein, das kann glücklich sein. Es hat mit starken Emotionen zu tun. Und wenn du also von Wasser träumst oder Wasserträume hast, vielleicht sogar auch in Verbindung mit einer Person, dann steht es dafür, dass du bald herausfindest, dass du verliebt bist oder dass du dich verlieben wirst oder dass ihr füreinander Liebe empfindet. Je nachdem auch, ob das Wasser ruhig war, kalt war, warm war oder vielleicht stürmisch war. Aber irgendwann werden die Gefühle, die ihr füreinander habt, werden euch zwingen, bezwingen. Das muss man dazu sagen. Und das ist hier dieser Tower-Moment. Und es ist nicht nur bei ihm, bei ihr. Nein, 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 mein Schatz, auch bei dir. Das bei euch beiden. Also, die Gefühle, die ihr füreinander habt, werden euch beide, wenn ihr beide sture Böcke seid, werden die Gefühle euch bezwingen. Und da ist irgendwas Schicksalhaftes dahinter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist so, als ob das Universum euch weichklopfen will. Euch beide. Vielleicht seid ihr beide starke Persönlichkeiten. Vielleicht seid ihr beide ein bisschen stur, ein bisschen so, ne, my way or the highway. Hier kann es wirklich sein, dass dir dein Spiegel begegnet. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Spiegelbild. Du bist sein ihr Spiegelbild, er oder sie ist dein Spiegelbild. Und hier geht es darum, euch gegenseitig so lange zu kneten, wie ein Teig. Ihr werdet euch so lange kneten, bis ihr beide aufgeht. Und dann kann, dann kann endlich Teig in den Ofen, Brot kann gebacken werden, okay? Wow, siehst du? Ich habe es dir gesagt. Adventure, das wird ein Abenteuer zwischen euch. Neuntes Haus. Neuntes Haus sind die Glaubenssätze. Sun and Sagittarius. Diese Person kann signifikante Schütze in der Chart haben. Oder auch du. Muss aber nicht sein. Sagittarius, neuntes Haus, das steht für Glaubenssätze. Und das ist das, wo ihr hier wirklich euch die Köpfe aneinander schlagen werdet am Anfang. Nein, das ist so. Nein, das ist so. Ihr werdet viel diskutieren. Aber ganz ehrlich, es wird euch gefallen. Es wird euch gefallen, jemanden, einen endlichen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu haben, der oder die dir Paroli bieten kann. Du bist scheinbar eine Person, die vielleicht auch hier und da besserwisserisch sein kann, stur sein kann, stark sein kann, auf den Tisch hauen kann, okay? Wenn du sagst, nein, Siti, weil ich bin total schüchtern. Dann kann es sein, dass diese Person dich challenged, dich aus der Reserve lockt. Also entweder wirst du mit dieser Person aus der Reserve gelockt, wenn du eher eine ganz, ganz ruhige und stille Natur bist. Diese Person wird dich challengen, sodass du aus dir herausgehst und mal so richtig, als ob du Chili, als ob du Chili gegessen hast, mal richtig auf den Tisch haust, lernst auf den Tisch zu hauen, dich durchzusetzen. Oder du bist genauso wie er, genauso wie sie und dann werdet ihr anfänglich eure Glaubenssätze euch um die Ohren hauen, aber es wird euch gleichzeitig anmachen. Es wird euch so antörnen, dieses ewige Diskutieren, nein, doch, nein, so, nein, wir machen das so, nein, wir machen das so, nein, so. Ich sehe das so, okay, ich sehe es anders. Wieso siehst du das anders? Das macht doch keinen Sinn, wie du das siehst. Ich finde, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wie du es siehst. Also so kann es sein. Und wenn du jetzt sagst, oh, Sintiva, das ist ja furchtbar. Ja, genau. Da merkst du was, ne? Diese Person ist nämlich genauso. Diese Person wird auch sagen, oh, ist das furchtbar. Du wirst einen Spiegel haben. Du wirst einen Mann, eine Frau anziehen, der auch zu über dich sagen wird, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Aber ihr werdet euch unglaublich toll und anziehend finden. Irgendwie so dieses, oh, ich kann nicht, dieser Mann treibt mich in den Wahnsinn. Diese Frau treibt mich in den Wahnsinn. Und trotzdem wirst du ihn oder sie von morgens bis abends nicht aus dem Kopf bekommen. Und das wird ihm, ihr genauso gehen. So etwas ist das. Und vielleicht brauchst du das. Vielleicht brauchst du die Challenge. Vielleicht brauchst du ein bisschen so die Reibereien. Ja? Es gibt Paare, die laden sich daran auf. Ich habe das jetzt mal kreativ ausgedrückt, wenn ihr versteht, was ich meine. Die laden sich daran auf, okay? Also, mein Engel, Glaubenssätze. Aber diese Person könnte auch hoch gebildet sein. Das neunte Haus steht für Wissen. Jupiter steht für Wissen. Steht für jemand könnte vielleicht höhere Geisteswissenschaften studiert haben. Diese Person könnte aber auch als Coach arbeiten. Die Schütze neuntes Haus sind die geborenen Coaches. Ja? Menschen, die Schütze signifikant in der Chart haben, sind geborene Pädagogen, Coaches, Life-Coaches, Referenten, Dozenten. Einfach nur genial. Die sind unglaublich gut im Unterrichten. Andere unterrichten, anderen Wissen vermitteln und beibringen, okay? Und deshalb, das kann durchaus jemand sein, den du vielleicht auf einem Seminar, Webinar kennenlernst. Diese Person könnte vielleicht Referent, Dozent, sowas in der Richtung sein. Ja? Also, Coachen auch als Coach. Dann, das neunte Haus steht aber auch für Reisen. Entweder ist diese Person weit gereist, viel gereist oder ist in der Tourismusbranche tätig. Diese Person könnte vor allen Dingen auch mehrere Sprachen sprechen. Bei einigen von euch stammt diese Person aus einem anderen Kulturkreis. Was bedeutet Kulturkreis sensitiver? Jemand kommt einfach aus einem anderen Land als du, okay? Das kann überall sein. Wir sehen jetzt hier zwar ein Kamel, das hat aber nichts zu bedeuten, ja? Das kann durchaus sein, dass jemand aus einem Land kommt, wo es Kamele gibt. Wo Kamele, ja, als diese Lastentiere, ne, die da genutzt werden. Aber, ähm, muss aber nicht. Da steht einfach lediglich, dass jemand aus einem anderen Land stammen könnte. Wenn jemand vielleicht im selben Land geboren worden ist wie du, dann hat man vielleicht Wurzeln aus einem anderen Land, ja? Guck mal, zum Beispiel ich. Ich bin in Deutschland geboren, zur Schule gegangen. Ich spreche viel besser Deutsch als Italienisch, aber meine Wurzeln stammen aus Italien. So jemand kann es sein, okay? Also, dass jemand vielleicht andere Wurzeln hat, kulturelle Wurzeln als du. Weil das 9. Haus auch für Glaubenssätze steht, könnte jemand durchaus, also das 9. Haus steht auch für Philosophie, Glaubenssätze und auch Religion. Diese Person könnte aus einem völlig anderen Religionskreis stammen als du. An religiös anders aufgewachsen sein als du, okay? Diese Person hier, dein Single, liebt oder könnte das Reisen lieben. Hat ständig Fernweh. Schütze. Menschen, die signifikant Schütze in der Chart haben, lieben das Reisen. Egal ob kurz oder weit oder Hauptsache reisen. Hauptsache unterwegs. Sie lieben es, den Horizont zu erweitern, andere Kulturen kennenzulernen, ob es jetzt kulinarisch ist, Sprachen sind, andere Länder zu entdecken. Ja, also auch, ich weiß nicht, Sonne, Sommer, Sonnestrand, aber auch Berge, Winter, alles. Lieben es, zu reisen und alles neu zu entdecken. Abenteuer. Sehr, sehr, sehr abenteuerlustige Menschen. Also mit Schützen, hier muss ich auch noch dazu sagen, ist ganz wichtig, diese Person hat wahnsinnig viel Humor. Okay? Also hier kann es dir passieren, dass ihr euch streitet und dann sagt er oder sie irgendwas richtig furztrockenes. Und du schmeißt dich vor Lachen weg. Und aus ist der Streit. Das ist also nichts, wo man jetzt sagen kann, nachtragen, kämpfe, nein. Das ist so eben hier so ein Kampf, weil Sagittarius-Schütze, die sind halt Löwe-Schütze wieder, die sind sehr charakterstark. Ich habe noch, bevor diese Karte herauskam, habe ich es euch hier schon erklärt, dass du es mit einer charakterstarken Person zu tun hast. Und Sagittarius sind charakterstark, so wie Löwe wieder auch, Feuerzeichen eben. Aber das sind Schütze, sind Menschen, mit denen kannst du wirklich Pferdestehen gehen. Kannst du mit diesen Personen lachen, diskutieren und auch heftig, heftig diskutieren. Aber dann ist wieder alles gut. Das sind Wahrheitssucher, Jupiter. Sie könnten sich viel mit der Philosophie dieser Welt beschäftigen. Lass uns weiterschauen. Vom Zeitfenster her, weil wir den Schützen haben. Der Schütze steht für November, Dezember, mein Schatz. Also ihr könntet euch in dieser Zeit auch kennenlernen. Lass uns weiterschauen. Merkur, siehst du? La Comunicazione. Und hier, was haben wir hier? Guck hier. Communication, zweimal. Also diese Person hat scheinbar auch sehr viel Merkur in der Chart. Merkur ist Jungfrau und Zwillinge. Also hast du sie und Zwillinge ist genau gegenüber von Schütze. Also hat diese Person eventuell Schütze und Zwillinge stark in der Chart. Aber auch Merkur. Das ist, also mit diesen Menschen wird dir wirklich nicht langweilig. Aber Eitelkeit, guck hier, Eitelkeit. Weil ich hier einen Gockel habe. Eitelkeit, das ist hier ein Kampf der Eitelkeiten. Auch sehr eitel. Scheinbar, denn Schützen sind auch übrigens sehr sportlich. Also Menschen, die Schütze in der Chart haben, die lieben Sport. Nicht alle. Ausnahmen bestätigen die Regel, okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Schützen sind schon dafür bekannt, dass sie relativ sportlich sind. Aber mit diesen Menschen wird dir nicht langweilig. Wirklich. Ihr werdet von morgens bis abends was zu reden haben. Und ich habe hier eine sehr kluge Person. Sehr, sehr kluge Person. Sehr belesen. Und wenn man nicht gerade liest, hat man trotzdem viel Ahnung. Du kannst diese Person wirklich über alles Fragen stellen. Es ist egal, was es ist. Er, sie weiß einfach fast alles. Und ein, eine unglaublich interessante Gespräch, also Gesprächsperson. Sehr interessant. Ihr werdet Stunden um Stunden, Nächte um Nächte, gerade die Anfangszeit, weil ich hier das Telefon habe, ihr werdet viel telefonieren. Sehr viel reden, telefonieren, kommunizieren. Und zwar von Anfang an. Ich sage ja, am Anfang habt ihr so ein paar Machtkämpfe, ja. Der Schütze, hier, wenn jemand hier Schütze, kann dir jemand das Gefühl geben, mir doch egal, ne. Ich bin frei, ich liebe meine Freiheit. Das ist hier born to be wild. Schütze, ja. Schütze ist born to be wild. So mit running on a highway. Na, 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 na. Das ist wirklich, ja, Motorrad und yeah, und up und go, ja. Aber diese Person könnte zum Beispiel auch Mond oder Venus und eine Jungfrau haben. Sehr kommunikativ, auch praktisch veranlagt. Und Merkur ist auch Zwillinge, habe ich ja gesagt. Also, diese Person von den Berufen her, könnte diese Person, habe ich ja gesagt, Reiseindustrie. Sprachen, Coaching, Dozent, an der Uni arbeiten oder Berufsschule, Pädagoge sein. Das habe ich noch. Dann das dritte Haus. Zwillinge ist alles, was mit PR, Marketing, Werbung zu tun hat. Oder auch hier Webinare, Seminare, Schulungen, auch Reise, Kurzreisen. Hier könnte jemand auch im Bereich Vermarktung, also so, alles ist mit Verkauf, Kauf, Verkauf, Spedition oder Export, Import. Das sechste Haus ist aber auch im Bereich der Gesundheit. Und da sind wir. Diese Person könnte zum Beispiel auch im medizinischen Bereich im Labor arbeiten. Ja, Labor oder alles was mit Medizin, Krankenhaus, Praxis, Reha, Schönheitsklinik, im gesundheitlichen Bereich. Apotheke, Chemiker, auch Chemiker, diese Person könnte chemisches Wissen mitbringen, sich mit Chemie auskennen, mit Kräutern, Schamanismus. Gerade die Kombination hier, gerade hier. Eine Schütze in Verbindung mit sechstes Haus, Jungfrau. Diese Person könnte auch ein starkes Interesse an Schamanismus haben. Ganz, ganz stark und auch sehr talentiert darin sein. Sich mit Kräuterkunde, mit Naturkunde, mit natürlichen Sachen auskennen. Vielleicht sogar auch selber etwas herstellen. Diese Person könnte tatsächlich etwas herstellen. Entweder aus beruflichen Gründen oder hobbymäßig. Dass man da irgendwie sowas zusammenbraut, Tinkturen macht oder und, und, und. Ups. Ja, da habe ich jetzt hier schon, den können wir auch gleich mal zeigen. King of Wands, ne, das ist er hier, Löweschütze Widder. Guck, König der Stäbe. Eine sehr leidenschaftliche, feurige Person, sage ich dir gleich. Diese Person hat scheinbar extrem viel Feuer in der Chart. Zwar auch Merkur-lastig, also auch Merkur. Jungfrau und Zwillinge, aber stark feuerlastig. Das ist hier ein Macher, eine Macherin. Das ist also, diese Person ist immer am Machen, immer Action. Langweilig wird dir mit diesem Mann, mit dieser Frau nicht. Wenn du ein Sesselpupser bist, oder eine Sesselpupserin, no chance. Diese Person wird dich aus der Couch rausjagen und sagen, zieh dich an, auf, kleine Maus, auf, ab und pack deine Koffer. Wir fahren weg, ja. Oder halt eben hier, ne. Mensch, Schatz, auf, ab, ab, ab. Ich hab hier, Motorrad ist bereit, nimm deinen Helm und auf, hier hinten drauf und ab geht's. Los, wir machen einen Tagesausflug. Also diese Person ist immer am Machen, Machen, Machen. Könnte auch Karrieremensch sein, sehr karrierebezogen. Könnte auch eine hohe Position haben, kann ich nicht ausschließen mit König der Stäbe. Also entweder ist man selbstständig, oder, und oder, man hat eine höhere, begleitet eine höhere Position. Und jetzt, guck mal, wie witzig, ne. Guck mal hier, mir dieser schwarze Vogel hier. Il Fanciullo. Das ist so, ähm, warte mal, wie sagt man das? Das ist so ein ganz, ganz junger Mann. Hier könnte ein Altersunterschied zwischen euch eine Rolle spielen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Il Fanciullo. Das Kind. Ah, okay. Ich kann nicht ausschließen, dass er oder sie eventuell bereits Kinder hat, oder ein Kind hat. Aus erster Ehe, erster Partnerschaft, oder einen Kinderwunsch hat. Okay. Jetzt für einige nur. Für einige. Aber, das ist aber hier, Schütze und Zwillinge sind dafür bekannt. Und nicht nur, dass sie viel jünger aussehen, als sie tatsächlich sind, sondern die sind auch vom Wesen her. Das heißt, auch wenn sie älter sind, als sie aussehen, das gibt es auch. Es gibt auch Leute, die sehen älter aus, als sie eigentlich vom Alter her sind. Auch andersherum. Aber ich habe hier, diese Person ist wie ein kleines Kind. Hat also, das innere Kind ist sehr stark. Das ist eine Frau, die eine Pipilotta ist. Ja, Pipilangstrumpf. Eine ewige Pipilangstrumpf. Oder hier ein ewiger Peter Pan. Okay. Also, noch ein inneres Kind. So, immer auf der Suche nach Abenteuer, was erleben, was gucken. Ist neugierig. Ich kriege hier rein, dass es eine Person ist, die vielleicht gerne Dokumentationen anguckt im Bereich Naturwissenschaft oder so Tierdokumentationen. Also, starkes Interesse an Wissen. Wirklich sehr wissenshungrig ist. Immer Fragen stellt. Ich sage ja, durchaus belesen. Ja, weil ich habe hier neuntes Haus Schütze mit Merkur. Jemand, der oder die sehr viele Bücher hat oder gerne liest oder wenn man nicht liest, Bücher liest oder studiert ist, trotzdem sich gerne informiert. Durch eben entweder Austausch oder, weiß ich nicht, mit anderen Leuten spricht oder halt eben viele, viele Dokus anschaut. Und viele Filme aus Filmen und Dokumentationen unglaublich viel Wissen zieht. Von der Größe her habe ich hier, das ist total witzig. Ich habe hier, von der Körpergröße meine ich jetzt, entweder ist es ein Mann oder eine Frau, der oder die kompakt und klein ist. Also es könnte eine sehr zierliche kleine Frau sein, die wirklich sehr klein ist. Also, wie ich zum Beispiel, ich bin nur 1,50 Meter. Werde, die das noch nicht wussten, okay. Oder diese Person ist wahnsinnig groß. Richtig groß. Ja, so 1,95 Meter oder fast 2 Meter oder sowas. Oder einer von euch beiden ist das. Also ich habe hier so, der Körpergrößenunterschied ist sehr radikal, kriege ich hier rein. Das ist jetzt gechannelt, okay. Das ist nur für eine ganz bestimmte Reisegruppe. Aber das kriege ich hier rein. Auf jeden Fall das innere Kind. Und liebt Natur. Natur. Hier könnte jemand ein Faible für Vögel haben. Vielleicht hat man. Ich kann nicht ausschließen. Ich kann nicht ausschließen. Dass diese Person vielleicht tatsächlich auch Vögel züchtet oder Vögel beobachtet. Habe ich ja gesagt. Diese Person liebt die Natur oder ist naturbegeistert. Oder hat Hühnerstall. Gibt es. In ländlichen Gegenden gibt es Leute, die haben. Das habe ich selber auch erlebt. Ich habe ja mal in ländlichen Gegenden gewohnt. Und dann gab es Leute, die hatten tatsächlich in Haaren ein paar Hühner. Der hat dann immer, der Haaren, der hat dann immer, der ging dann immer auf den Keks. Am Anfang ist es noch süß. Aber auf Dauer ist es nicht mehr süß. Wenn du dann jeden Morgen hörst. Um vier, halb fünf oder um fünf. Auch am Sonntag. Also deshalb, das kann hier auch so ein bisschen Naturbursche oder Naturfrau sein. So sehr mit der Natur verbunden, sehr stark. Und eitel. Eine sehr eitle Person. Das ist sozusagen, ihr Löwischen zu wieder. Sehr eitel. Sehr auf das Aussehen bedacht. Hier muss ich dir wirklich sagen, dass du hier einen Mann oder eine Frau hast. Der oder die extrem gut aussieht. Das muss ich dir sagen. Diese Person pflegt sich sehr. Könnte sehr sportlich sein. Wenn man nicht sportlich ist, hat man eine Wahnsinnsausstrahlung. Unglaubliche Ausstrahlung. Also wirklich. Hier so. Aber das kann, weil ich ja gesagt habe, weil ihr ein Spiegel seid. Das kann auch für dich stehen. Auch du könntest eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Guck mal, wir euch beide. Ihr seid wie zwei Magnete. Ich habe immer wieder dieses Lied. In letzter Zeit habe ich immer dieses Lied. So als Songbotschaft. Das habe ich auch jetzt in privaten Beratungen, habe ich das als Songbotschaft auch schon reinbekommen. Und jetzt kriege ich das auch wieder rein. Das ist von dieser Mädelsband, die ich unglaublich gerne höre, die leider nicht mehr aktiv sind. Und die heißen Lying, wird geschrieben Ludwig, Anton, Ida, Nordpol, Gustav. Und die haben einen Song herausgebracht, der heißt Magnet. Weil die singt, du bist wie ein Magnet. Ich kann dir nicht, ich kann dir nicht. Ich kann dir nicht widerstehen. Ich kann dir nicht, kann dir nicht. Ein Magnet kann dir nicht widerstehen. Und dann alles, was ich habe, erliegt deine Anziehungskraft. Also ganz toller Socks. Ganz toller Socks. Ganz toller Socks, wo hier war. Socks, aber hier ist Strümpfe. Kann ja sein hier. Vielleicht, wenn es eine Frau ist, hat man hier, diese Person könnte vielleicht ein Faible für Strümpfe haben. Kann ich auch nicht ausschließen. Wenn sie eine Frau dann machen, ist es egal. Auch Männer können ein Faible für Strümpfe haben. So ausgefallene Strümpfe. Das ist hier ein bisschen eine exzentrische Person. Weiß ich nicht so. Wenn man hier so Buntfalltose. Aber Strümpfe, irgendwas mit Strümpfen. Schöne Beine, wenn es eine Frau ist. Auch ein Mann. Lange Beine vor allen Dingen. Weil ich habe hier, guck mal, Bein, Bein. Irgendwas mit Beinen. Aber das ist jetzt für die Person, die extrem groß ist. Weil ich habe ja schon gesagt, ich habe hier entweder eine Person, die unglaublich klein ist. Klein und kompakt. Gibt es auch bei Männern. Da gibt es auch so Danny De Vito Typen. Urteile nicht so schnell. Nein, 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 nein. Urteile nicht so schnell. Ich kenne aus meinem Privatbereich Personen, die hatten etwas mit, also Frauen. Die etwas mit Männer hatten, die wesentlich kleiner waren. Die mehr als den Kopf kleiner waren als sie. Aber diese Männer hatten eine Wahnsinns-Ausstrahlung und konnten nicht widerstehen. Wirklich. Deshalb Urteile nicht so schnell. M-m-m-m-m-m. Hier. Also entweder ist dieser Mann, diese Frau extrem groß und hat unglaublich schöne Beine. Auch Männer können wahnsinnig schöne Beine haben. Oder eine Frau. Okay. Und irgendwas ist mit Strümpfen. Hier können wir jemanden so ein Faible haben. Das sage ich ja. Vielleicht steht jemand darauf, wenn du spezielle Strümpfe anziehst, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Ja. Geht das auch, mein Schatz. Lass uns weiter schauen. Was haben wir denn hier? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, die Person hat Charme. Oh, egal. Du wirst dieser Person nicht widerstehen können. Deshalb, weil ich am Anfang dachte, kann ich dich jetzt schon hören? Oh, sind die, die will ich gar nicht haben, die will ich gar nicht haben? M-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m. Diese Person könnte A oder D oder die Initialen A und D im Namen haben. A, D, D, A. Irgendwas mit A oder D. Im Namen. Riecht ganz stark rein, mein Schatz. Also hier haben wir den Mann, den Herrn. Und hier haben wir den Blumenstrauß. Eine unglaublich charmante Person. Flirtet gerne. Flirtet wie ein Weltmeister. Also ihr zwei werdet flirten und reden, flirten und reden. Aber nicht sofort. Nein, nein, nein. You will, wie sagt man? Ja, im Deutschen sagt man ja, sich die Hörner abstoßen. Ja, so erstmal hier so gegenseitig die Hörner. Die Hörner einrammen gegenseitig. Und dann werdet ihr, wenn der Moment der Momente gekommen ist, Surrender, werdet ihr die weiße Fahne hissen. Ne, so kriegst bei, jetzt ist mal gut. Lass uns mal Bruderschaft und Schwesterschaft trinken. Und ein bisschen reden und dann geht's voller die Waldfee. Das gibt's doch gar nicht, Korrespondenz. Das ist doch unglaublich. Guck dir das mal an. Und Telefon. Und hier ist auch Telefon. Ihr werdet drehen. Guck mal, das sind drei völlig unterschiedliche Karten. Guck mal hier. Telefon, Kommunikation, Kommunikation, Korrespondenz, Kommunikation, Korrespondenz, Kommunikation. Jetzt hast du in allen möglichen Sprachen. Ich hab sie jetzt auf Englisch, auf Englisch, Deutsch und Französisch und alle Sprachen. Guck. Ihr werdet so viel reden. So viel reden. Einige von euch werden sich online kennenlernen. Online hab ich auch. Also das kann hier irgendeine Online-Plattform sein, mein Schatz. Okay? Aber guck mal hier. In dem Augenblick, wenn ihr euch dann mal endlich trefft und begegnet, werdet ihr reden, 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 reden. Reden. Kommunikationes. Mein Gott. Also ich muss wirklich sagen, dass diese Person durchaus sehr stark... Was ist denn heute mit meinem Kabel los? Das kitzelt mich, fällt runter. Das ist je nachdem wie die Kamera hier so... Bist du weiter weg oder näher? Also ihr werdet reden, 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 reden. Diese Person könnte stark mehrkorrlastig sein. Jungfrau, Zwillinge, aber gegenüber, hier auch Schütze, auch reden, 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 reden. Ich sag hier, einige von euch lernen sich im medizinischen Bereich kennen, übers Reisen, über Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen. Einige lernen sich online kennen, durch irgendein Datingportal, Freizeitportal. Ich hab hier... Du wirst eingeladen werden. Du wirst eingeladen werden. Diese Person wird dich einladen. Power. Oh, mein Schatz, ihr werdet ein Power Couple sein. Uuuuuh. Oh my God. Oh my God. Oh, ihr seid ein Power Couple. 8, 8. Guck mal hier. Ihr seid ein Power Couple. Unschlagbar. Wenn ihr euch dann mal... Wenn ihr irgendwann mal endlich aufgehört habt, euch gegenseitig zu bekämpfen... Dann werdet ihr stundenlang endlich reden und feststellen, wie viel ihr gemeinsam habt. Ihr werdet so viel gemeinsam haben. Das werdet ihr aber erst, erst nachdem ihr so diese Machtkämpfe... Hier, wenn... Surrender. Weil Surrender heißt aufgeben. Hier. Surrender heißt aufgeben. Und hier push and pull, push and pull. Hin und her. Power Struggles. Stubborn. Sturheit. Und dann hier. Und dann macht's einmal. Es kann... Was ich auch reinbekomme ist... Ihr könntet einmal einen richtig, richtig, richtigen Krach bekommen. Es wird richtig krachen. Und danach, wenn ihr euch versöhnt, ihr werdet euch danach wieder versöhnen, dann kann's endlich anfangen. Bom, badum, bom. Entweder kracht es ständig am Anfang, dass ihr euch ständig streitet. Push and pull. Push and pull. Power Struggles. Das ist hier Machtkämpfe. Und irgendwann, sag ich ja, werden die Gefühle, die werden euch weich machen. Richtig weich klopfen. Weil auch hier haben wir... Guck hier. Power. Power und Power. Guck mal, wie viel Resonanz hier. Power Struggles. Power. Ihr werdet am Anfang euch gegenseitig beweisen wollen, wer hier die Hosen anhat. Gegenseitig. Alle beide. Auch du. Auch du, mein Schatz. It takes to the tango, sagt man im Englischen. Es können immer zwei zum Tango. Es können immer zwei. Es kann... Einer kann nicht streiten, wenn nicht der andere zurückstreitet. Ich sag ja, ihr werdet am Anfang viel diskutieren. Weil ihr beide viel gerne miteinander redet, viel redet und halt hier die Glaubenssätze. Neuntes Haus. Das ist etwas, das müsst ihr am Anfang, müsst ihr wirklich erstmal eure Grenzen, Limits, hier Limitations, ihr müsst eure Grenzen austesten. Und deshalb werdet ihr am Anfang so Machtkämpfe haben. Und irgendwann seid ihr so... Oh, mein Schatz. Uh, einige von euch lernen sich über die Arbeit kennen. Ja, hab ich ja gesagt, weil sechstes Haus ist hier Alltagspflichten, Arbeit. Also entweder lernt ihr euch über die Arbeit was mit Schulungen, Seminare, Webinare. Also Ausbildung, Fortbildung in diesem Bereich kennen. Einige... Bei einigen kann es alles sein, weil sechstes Haus ist wirklich alles. Auch in der Arbeitsstelle. Ja, Arbeitsstelle. Bei einigen habe ich ja gesagt, auch im medizinischen Bereich. Entweder weil diese Person dort tätig ist oder du bist im medizinischen Bereich tätig und er oder sie ist ein Patient oder andersherum. Und bei einigen ist es, ihr seid Kollegen. Ich höre gerade draußen Tauben. Irgendwas ist mit Vögel. Also was ist denn da? Ich meine, das werdet ihr auch tun dann, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Weil hier habe ich... Guck mal, hier sind Vögel. Hier ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Und draußen höre ich Tauben. Ihr werdet auch viel vogeln. Aber erst... Erst wenn ihr euch die Köpfe eingerammt habt. Hier ist es gut möglich... Ach so, einige von euch könnten sich auch im Bereich der Justiz kennenlernen. Das kann durchaus sein. Denn... Ah, das habe ich total vergessen. Oh, I'm so sorry. Das neunte Haus ist nämlich Jupiter. Auch neunte Haus ist the law. The law. Also Menschen, die Schütze in der Chart haben, die findet man auch sehr, sehr oft in der Justiz. Also Richter, Anwaltsgehilfen, Anwälte. Alles, was mit der Justiz und Rechtsprechung zu tun hat. Also entweder... Es kann auch dein Anwalt sein. Kann ich nicht ausschließen. Es ist dein Anwalt, deine Anwältin. Oder irgendeine Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter hier. Sechstes Haus, Jungfrau. Medizinischen Bereich habe ich ja auch schon gesagt. Sechstes Haus, Jungfrau. Aber irgendwas ist mit Arbeit. Das ist hier Arbeitsstelle. Hier kriege ich jetzt nicht rein, dass ihr euch jetzt so... Kann sein, bei einigen über Reisen. Na, weil das neunte Haus steht halt eben auch fürs Reisen. Und das dritte Haus steht für Online. Das kann für jeden von euch anders sein. Solcher medizinischer Bereich. Reisen. In der Justiz. Irgendwas, was mit Justiz zu tun hat. Dating. Online Dating. Freizeitportal. Oder irgendein Online-Forum. Sowas. Auch während der Ausbildung, Fortbildung. Das habe ich auch ganz stark. Also hier, diese Person, sag ich ja, diese Person könnte selbstständig sein. Tatsächlich. Entrepreneurial or creative ability to turn anything to gold. Delight in sharing life's riches. Sehr kreative Person. Das kommt vom dritten Haus Zwillinge. Das ist drittes Haus Zwillinge. Diese Person ist sehr kreativ, sehr talentiert, sehr klug. Aber das habe ich euch hier gesagt. Dieser Mann, diese Frau ist hoch, hoch intelligent. Hoch intelligent. Sehr intelligent. Sehr intelligent. Wirklich. Und kann aus Schiddachrom Gold machen. Wirklich. Entweder ist man, sag ich ja, entweder, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, hat man eine höhere Position. Und diese Person holt wirklich Geld in die Firma. Ist, wirklich wird geliebt. Wird heiß geliebt. Wenn man Angestellten ist, wird man heiß geliebt, weil dieser Person gelingt es, Kunden an Land zu ziehen, Geld an Land zu ziehen, noch und nöcher. Könnte im Vertrieb arbeiten. Ja, könnte im Vertrieb arbeiten. Wenn man selbstständig ist, diese Person ist entweder ein Experte, eine Expertin auf seinem, ihrem Gebiet. Und oder auch ein Tausendsasser. Das habe ich auch. Dass man vielerlei Dinge macht. Vielerlei Dinge. Vielleicht hat man ein Online-Business. Dann ist man da noch ein bisschen. Dann macht man hier noch ein bisschen. Mehrere Projekte. Auf jeden Fall hat dieser Mann, diese Frau, wird nie verhungern. Der Grund ist, selbst wenn irgendwas kaputt geht, binnen Nullkommanix hat man sofort, sofort die nächste Geschäftsidee. Oder weiß, wie man sich sofort wieder einen neuen Job verschaffen kann. Also dieser Mann, diese Frau, wird eigentlich nie hungern müssen. Nie. Selbst in den schlimmsten Zeiten, weiß diese Frau, dieser Mann, wie man an Geld und an einen Job kommt. Wie man was verkauft, wie man an einen Job kommt, wie man an Geld kommt. Wirklich. Sehr intelligente Person. An Ideen, reich an Ideen, reich an wirklich eine Quelle des Wissens. Goddess of the Sea. Und hier haben wir das Wasser. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Diese Person könnte sehr große Augen haben, weil ich habe hier große Augen, große Augen, große Augen. Und hier auch große Augen. Die Augen sind riesig. Dieser Mann, die so hat riesige Augen, schöne Augen, aber große Augen. Und blau. Blau kommt ganz stark durch. Aber helle Augen. Können auch grüne Augen sein. Können so ein bisschen hellgrau. Oder wenn sie braun sind, dann so ein helles braun. Diese Person will endlich ankommen. Also hier emotional ankommen. Surrender. Guck hier, haben wir das Wasser. Guck. Und hier so. Hier könnte jemand wirklich auch so Wassersport lieben. Auch Fische, also Fischen. Fischers, Fische, Fischers, Fritze, Fisch, Frische, Fische. So, vielleicht kommt man aus einer Fischerfamilie. Das ist jetzt nur für eine gar nicht bestimmte Reisegruppe. Ganz besonders, wenn jemand aus einem anderen Kulturkreis stammt. Vielleicht stammt man aus einem Land, wo eben das Fischen sehr stark ist. In einigen Regionen dieser Welt ist eben der Fischmarkt oder Fischen ganz groß. Auch in Deutschland. Hamburg. Du brauchst nur an Hamburg denken. Nordsee, Ostsee. Da sind sie alle. Könnte aus einer Fischersfamilie stammen. Aber grundsätzlich Wasser. Vielleicht liebt man Boote fahren, Kanu fahren. Hat auch ein Boot. Könnte einen Bootsführerschein haben. Kann ich nicht ausschließen. Möchte vielleicht einen machen. Kann auch das sein. Oder liebt das Reisen auf Schiffen. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe dieser Mann, diese Frau, zu dem Zeitpunkt, Divine Timing, göttliches Timing, Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch kennenlernt, ist diese Person endlich bereit anzukommen. Man will ankommen. It's time to come home. Es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Abundance. Purification Ego. Also hier hast du einen Mann oder eine Frau, die jetzt endlich bereit ist. Vielleicht ist man schon seit gefühlten 100 Jahren. Das kann aber durch den Schützen geschuldet sein. Menschen, die signifikant Schütze in der Chart haben. Das sind Wassermann und Schütze. Das sind diese ewigen Bachelorettes. Ewigen Bachelor. Das heißt, Männer wie Frauen, die viel Wassermann oder viel Schütze in der Chart haben, lieben es. Lieben es auch, so Single zu sein. Single zu sein. So Dating, Leute kennenlernen. So haben es nicht eilig mit dem, so, ne, unter die Haube kommen und sich zu binden. Haben es nicht eilig. Aber dieser Mann jetzt, diese Frau, dieser Single, der dir begegnet, ist jetzt soweit. Dieser Mann, diese Frau, ist jetzt soweit. Will ankommen. Emotional. Hier. Liebe. Will ankommen. So hier. Und wird wirklich, ob du willst oder nicht, diese Person steuert, wird dich so treffen im Herzen. Entweder, entweder triffst, ich sag doch, ihr glaubt mir nicht. Ich hab euch gesagt, entweder wirst du, dieser Mann, diese Frau sieht dich und es macht ping, ping, pong, pao. Wirklich. Man wird so derartig in dich verknallt und verliebt sein, wie man es noch nie im Leben war oder schon lange nicht mehr. Und das Gleiche könnte dir passieren, aber ich krieg rein, dass es euch beiden so geht. Das wird wirklich, wir tausendmal berührt, das kann wirklich auch sowas sein. Vielleicht kennt ihr euch über den Job. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Guck hier, ihr redet da. Und er hat es umgemacht. Ach, du hast gleich das rechnen. Es hat so umgemacht. Das war ein Timing. Das war eine Frage der Zeit. Also bei einem kann es wirklich sein, dass ihr euch schon sehr lange so oberflächlich kennt. Und es könnte sogar jemand sein, den du eigentlich gar nicht magst. Das ist so oft so. Das ist nicht oft so. Das ist so immer so. Das kann wirklich so etwas sein, Schatz. Dass du dich in jemanden verguckst und er oder sie sich in dich. Das kann auch ein Nachbar sein. Das kann nach... Weil drittes Haus können Nachbarn sein. Also drittes Haus Willinge steht auch für Nachbarschaft. Sechstes Haus steht über den Job. Neuntes Haus könnte eben über auch drittes Haus Fortbildung, Weiterbildung, Studium, Uni oder irgendwas dergleichen. Übers Reisen. Sechstes Haus kann aber auch eben halt medizinischen Bereich sein. Oh Gott, ihr werdet euch verlieben. Hier, in the palm of my hands. Guck mal hier. Oh Gott, diese Person wird dich so umknocken. Du auch ihn. Ihr werdet euch beide emotional umknocken. Ihr werdet euch so verlieben. Wie schon lange nicht mehr. Das wird wirklich wie ein Jackpot. Es wird euch diese Liebe, die Verknalltheit, die Verliebtheit, die ihr miteinander haben werdet, ist... Kannst du direkt einen Film draus drehen. Wirklich. Eure, so wie ihr euch kennenlernen werdet, oder wenn ihr euch bereits flüchtig kennt oder nie irgendwie oberflächlich, habt ihr nur miteinander zu tun. Mein Schatz. Mein lieber Schatz. Mein lieber Jolly. Mein lieber Schatz. Mein lieber Jolly. Das würde ich umknocken. Und ihr werdet auch beide, also ihr wollt es beide, ihr werdet ein Power Couple sein, habe ich ja gesagt. Ihr seid beide... Am Anfang habt ihr das Gefühl, ihr passt nicht zusammen. Ihr seid so verschieden. Jeder hat andere Ansichten. Und wenn ihr endlich mal, Gott sei es gedankt, ich danke dir Gott, mal anfangt hier euer Ego. Welche habe ich hier Ego? Guckt da. Ego. Ist nur Ego von euch beiden. Ihr beide. Hier. Sturheit. Ego. Wenn ihr endlich mal surrender, wenn ihr das mal endlich aufgebt, euer Ego und eure... So. Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Immer... Kennst du die Tassen? Immer zweimal mehr wie du. Immer zweimal mehr wie du. Wenn das endlich aufhört, dann werdet ihr... Ihr werdet feststellen, wie ähnlich ihr euch seid. Dass ihr im Grunde doch ähnlich denkt. Ähnlich fühlt. Und ihr werdet so gerne miteinander reden. Stundenlang. Wirklich. Ihr könntet beide eine Woche lang im Wohnzimmer eingesperrt werden. Liefer-Service. Ihr würdet nicht merken, dass es Sonne, Tag, Sonne, Tag... Äh, Sonne, Tag. Tag, Nacht, Sonne, Tag. Tag, Nacht, Tag, Nacht. So dieses... Sag mal, wie viel Uhr ist es denn? Wie viel Uhr? Welcher Tag? Musst ihr eher fragen. Weil ihr nicht merkt, wie lange ihr schon miteinander redet. Die Zeit, wenn ihr zwei zusammen seid, vergeht die Zeit wie im Flug. Das werdet ihr aber erst später merken, nachdem ihr euch die Hörner abgestoßen habt. Oh, mein Schatz. Ja, aber ich weiß das so. Saturn, the truth. Guckt mal hier. Steinbock. Da ist es. Saturn ist Wassermann und Steinbock. Wassermann haben wir hier auch. Das ist die Sturheit. Das ist die Sturheit. Zehntes Haus. Oh, das wird eine ernste Partnerschaft, mein Schatz. Zehntes Haus. Zehntes Haus, mein Schatz. Das wird was Ernstes. Saturn ist langfristige Partnerschaft, ja? Langfristig, wirklich. Ihr werdet sehr ehrlich zueinander sein. Und das ist Schütze. Das ist hier auch Schütze. Truth. Die Wahrheit. Ich habe hier sechstes Haus. Ihr werdet wirklich sehr, sehr ehrlich zueinander sein. Direkt. Sehr direkt. Vielleicht manchmal etwas zu direkt. Gerade am Anfang. Am Anfang. Aber lieber so, als so dieses Getue und Verstecken und... Nein, 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 nein. Ihr werdet kein Blatt vom Mund nehmen. Und zwar alle beide. Ihr werdet von Anfang an... werdet ihr euch die Wahrheit ins Gesicht klatschen. Aber irgendwann werdet ihr es zu schätzen wissen. Am Anfang würdet ihr am liebsten... Du könntest ihm eine reinklatschen oder ihr und er oder sie dir. Aber ich sage ja, das ist hier schon fast so eine italienische Liebe. So mit Teller gegen die Wand und so. Kennst du das? Kennst du die Werbung, wo sie dann die Klamotten runter... aus dem Balkon wirft. Aber ihr werdet sehr ehrlich und direkt miteinander sein. Sehr leidenschaftlich. Sehr leidenschaftlich werdet ihr sein. Sehr. Ihr werdet eure Partnerschaft sehr ernst nehmen. Nicht, dass es dann langweilig wird. Damit meine ich das nicht. Euch ist diese Partnerschaft... Die wird einen Wert für euch haben. Das werdet ihr so... Das, was ihr euch erkämpft habt... Weil ihr werdet euch diese Partnerschaft erkämpfen müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich habe euch gesagt, am Anfang werdet ihr so einen Ego-Kampf haben. Wenn ihr dann diesen Ego-Tod... Wenn der Ego-Tod dann mal endlich da ist... Und dann werdet ihr endlich essen gehen. Hier, Einladung essen gehen. Und dann reden, 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 reden. Dann werdet ihr feststellen, was für einen Schatz ihr im Anderen gefunden habt. Oh mein Schatz. Oh, eine vorüber... Ich habe euch gesagt. Achtung, jetzt kein Streikring. Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Ihr zwei werdet euch am Anfang... Ihr werdet on, off, on, off, on, off, on, off. Streit und tschüss. Streit und tschüss. Blockieren, wieder entblockieren, blockieren, wieder entblockieren. Ihr werdet am Anfang Kämpfe haben. Jetzt sagt nicht, oh sind Sie Tila, ich habe keine Lust aus sowas. Ich habe gerade sowas hinter mich gebracht. Ich weiß, mein Schatz. Aber was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Ihr werdet das... Wahrscheinlich braucht ihr das. Aber wenn ihr... Deshalb sage ich ja, das ist der Schlüsselmoment. Diese Karte, die so unscheinbar wirkt, ist eigentlich der Schlüssel. Diese Karte ist der Schlüssel. Das ist hier... Für alle, die sich mit BWL auskennen oder Marketing auskennen, the break-even point. The break-even point. Point, nur mal ganz kurz für Laien, ist der Moment, wenn dann alle Fixkosten abgedeckt sind, ab dem Nullpunkt. So, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast ein neues Produkt und du hast natürlich sehr viele Ausgaben mit Internetseite erstellen, Mitarbeiter, was, alles, alles, was dazu gehört. Und du hast einen gewissen Umsatz und irgendwann kommt der Punkt, wo dann eben alle Kosten abgedeckt sind und ab diesem Punkt beginnst du dann eben Gewinne zu machen. Okay? The break-even point. Und das ist das, was ich meine. Am Anfang werdet ihr echt draufzahlen, emotional. Alle beide. Bis ihr endlich an den Punkt kommt, wo ihr merkt, okay, wir haben jetzt, wir haben unsere Kämpfe gehabt, wir haben emotional, wir haben reichlich Emotionen dafür zahlen müssen. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir Gewinne haben. Und das ist der Moment, wo ihr dann aufgebt. Surrender. Oder wo ihr euren Gefühlen nachgebt, wo ihr, wo das Ego aufhört, wo ihr auch euch eingestehen werdet. Guck hier, weil dieser Mann, guck hier, dieser Mann hält die Hand am Herzen und sagt, guck mal, ich gestehe dir jetzt endlich meine Gefühle. Guck, er hat hier eine Ritterrüstung an, guck. Einer von euch beiden wird erstmal eine Weile sich nicht eingestehen können, dass man für den anderen Gefühle hat. Und diese Person ist aber auch, guck mal, hier liegt man im Bett, so dieses, mh, einer von euch beiden ist so ein bisschen die harte Nuss. Das kannst du sein, das kann sie, das kann er sein. Und einer von euch beiden ist so, ich glaube nicht mehr an die Liebe, ich klatsche mich aufs Bett, hier mit Film und Schokolade. Und mir egal, guck mal hier, die Beine so, so weggeknickt, so, gerade mal so den Kopf umgedreht. Aber irgendwann, guck, gibt auch sie nach und hält seine Hand und sagt, gib mir die Hand, komm, gib mir deine Hand. Das ist so, das ist dieser ehrliche Moment zwischen euch beiden. Eine Person, die die Liebe schon aufgegeben hat und resigniert und eine Person, die sich schwer tut, die Liebe überhaupt zuzulassen. Wer welche Rolle hat, das musst du dann sehen. Aber einer von euch beiden ist hier die resignierte Person, Mann, Frau, ist egal. Und einer von euch beiden hat eine Ritterrüstung an und hat lange niemanden mehr emotional an sich herangelassen und macht einen hier auf Ritter und Drachen töten und so weiter. Okay. Und das ist dann, das ist der Schlüsselmoment, the break-even point. Kannst du auf Wikipedia mal gucken. The break-even point, my dear. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie man den errechnet. Ich wusste das mal noch, während des Studiums. Das habe ich alles vergessen. Alles weg. Wenn du es nicht mehr machst, dann ist es weg. Also, mein Schatz, ihr werdet On-Off-On-Off haben am Anfang. Hier, push and pull, push and pull. Bis dann endlich, bis ihr euch beide ergeben werdet. Siehst du? Diskussion, Dispute. Ihr wolltet mir nicht glauben. Ihr wolltet mir nicht glauben. I'm the witch. I'm a witch. Hier. Push and pull, push and pull. Diskutieren. Nein, ich hab, nein. Sei du ruhig. Aber eigentlich seid ihr beide voller Hoffnung. Guck. Beide habt ihr meine Lieblingsfarben an. Grün. Guck. Ihr seid beide voller Hoffnung. Obwohl ihr euch anbrüllt. Das ist hier. Das ist, weil ihr beide es nicht ertragen könnt, dass ihr vulnerabel sein müsst. Das ist so. Wenn man eine Beziehung eingehen will, muss man eben so vulnerabel sein. Und ihr wollt euch einfach nicht schwach zeigen. Ihr seid es so gewohnt, euch immer von der harten Seite zu zeigen, weil ihr gebrannte Kinder seid, weil ihr viele Enttäuschungen erlebt habt, weil ihr angelogen worden seid und, und, und. Ich hab euch gesagt, ihr spiegelt euch, ihr zwei. Deshalb werdet ihr am Anfang On, Off, On, Off haben. Und das ist der Schlüssel im Moment. Hier. Wenn ihr, wenn die Gefühle klar sind. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Siehst du das? Ganz klar. Ganz klares, wunderschönes, reines Wasser. Und das steht für eure Gefühle. Wenn ihr endlich all diese Kämpfe eliminiert habt. Wenn ihr eure Grenzen, Limits, ihr wollt einfach am Anfang eure Grenzen austesten. Das gehört zum Kennenlernen dazu. Das haben viele. Nur bei euch ist es ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Vielleicht braucht ihr das beide. Vielleicht ist es ein Vorspiel. Vielleicht ist das die Art und Weise, wie ihr euer Vorspiel habt. Dass ihr am Anfang, nein, ja, nein, geh weg, komm her, nein, 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 nein. Machtkämpfe. Ego. Reines Ego. Und dann endlich werdet ihr den anderen, guck her, den anderen endlich in euer Herz lassen. Guck her. Und hier, dieser Mann sitzt im Boot und hat ein Fischernetz dabei. Als ob er das Herz einfangen will. Und endlich werdet ihr euch beide, das gilt für euch beide, endlich werdet ihr euch beide öffnen. Und das ist der Moment, hier. Wo ihr endlich klar miteinander, klar und ehrlich, the truth. Hier. Wo ihr erkennt, ihr müsst es endlich ernst, ihr müsst endlich ernst mal darüber reden, ganz ernst. Spaß wurde ernst, ernst ist heute drei Jahre alt. Und der Gag ist uralt. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my lord, oh my lord. Und der Change, guck, Change. Ich kann nicht so gut pfeifen. Ich kann nicht so gut pfeifen. Ich kann nicht so gut pfeifen. Das ist Transformation, Change. Guck, das passt des Lieds, weil die Band heißt Scorpions. Und Scorpions steht für Transformation, steht für Veränderung, Change. Wind of Change. Guck hier, die Winde, wenn die Winde dann so. Der Sturm. Der Sturm. Wie in so einer Zukunft. Der Sturm. Und dann ist endlich, hier. Dann kommt, dann kann hier, dann kann das, die Fantasie, das wirklich, dann kann es endlich beginnen. Dann beginnt eure Reise. Wind of Change. Dann kommt die Veränderung, endlich. Dann werdet ihr endlich gemeinsam in eine Richtung reisen. Und beide abheben. Diese Liebe, diese Liebe. Und Rosa steht, das ist jetzt blau, steht für Treue. Loyalität. Die Wolken, die verziehen sich. Guck hier. Guck hier. Ping, ping, pum, paun. Hier, Tornado. Und dann endlich scheint die Sonne. Und dann verziehen sich die Wolken. Und da ist die Sonne. Und ganz klares Wasser. So, mein Schatz. Das war, das war wirklich ein Kampf. Das war wirklich ein Kampf auch. Also die Legung selbst war auch bereits ein Kampf. Aber wunderschön. Ein wunderschönes Single. Auch wenn am Anfang du bestimmt dachtest, oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich denn hier für einen Stapel? Alles gut, mein Schatz. Mh, heute schmeckt das wirklich lecker. Muss ich mir merken, diese Kombination. Eistee mit Appelsaft. Zucker, Fruchtzucker lässt grüßen. Wenn ihr schon jemanden habt, der mir Liebe gibt, dann benötet ihr schon ein bisschen Zucker. Ein bisschen Zucker. Zucker macht glücklich. Ist nicht gesund, macht glücklich und süchtig. Mhm. I know that. So, mein Schatz. Das war Stapel number one. Und du kannst ja, du kannst ja Stapel Nummer zwei Nummer drei anschauen, okay? Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja dein Single da dabei. Ne? Was stehst du, wa? Nächstes Jahr ist übrigens Berlin dran. Nächstes Jahr will ich endlich wieder nach Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich liebe dir Berlin, wa? Und dann treffen wir uns, ja? Gebe ich aber nochmal Bescheid. Du bist Stapel number two. What habe du da? Oh mein Gott. Oh, die Weltkarte. Oh mein Schatz. Ihr könntet euch tatsächlich auf Reisen kennenlernen. Oder die Weltkarte in der modernen Divination steht die Weltkarte auch für das World Wide Web. B-W-W. Also sprich, ihr könntet euch online kennenlernen. Reisen oder online? Weil ich hier ganz viele Kulturen habe. Auch hier ähnlich wie in Stapel 1. Ihr könntet wirklich jemanden kennenlernen, der oder die aus einer völlig anderen Kultur, anderer Glaubensrichtung, anderes Land, ja? Kennenlernen oder diese Person liebt Kulturen. Und auch diese Personen liebt die Natur. Okay. Hier habe ich eine Forelle, hier habe ich einen Frosch, hier habe ich einen Reh, hier habe ich Schmetterling. Und dann haben wir Frauen, die etwas stricken. Kann sein, dass diese Person durchaus, das gibt es, ja? Ich zum Beispiel im Winter, ich liebe es, Loup-Schal zu stricken. Ich komme noch nie dazu. Aber die Zeit nehme ich mir für ein bisschen stricken. Ich liebe es, so Schals stricken. Ich kann jetzt nicht viel groß stricken, aber so Loup-Schal oder so ein Schal stricken, das habe ich noch drauf. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Also diese Person könnte nämlich, auch Männer, ja, auch Männer, gibt es auch Männer, die stricken. Diese Person könnte wirklich wortwörtlich, wie auf der Karte sichtbar, gerne stricken. Stricken, häkeln oder liebt es, irgendwas zu tüfteln. Vielleicht macht man Schmuck. Irgendwas macht man mit den Händen. Sehr talentiert mit den Händen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also die Tiva, also ja, komm, ein bisschen Spaß muss sein. So, sonst wäre die Welt ohne Sonnenschein. So geht der Song gar nicht, weiß ich. Aber es passt so gut zusammen. Also eine Person, die, diese Person könnte durchaus auch aus einer Gegend kommen, wo es sehr viel Natur gibt. Und, also ursprünglich, vielleicht ist man mehr so dörflich aufgewachsen, so im kleinen Städtchen oder vielleicht sogar im Dorf und hat einen starken Bezug dazu. Also ist sehr heimatverbunden. Heimat könnte diesen Mann, dieser Frau sehr viel bedeuten. Also das heißt, auch wenn ihr euch in einer Weltstadt, hier the world, Weltstadt kennenlernt, könnte dieser Mann, diese Frau aus einem, ursprünglich aus einem kleinen Städtchen oder kleinem Dorf kommen und fühlt sich dort sehr, also es noch sehr, hat eine starke Anbindung zu der Gemeinde, zur Kommune, kennt dort jeden, jeder kennt ihn, sie, seitdem man klein ist, sowas, ne? Diese Person könnte auch jemand sein, der die Naturschutz, sich für den Naturschutz einsetzt oder auch, also Umwelt- und Tierschutz habe ich ganz stark, ist sehr umweltbewusst, also achtet darauf, wo man was kauft, so zum Beispiel Bio, das muss alles Bio sein, das muss aus der Region kommen, ist da Paraffin drin, ist da Palmöl drin, solche Dinge. Ich habe hier, das kann auch ein Mann sein, eine Frau sein, der oder die zu bestimmten Festen dann ein etwas Traditionelles, also in jedem, in jeder Stadt, gerade in Dörfern und egal in welchem Land, gibt es ja so Feste, wo man dann so Trachten anzieht. Also, das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein, der oder die tatsächlich eine Tracht, egal was für eine Tracht, egal welches Land, egal welches Dorf, aber man könnte hier vielleicht an Aktivitäten teilnehmen, gibt ja so Schützenfeste oder in Indien, da zieht man dann nach Saris an oder auch nach Amerika, da gibt es dann so Fourth of July, da ziehen die dann so, weiß ich, auch eine Tracht an, also so Trachtenfeste oder so traditionelle Feste, auch in Italien, da gibt es in jedem Dorf, gibt es dann so, da werden irgendwelche Heiligen gefeiert und dann ziehen die da so Trachten an, dann wird dann getanzt in so traditionelle Tänze, also hier könnte jemand auch in so einem Traditionsverein sein oder sich für Tradition einsetzen. So sage ich, also hier hast du eine sehr heimatverbundene Person, die noch, eine Person, die Traditionen und Werte schätzt, vielleicht sogar, sage ich hier, vielleicht sogar auch, äh, selber, äh, so Trachten näht, strickt, häkelt, entweder macht man das beruflich, hier könnte jemand auch beruflich in der Modebranche sein, in der Textilbranche sein, so Kleidung herstellen oder Designen, auch Schmuck, auch Werkzeuge, hier könnte jemand auch Werkzeuge herstellen, das kann auch Hobby mäßig sein, zum Beispiel mein Opa, väterlicherseits, mein Opa väterlicherseits, der hat, der hat da seine Werkzeugkammer gehabt und er hat selbst Werkzeug hergestellt, der hat selber Scheren hergestellt, alles Mögliche, die sahen zwar aus wie Hottentotten, aber es war sein Hobby, der hat das geliebt, der hat, der hat das geliebt, der hat alles aber repariert, der hat dann selber so Henkel gemacht, ich sage ja, das sah dann aus wie Hottentotten, aber er hat das geliebt. Und so, jemand könnte das sein, jemand, der selber dann auch so Sachen, ähm, tüftelt, repariert, so, ähm, ähm, äh, alte Sachen, äh, weiß ich nicht, äh, es kann Technik sein, es kann aber auch, kann auch Werkzeug sein, kann auch alles Mögliche sein, jemand, der dann selber etwas daran herstellt, repariert oder, weiß ich nicht, äh, Strümpfe stopft, irgendwas dran näht, Schmuck und so weiter. Lass uns weiterschauen. Apology, remorseful, ashamed, guilt. Oh, mein Schatz. Diese Person fühlt sich ständig für alles und hat immer das Gefühl, man muss sich für alles entschuldigen. Ist sehr, ähm, sensibel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber irgendwie schon, irgendwie bin ich irgendwie schon, diese Person, äh, sehr schuldbewusst. So, hatte man das Gefühl, ähm, ja, nicht, äh, äh, also, sag ich ja, entschuldige Menschheit, deshalb sag ich hier, guck mal, sehr Umwelt, Umwelt und, ähm, und Tiere und, und so, gibt da sehr stark darauf Acht. Ähm, fühlt sich immer gleich für alles schuldig, für alles und jeden schuldig. Hm, ja, irgendwo schon auch. Vielleicht ist irgendwas passiert, das kann auch sein, weil etwas, ich hab hier die Weltkarte und die Welt bedeutet, dass irgendwas zu Ende gegangen ist. Vielleicht hat man wirklich in der Vergangenheit irgendwas gemacht und man lebt jetzt mit Schuldgefühlen. Vielleicht hat man, ja, war man, war man selbst dran schuld, dass zum Beispiel die Ehe kaputt gegangen ist, okay, oder irgendwas ist in der Familie vorgefallen, vielleicht haben sich die Familien verstritten und er oder sie ist dran schuld. Vielleicht auch nicht, vielleicht fühlt man sich einfach nur schuldig, vielleicht hat man gar keine Schuld, manchmal ist das auch, ne. Gibt ja Leute, die fühlen sich für irgendwas schuldig, wofür sie überhaupt nichts können. Ja, vielleicht ist man alleinerziehend, ne, und denkt, ich bin dran schuld, dass mein Kind jetzt alleinerziehend ist. Also, wir schauen jetzt mal. Auf jeden Fall, oh, diese Person wünscht sich dringend jemanden in seinem, ihrem Leben, oh, wish, guck mal, someone you wished, someone you wished for is coming into your life. Oh, mein Schatz, du wirst wie ein Geschenk sein für diesen Mann, für diese Frau, wie ein Geschenk. Dieses Alleinsein hört endlich auf. Ich hab nämlich hier, weil die Weltkarte steht für, dass ein Zyklus, eine Ära, ein, 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 wie sagt man das, ein, warte mal ganz kurz, mein Oberteil rutscht mir ständig hoch. Das ist dieses, so dieses, ähm, Stoff, ne, das ist so rutschig, es flutscht dann immer nach oben. So, wenn ich hier so komisch sitze. Diese Person hier wünscht sich, dass endlich ein Lebensabschnitt zu Ende geht. Und das kann eben sein, dass man alleine ist. Er oder sie könnte sich eine Familie wünschen, oder wenn man schon Kinder hat, dann wünscht man sich endlich mal einen Vater oder eine Mutter für das Kind. Du wirst, er oder sie wird dich wie eine Wunscherfüllung sehen. Wirklich. So dieses, so, dich hat der Himmel geschickt, ja. Ich hab für dich gebetet, ich hab für dich, ich hab dich manifestiert. Weil die Weltkarte ist eine Erfolgskarte auch. Großes Erfolg. Großer Erfolg. Ego. Hurt Ego. Ego getting in the way of relationship. Ah, siehst du, ich hab's noch gerade noch gesagt. Deshalb, wenn irgendjemand war, hier hat eine Person sich stark verändert. Diese Person war vorher vielleicht sehr Ego betont. So ein bisschen Diva-Divo. Und hat sich, hat dadurch vielleicht auch eine Beziehung, eine gute Beziehung, eine gute Partnerschaft, eine gute Ehe, eine gute Freundschaft kaputt gemacht. Ich hab hier, diese Person hat einen Ego-Tod erlebt. Wirklich. Ego-Tod bedeutet so, so, es ist so, my way of. So ein bisschen wie im ersten Stapel 1. Nur im Stapel 1 ist es so, dass beide so sind. Die kommen aber am Ende dann klar miteinander. Hier hat jemand aufgrund des eigenen Egos etwas oder jemanden verloren. Aber in dem Augenblick, wenn du in sein, ihr Leben kommst, bist du, hier hat jemand dazugelernt. Man ist nicht mehr so. Hier hat dieser Mann, diese Frau hat definitiv dazugelernt. Und das wird man dir auch sagen, so dieses, aufgrund dessen, wenn man ganz kurz ziehen, man fustet so. Ja, ich war halt so stur und ich war, mir war meine Arbeit immer wichtiger oder mir war das wichtiger oder ich war sehr ego-betont und ich hab dadurch meine Beziehung, meine Ehe kaputt gemacht, meine Partnerschaft kaputt gemacht. Oder ich hab den, ich hab den Kontakt zur Familie verloren dadurch. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Deshalb sage ich, hier hat jemand Schuldgefühle, weil man es sich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen selber kaputt gemacht hat. Ich hab diese Brustütze hier. Timing, das gibt's doch gar nicht. Das hat die Ohrenstabe 1. Hier hab ich eine Person, weil ich hab ja die Buchstaben S und K. SK. Das können die Initialen sein oder diese Person hat den Buchstabe S oder den Buchstabe K im Namen. Also gut, wir haben ja jede Menge Karten, weil die Karte sagt, sieh noch eine Karte, um zu sehen, ob du jetzt schon was tun musst. Ob du noch ein bisschen warten musst oder ob du eine völlig andere Entscheidung treffen musst. Also hier kommst du wirklich, das ist jetzt, du wirst diesen Mann, dieser Frau zum richtigen Zeitpunkt geschickt. Nämlich genau dann, wenn diese Person dazugelernt hat. Das ist, als ob man, eigentlich hat dieser Mann, diese Frau, ähm, niemanden, also bisher hat es mit Beziehungen nicht geklappt. Okay? Und der Grund war, weil man an sich selbst arbeiten musste. In dem Augenblick, wo du jetzt auftauchst, im Leben dieses Mannes, im Leben dieser Frau, ist genau der Moment, wo er oder sie dazugelernt hat, Schatz. Also du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gut, aber die Weltkarte ist die, ist das Universum, mein Schatz. Hier hat das Universum eine ganz, 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 ganz große Rolle gespielt. Eine ganz große Rolle. Er oder sie hat endlich, die Weltkarte ist Abschluss. Hier hat jemand endlich dazugelernt. Und du bist die Belohnung. Du bist sein, ihr Geschenk. Weil man so gut an sich gearbeitet hat. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb, du brauchst keine Angst haben. Diese Person ist jetzt so, so richtig mit eingezogenem, wie bei einem Hund, weißt du, so mit eingezogenem Schwanz und weißt jetzt Dinge zu schätzen. So dieses, ich weiß jetzt zu schätzen. Ich weiß jetzt, was wichtig im Leben ist. Ich bin nicht mehr so die Diva, wie ich früher war. Ich bin nicht mehr so der Macho, wie es früher war. Hier hat jemand dazugelernt. Deshalb, wenn du ihn oder sie kennenlernst, du lernst eine völlig neue Person kennen. Also eine völlig neue Seite. Nach dem Ego-Tod hier. Hier hat jemand einen Ego-Tod, wirklich. Dieser Mann, diese Frau war vorher ganz anders. Ganz anders. Ihr werdet nicht klargekommen. Niemand wäre mit ihm oder mit ihr klargekommen. Man hat sich hier Partnerschaften und Freunde, Familie vergrault. Regelrecht vergrault. Weil man so ein, ja, sag ja. Entweder Diva, Divo, Macho, sowas. Nur wie ich es will. Ich, ich, ich. Aber guck mal hier. Guck mal hier. Beide gucken ganz geknickt. Hier ist man geknickt. Hier ist man geknickt. Kann sogar sein, dass die eigene Familie, ihn oder sie, so, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Mit dir kommt keiner klar. Lass uns weiter schauen, mein Schatz. Eine Zeit, schon wieder die Zeit. Guck mal hier. Zweimal. Das sind zwei völlig unterschiedliche Karten. In einer Periode von neun bis zwölf Monaten werdet ihr euch begegnen. Oh nein, Diva, was soll ich machen, mein Schatz? Und das passt ja auch, weil die Weltkarte, das ist ja einmal so wie ein Kalenderjahr. Dann haben wir hier neun bis zwölf Monate. In einem Zeitraum von neun bis zwölf Monaten und du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, mein Schatz. Also eure Begegnung, das hatte ich aber auch in Stapel 1. Eure Begegnung ist wie getimt. Und Schicksal, die Weltkarte, das Universum hat hier die Finger im Spiel. Absolut getimt. Retour. Oh, mein Schatz. Jetzt, das ist der Moment, das habe ich im Intro erzählt, okay? Bevor jetzt hier alle die Krise kriegen. Ich habe zwei Gruppen. Zwei Gruppen habe ich. Ups. Bei einigen von euch ist es der Ex oder die Ex. Das wird wieder, das ist hier jemand, ihr wart schon zusammen. Hier kehrt jemand wieder zurück mit eingezogenem Schwanz und will wieder mit dir anfangen. Aber ihr werdet auch wieder anfangen. Das passiert in einem Zeitraum von neun bis zwölf Monaten. Das ist jetzt hier bei einigen von euch, ist es wirklich der Ex oder die Ex, okay? Es ist Ende. Diese Person hat jetzt riesige, riesige Schuldgefühle. Hat jetzt daraus gelernt, hat einen Ego-Tod, wünscht sich dich zurück im Leben. Und ihr werdet wieder einen neuen Zyklus miteinander haben. Und diese Person ist wie ausgetauscht. Völlig ausgetauscht. Du wirst noch überlegen, weiß ich nicht, will ich sie wieder zurück haben, ja oder nein? Das ist nur für eine bestimmte Reisegruppe. Bei der anderen Reisegruppe, das habe ich auch am Anfang im Intro erzählt, für alle, die das jetzt nicht gehört haben. Der rückläufige Merkur. Und wir haben ja drei, manchmal sogar viermal im Jahr einen rückläufigen Merkur. Und innerhalb von, entweder ist es jetzt der Merkur oder in einem Zeitraum von neun bis zwölf Monaten. Irgendwann, das kann mit dem rückläufigen Merkur zu tun haben, ist das zwar ein völlig neuer Mensch, ihr kennt euch überhaupt nicht, völlig neuer Mensch, aber es ist eine Seele, eine Liebe aus einem früheren Leben. Und irgendwas hat diese Seele angestellt. Okay? Und das zeigt mir, dass er oder sie in diesem Leben eine neue Chance mit dir bekommt. Völlig neue Chance. Ich habe hier, also hier habe ich wirklich alle möglichen Kulturen. Ich habe hier, jemand könnte aus dem asiatischen Raum kommen, jemand könnte, einige von euch könnten afroamerikanisch sein, wieder andere, da habe ich auch Europa, ich habe alles, da ist alles dabei. Alles. Asiatisch, irgendwas Orientalisches kann auch sein, europäisch, mediterran oder oder halt mehr Richtung Norden. Also hier ist wirklich alles dabei. Wirklich alles. Und ich habe hier, hier könnte jemand aus, aus so, die Familie könnte interracial sein. Also zum Beispiel könnte die Mutter, könnte afroamerikanisch sein und der Vater ist Asiate. Also so kommt aus, ähm, aus unterschiedlichen Kulturen. Also wo die Mutter aus einer völlig anderen Kultur stammt als der Vater. Hier könnte jemand wirklich so gemischte, aus einer gemischten Kultur stammen. Okay? Und wer immer das ist, also ich vermute mal, dass du das bist, muss sich das zweimal überlegen, ob man das will. Auch wenn ihr euch nicht kennt. Aber irgendwas gibt es. Wenn ihr euch begegnet, hast du das Gefühl, dass ihr euch schon immer kennt. Und irgendwie deine Seele sagt dir, hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das will. Und du fragst dich, warum, warum bin ich so skeptisch? Weil guck mal, diese Frau guckt ganz skeptisch. Der Grund ist, weil deine Seele diese Seele wiedererkannt hat. Du weißt zwar jetzt, du kannst dich nicht mehr erinnern, weil du dich an dein früheres Leben nicht mehr erinnerst. Aber hier will jemand wieder zurück. Hier bekommt jemand wieder eine Chance, etwas bei dir wieder gut zu machen in diesem Leben. Im Bereich der Liebe. Also entweder ist es wirklich ein Ex oder eine Ex, der oder die in deinem Leben wieder zurück möchte. Und bei wieder anderen ist es eine alte Liebe aus einem früheren Leben. Und diese Person bringt aus einem früheren Leben noch Schuldgefühle mit. Richtige Schuldgefühle. Guck, was habe ich gesagt, mein Schatz, guck mal, Peace. Hier will jemand Frieden mit dir schließen. Guck mal. Und Harmonie, Harmonie, Frieden und Harmonie. Guck mal, oh mein Schatz, guck mal, wie das passt. Hier will jemand Frieden mit dir schließen. Sag doch mal, ich habe zwei Gruppen hier. Ich will meinen Ex nicht zurück. Dann bist du nicht in dieser Reisegruppe. Dann bist du in einer anderen Reisegruppe. Ich habe zwei Reisegruppen. Einige von euch will ein Ex oder eine Ex wieder zurückkommen mit eingezogenem Schwanz. Hat sich aber auch wirklich verändert. Das ist jetzt nicht gespielt. Ich habe nicht, dass es gespielt ist. Diese Person hat tatsächlich einen Ego-Tod durchlebt. Hier, die Weltkarte. Ist finito. Ist finito. Und will jetzt endlich Frieden mit dir schließen. Will eine neue Chance. Will wieder zurück zu dir. Und hier liegt es an dir. Weil ich sehe, guck mal, diese Person guckt ganz skeptisch, muss nachdenken. Ich glaube, dass du das bist, Schatz. Dass du nachdenken musst, ob du das willst. Kann aber auch sein, dass du das bist, ja. Vielleicht bist du hin. Vielleicht willst du ja wieder zurück. Kann ich nicht ausschließen. Und bei anderen ist das ein neuer Mensch, eine völlig neue Frau, ein völlig neuer Mann. Ihr kennt euch nicht in diesem Leben. Aber ihr kennt euch aus einem früheren Leben. Und diese Person hat irgendwas angestellt. Und bekommt jetzt die Möglichkeit, es in diesem Leben bei dir wieder gut zu machen. Wieder Frieden zu schließen. Okay. Ist das nicht süß? Aber ich muss auch sagen, dass diese Person hier auch Friedensstifter sein kann. So, so, sagt er, sich für Umwelt einsetzt. Ist, hier ist eine Person, diese Person ist ein Pazifist. Pazifistin, Pazifist. Was ist ein Pazifist? Ist jemand, der für Frieden ist. Okay. Setzt sich für den Frieden in dieser Welt ein. So wie, ähm, zum Beispiel Mahatma Gandhi oder, ähm, Mandela. Ja? Das sind Pazifisten. Oh, mein Schatz, guck mal. Irgendwas ist hier mit Familie gewesen. Und hat mit dem Selbstwertgefühl. Ich hab ja gesagt hier, das Ego, Selbstwertgefühl. Son in Torres. Diese Person könnte signifikant Stier in der Chart haben. Okay. Muss nicht. Könnte jemand auch Mond im Stier haben. Aber hier könnte es wegen Geld Streit gegeben haben. Geld könnte eine Rolle spielen. Oder, weil wir das zweite Haus Stier haben, das hat etwas mit dem Ego zu tun, mit dem Selbstwert zu tun. Diese Person könnte ein übersteigertes Ego gehabt haben. Sei es in einem früheren Leben. Aber auch eben hier und jetzt. Ich hab ja gesagt, ich hab zwei Reisegruppen. Bei einigen von euch ist es wirklich einfach eine Ex oder ein Ex. Und bei wieder anderen ist das jemand aus einem früheren Leben. Und da hat man eben etwas angestellt. Und das zweite Haus steht für Selbstwertgefühle, kann aber auch für die Familie stehen. Vielleicht hat man sich nicht um die Kinder gekümmert. Vielleicht hat man nicht eingezahlt. Das Geld einfach in Saus und Braus rausgeworfen. Vielleicht hat man dich auch finanziell übergangen. Entweder im früheren Leben, aber auch im Jetzt, hier und jetzt. Vielleicht könnte dich jemand... Vielleicht hast du... Das kann im früheren Leben und auch in diesem Leben sein. Okay? Was ich jetzt sage. Bei einigen von euch kann es auch sein, dass du die Sache beendet hast, weil du festgestellt hast, dass diese Person nur aufs Geld aus war. Aber das hat sich jetzt geändert. Hier hat sich irgendwas geändert. Irgendwas mit dem Ego, mit dem Selbstwertgefühl hat sich geändert. Ich habe das... Diese Person könnte entweder in der Gastronomie tätig sein, also mit Lebensmitteln arbeiten, in der Lebensmitteltechnik oder Koch sein, Köchin sein. In der Gastronomie, habe ich ja gerade gesagt, mit Lebensmitteln. Alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Verkauf, Kauf, Herstellen, Produzieren. Auch Backwaren, Gebäck, Kuchen, Dessert. Ein Chef sein, also Koch, irgendwie Chef, irgendwas. Und bei wieder anderen könnte diese Person im Bereich Finanzen arbeiten, Versicherung, Aktien, Börse. Entweder in der Versicherungsbranche oder in der Geld- und Finanzbranche. Bei wieder anderen habe ich, dass diese Person auch im Bereich Beauty und Wellness oder mit Kosmetik arbeiten könnte. Oder alles das könnte auch mal gewesen sein, wenn es nicht mehr ist. Weil ich sehe, dass hier irgendwas zu Ende gegangen ist. Hier könnte jemand auch beruflich komplett alles verändert haben. Hier hat jemand irgendeinen Zyklus beendet. Sich wirklich komplett transformiert. Vielleicht in eine andere... Arbeitet jetzt in einer völlig anderen Branche. Hat alles, wirklich alles verändert. Hat sich selbst verändert. Hier könnte jemand auch die Ernährung völlig umgestellt haben. Diese Person könnte entweder, es ist dabei, auch vegan oder vegetarisch oder flexitarisch umzustellen. Oder ist dabei, Ovolacto-Vegetarier zu werden. Oder stellt einfach die Ernährung um. Weil das Weitere steht auch für Ernährung. Und ich muss es immer in Verbindung mit der Weltkarte sehen. Weil hier ist jemand dabei, wirklich so... Ich habe hier Kreis, 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 die Weltkarte steht für einen Kreis. ...an Zyklus abzuschließen. Deshalb hier verändert jemand auch komplett die Ernährung. Sei es jetzt, das kann, weil ich hier die Tiere habe und das Peace-Zeichen. Deshalb sage ich, hier könnte jemand auch umgestellt haben. Auf vegan, vegetarisch, sowas in dieser Richtung. Oder ist gerade mittendrin noch. Wenn man finanzielle Probleme hatte, dann ist man gerade dabei, diese zu lösen. Vielleicht konnte jemand mit Geld nicht umgehen. Oder genau das Gegenteil. Hier war jemand vielleicht zu geizig. Oder hat zu viel Wert aufs Geld gelegt. Status, Geld, Luxus war ihm oder ihr wichtig. Also hier ist jemand, hier macht jemand einen völligen Ego-Tod durch, wirklich. Hier könnte jemand von Marken und Status und nur das Beste vom Besten so plötzlich second hand. So alles verkaufen, so alternativ, so ein bisschen so, ja, so alternative Richtungen einschlagen. Hier habe ich wirklich eine Transformation, ganz krasse Transformation. Denn gegenüber von Stier ist Skorpion. Ganz, ganz krasse Transformation. Die Art und Weise, wie man Beziehungen angeht, wie man Beziehungen sieht, die Werte. Alles, wirklich, innen wie außen, die ist jemand so krass am Transformieren. Sogar das Aussehen. Wirklich auch das Aussehen. Hier könnte jemand das Haarstyling krass verändert haben. Die Haarfarbe richtig krass verändert haben. Auch die Art und Weise, wie man sich kleidet. Diese Person könnte sich auch für Kräuter, sehr stark für Kräuter interessieren. Vielleicht auch im Bereich so Homöopathie, Heilpraktika, Kräuterkunde. Gewürze, ganz stark. Vielleicht ist jemand hier im Gewürzhandel auch tätig oder handelt mit Gewürzen oder arbeitet mit Gewürzen oder Kräuter, Blüten, Blumen. Umwelt, zweites Haus steht und kann auch für die Umwelt stehen. Soll ich ja auch Umwelt und Tierschutz, ja? Muss uns weiterschauen. Guck hier, Seufzer. Guck hier, schwarze Rose. Seufzer, so seufzende, so. Guck mal hier, lauter, guck mal, total geknickt, geknickt, geknickt. Hier auch ganz geknickt. Oh mein Schatz. Wer immer das ist, hat, hat alles verloren. Und ist scheinbar auch selbst dran schuld gewesen. Entweder im früheren Leben oder in diesem Leben. Wenn es im früheren Leben ist, dann erinnerst du dich natürlich nicht mehr daran. Aber ich erzähle es dir gerade. Dieser Mann, diese Frau, wenn ihr euch noch nicht kennt. Also ich bin hier, ich stütze mich gerade, ich stütze gerade meinen Kinn ab. Ich frage sie, wo bist du? Also es ist so bequem hier, mein Kinn abzustützen. Also ich bin aber trotzdem noch da, mein Schatz, ja? Ich stütze mich nur gerade mit meinem Kinn auf meinem Handgeleck ab. Fällt mir dann besser. Kennst du das, wenn man so nachdenkt? Dann stützt man sich so ein bisschen ab. Das hilft beim Nachdenken manchmal. Also, weil ich hier, die Person hat ein Buch in der Hand. Hier könnte jemand wirklich viel auch gelesen haben über, weil ich habe hier, hier, verletztes Ego. So viel gelesen haben über, wie veränderst du dein Leben? Was für ein Mensch bist du? So Persönlichkeitstests ausgefüllt haben. So viel über Persönlichkeit gelesen haben. Und das hat eine Transformation in Gang gesetzt, ja? Vielleicht hat man sich nie für Tiere oder Umwelt oder sowas interessiert. So war sehr hedonistisch und vielleicht auch ein bisschen Dekadent, ja? Dekadenz. Also hat sehr Dekadent gelebt. Was heißt Dekadent? So Äthepetete, das Beste vom Besten. So High Society, Upper Class, nur Markenartikel und Status und Geld. Und so, wenn man was für den Tierschutz gemacht hat, dann nur, um damit angeben zu können. Ja, die gibt es. Die gibt es, ja, leider. Die gibt es. Und jetzt erkennt man eigentlich, dass das alles nicht authentisch ist, ne? Das hat keinen Wert. Aber alles nur, um den Selbstwert zu steigern. Denn hinter all dem, es ist ja alles eine Fassade, steckt da, ja, da steckt so dieses, man glaubte, dass man dann, dass man dann beliebt ist, dass man dann gesehen wird, dass man mehr geliebt wird. Und jetzt hat man das kapiert, dass das alles nichts bringt. Wenn es ein Ex von dir ist, eine Ex oder ein Ex, dann hat man das jetzt begriffen, okay? Und du kannst es entscheiden, ob du ihn oder sie wieder zurück willst. Und bei wieder anderen, wenn das ein völlig neuer Mensch ist, dann spricht das, ist das, was ich dir gerade sage, ist alles das, was in deinem früheren Leben passiert ist. Und das ist das, woran sich die Seele erinnert. Und tatsächlich, wenn ihr euch kennenlernt, da wirst du erst mal skeptisch sein. Und du weißt noch nicht mal, warum. Du könntest, das gilt jetzt für alle, wo es wirklich ein völlig neuer Mensch ist. Weil eigentlich ist jetzt, jetzt, ich betone noch mal, jetzt, ist dieser Mensch ganz transformiert und toll, egal ob Mann oder Frau. In deinem früheren Leben war man nicht so. Vielleicht auch sogar im jetzigen Leben, aber noch bevor man dich kennengelernt hat. Und jetzt hat man so, so ein bisschen, so eine Kopfnust bekommen und hat jetzt dazugelernt. Aber du konntest trotzdem skeptisch sein. Du könntest zum Beispiel von deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Familie hören, wie, warum tust du dich so schwer? Das ist doch eine ganz tolle Frau, so ein ganz toller Mann. Und du fragst, du sagst, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann könnten dir die Leute sagen, ach was, du stellst dich an, du suchst jetzt nur das Haar in der Suppe. Nein, nein, nein. Das ist, weil deine Seele sich an etwas erinnert. Aber du weißt es nicht mehr. Du weißt selber noch nicht einmal, warum du so skeptisch bist. Denn eigentlich, jetzt, jetzt, wird sich dieser Mann, diese Frau, unglaublich liebevoll dir gegenüber geben. Aber es ist nicht gespielt. Früher hat man es gespielt. Jetzt ist man authentisch. Man hat ja dazugelernt, okay? Jetzt ist man so harmoniebedürftig. Es geht um die Werte. Man achtet jetzt auf die Umwelt. Man achtet auf Tiere. So, sagt ja, einige, bei einigen kann es sogar sein, dass man jetzt sogar vielleicht sagt, ich will kein Tierleid mehr, deshalb esse ich keine Tiere mehr. oder sowas, ja? Wirklich. Ich habe hier ganz krasse Transformationen. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich habe hier Timing, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch kennenlernt, mein Schatz, muss ich dir wirklich sagen, wirst du einen tollen Menschen haben. Alles, was ich hier dir erzähle, ist aus einem früheren Leben, ja? Also auch wenn es jetzt in diesem Leben gewesen ist, bei einer völlig neuen Person, das war mit den anderen. Man ist früher so mit anderen umgegangen. Dann ist irgendwas passiert und seitdem hat man dazugelernt, und du kriegst jetzt, du kriegst jetzt die Schokoladenseite. Aber es ist keine gespielte Schokoladenseite. Es ist echt. Jetzt hat man sich, das ist wie jemand, der in Saus und Braus gelebt hat, immer auf Kosten von anderen, über Leichen gegangen ist, so ich, 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 Status, Luxus, alles das und plötzlich hingeklatscht ist, von allen im Stich gelassen worden ist und dann angefangen hat zu verstehen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und seitdem legt man auf alles das, was man früher als für wichtig erachtet hat, legt man keinen Wert mehr. Luxus ist einem nicht mehr wichtig. Deshalb sage ich, diese Person könnte so second hand oder so achtet darauf, dass das alles biologisch abbaubar ist und dass die Klamotten nicht von so irgendwo herkommen, wo Mitarbeiter, keine Ahnung, weißt du, so ein Verschleiß von Mitarbeitern oder für, wie nennt man das? Gibt es auch so Länder, wo dann Klamotten herkommen und die Mitarbeiter, die, die verdienen da gar nichts dran. So, da achtet man da drauf. So Fairtrade, genau, das wollte ich sagen. So Fairtrade achtet man darauf. Also sagt er, vom Saulus zum Paulus, ist jemand sowas von transformiert und trotzdem bist du skeptisch. Das liegt aber daran, weil du dich an früher erinnerst. Vielleicht bist du auch deshalb skeptisch, weil diese Person jetzt so ehrlich ist, mittlerweile so ehrlich, dass man dir davon erzählen wird, dass er oder sie könnte dir zum Beispiel sagen, weißt du, früher war ich ganz anders als jetzt. Wie ganz anders? Ja, früher war ich so auf Markenartikel und Status und auf andere, die nichts waren, nichts sind, habe ich herabgeschaut. Ja, Umwelt war mir egal, Tiere war mir egal und alles das ist nicht mehr so und du könntest dann sagen, was, gerade du? Du, du rettest doch hier jeden, jeden Regenwurm, der dir über die, über den Weg läuft und, und achtest genau darauf, wo das, wo die Lebensmittel herkommen und so auch die Klamotten, die du trägst, so voll total alternativ. Du warst mal ganz anders. Hm. Und dann gehst du nach Hause und denkst, hm. und wenn diese Person wieder so wird, da bist du halt das gebrannte Kind, weißt du, wo du dann denkst, ja, und wenn diese Person so wieder wird wie früher? Nein, das habe ich nicht. Die Weltkarte ist Ende Geländer. Also hier, hier hat jemand wirklich abgeschlossen, Frieden mit sich geschlossen, wirklich. Fühlt sich noch schuldig wegen dem, wie man früher war, aber ist nicht mehr so. Also da brauchst du keine Angst haben. Das gilt auch für einen Ex, ja. Das gilt auch für einen Ex, wenn es jetzt bei dir wirklich eine Ex oder ein Ex ist. Dieses Mal ist es nicht gespielt. Dieses Mal hat man es wirklich kapiert. Dieses Mal hat man sich wirklich transformiert und geändert. Das kann auch noch kommen, weil ich habe hier einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten, mein Schatz. Lachen wir es weiter schauen. Eine Reise, guck mal, eine Reise, eine Reise spielt eine große Rolle. Ihr könntet euch auf Reisen kennenlernen, ihr könntet aber auch gemeinsam verreisen. Das kann dann der ausschlaggebende Punkt sein, wenn ihr dann was Festes aufbaut. Diese Person hat wirklich den eigenen Drachen bekämpft. Wirklich. Hier hat sich jemand selbst besiegt. Wie Phönix aus der Asche. Wirklich. Eine Reise in sich selbst und sich transformiert. Komplett. Komplett. Die inneren Dämonen bekämpft. Den inneren Drachen bekämpft. Da gehört ganz schön viel Mut dazu. Das schaffen nicht viele Menschen. Das schaffen wirklich nicht viele Menschen. Das ist, muss ich sagen, sehr beeindruckend. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber diese Frau, dieser Mann, hat ein bisschen auch eine Neigung zur Melancholie. Weil man sich schuldig fühlt. Das ist noch, das ist, das konnte man bisher noch nicht abschütteln. Man hat sich komplett transformiert. Das ist auch nicht gespielt. Das ist diesmal alles ehrlich und authentisch. Aber es fällt einem immer noch schwer, diese, die Schuldgefühle loszuwerden. Das ist etwas, wo du ihm oder ihr vielleicht auch ein bisschen helfen kannst. Okay? Und weil man, man verfällt durch diese Schuldgefühle, verfällt man ab und zu mal in Melancholie. Das muss noch losgelassen werden. So dieses, ne? Du hast jetzt an dir gearbeitet, jetzt lass die Schuld los. Es ist, man kann es nicht mehr ändern. Es ist gewesen, was gewesen ist. Wichtig ist, wie es jetzt ist. Dieses immer wieder zurückschauen und was du da angestellt hast und gemacht hast und wer du früher warst. Irgendwann muss man auch mal loslassen. Sonst trägt man diese Schuld ewig mit sich und diese Schuld holt einen immer wieder ein. Und dann verfällt man halt in Melancholie. Guck, sechster Sterbe. Oh, guck mal. Man ist jetzt auch sehr erfolgreich in dem, was man tut. Endlich. Weil vorher war so ziemlich viel Ego, und das ist hier die Löwe-Karte, ja, so brillieren. So die Schattenseiten von Löwen ist My Way or the Highway. So im Rampenlicht stehen und Haha, seht her und so weiter. Diese Person könnte immer noch im Rampenlicht stehen, aber diesmal tut man es so, sag ja hier, sag vielleicht ist man Umweltschutz oder in einer Organisation, weil das kann Organisation sein. So Menschen helfen, ne? und dafür bekommt man viele Preise oder Anerkennung. Hier könnte jemand ehrenamtlich tätig sein und sogar auch in der Öffentlichkeit stehen, weil das ist die Öffentlichkeitskarte. Jemand, vielleicht hat diese Person einen Reisevlog oder auf YouTube oder hat einen YouTube-Kanal oder so Instagram oder wie sie nicht alle heißen und versucht dann was zu bewegen, weil ich hab ja das, diese Person könnte jetzt ein Aktivist sein, ja? So politisch Frieden stiften wollen, so dieses hier Peace, Peacemaker. Eine Person, die Frieden stiftet, ja? So und in der Öffentlichkeit steht, wirklich viel, viel Anerkennung bekommt, aber ohne, dass es jetzt ihm oder ihr in den Kopf schießt. Jetzt hat man gelernt, bodenständig zu sein. Hier, Stehe, Bodenständigkeit hebt nicht mehr ab. Früher ist man abgehoben, früher, wenn man ist, man hier, ist der Erfolg ihm, ihr in den Kopf gestiegen. Ja? Wie sagt man, Hochmut kommt vor dem Fall und das war hier, ne? Hier, Hochmut kommt vor dem Fall und dann kam der Fall. Jetzt hat man gelernt, ne? Dieses, ja, ich freue mich über die Anerkennung aber so hebt nicht ab und leistet viel, diese Person leistet viel für die Gemeinde, für die Kommune, für die Gesellschaft, für Organisationen, Hilfsorganisationen, für Tier und Mensch. Leistet sehr viel, wirklich. Das kann beruflich sein, das kann ehrenamtlich sein, das kann politisch sein, das kann aber auch auf anderen Wegen sein. jetzt möchte man etwas bewegen, ohne dabei aber abzuheben oder angeben zu wollen, aber man bekommt viel Anerkennung für das, was man tut, ja? Zum Beispiel könnte man auch in der Zeitung stehen oder so, okay? Hier habe ich den Turm und die Fische. und weil ich hier die Finanzen habe, hier Geld, Fische stehen auch fürs Geld, sag ja, hier hat jemand auch mit Geld um sich rumgeschmissen, um anzugeben. Alles fürs Ego hier, alles fürs Ego, um anzugeben. Jetzt, weil der Turm für die Grenzen steht, jetzt setzt man sich Grenzen, jetzt lebt man bewusst. Hier könnte man jetzt endlich lernen, sparsam zu sein, darauf achten, für was man was ausgibt, weil ich habe hier einen riesen Schmetterling, hier hat sich etwas transformiert. Hier ist auch der Schmetterling. Diese Person könnte aber auch in der Finanzbranche tätig sein, das habe ich ja schon gesagt, weil hier das, nennen wir hier, weil das fünfte Haus Löwe steht für Spekulationen, Aktien. Das zweite Haus steht auch für Börse, Spekulationen, Versicherung, Aktien. Und dann haben wir den Turm mit den Fischen, das kann für eine Bank stehen, Versicherung stehen, Finanzbranche stehen, alles mit Wertpapieren, Aktien zu tun hat. Also hier könnte jemand wirklich in der Versicherungs- oder Finanzbranche tätig sein. Auf jeden Fall geht dieser Mann, diese Frau jetzt, sei es mit Geld, aber auch mit Gefühlen, geht man jetzt umsichtig damit um. Das hat man vorher nicht getan. Bei dieser Person, diese Person könnte ein R im Namen haben, signifikant, Anfang, mittendrin, am Ende, könnte vielleicht am sechsten geboren sein oder am sechsten Monat geboren sein. Hier hat wirklich, hier musste, nicht hat, sondern musste, jemand lernen, die Emotionen in den Griff zu bekommen. Entweder ist man vorher cholerisch gewesen, ausgerastet, und das sage ich ja so ein bisschen Diva, Diva, Divo, Macho, wer bist du, was willst du, jetzt hat man sich im Griff. Diese Person hat sich, musste lernen, sich in den Griff zu bekommen. Seine, ihre Gefühle, sich selbst in den Griff bekommen. Fehler, weil man Fehler gemacht hat. Guck, endlich hat man aus den Fehlern gelernt, aber erst nachdem man vom Umfeld Schachmatt gelegt worden ist. Hier. Hier wurde jemand Schachmatt gelegt. Er oder sie könnte übrigens ein Faible fürs Schachspielen haben. Vielleicht spielt diese Person Schach. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass ein gesundheitliches Thema diesen Menschen hat bescheiden werden lassen. Hier ist jemand endlich, endlich bescheiden geworden. Warum sage ich endlich? Weil man ganz schön abgehoben war. Hier, richtig abgehoben. Man hat auch so auf andere herablassend so runtergesehen, wenn man irgendwie so kein Geld hatte oder aus ärmlichen Verhältnissen kam oder keine Markenartikel getragen hat oder ich sage doch, hier hat jemand wirklich einen Ego-Tod erlebt. Und eine ein Krankheitsthema könnte ihn oder sie humbled, sagt man im Englischen, humbled him, humbled her. Also hat, ich sage ja, hat jemanden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es nicht krankheitsbedingt ist, dann kann es sein, dass es eine signifikante Person hat. Also irgendwann trifft man ja auf seinen Meister oder auf die Meisterin. Und diese Person muss mit ihm, mit ihr so ein böses, das kann Karma sein. Er oder sie hat sein, ihr Karma volle Lotte abbekommen und dadurch wurde man umgenockt. Hier, wurde regelrecht umgenockt. Das heißt, er oder sie könnte vielleicht hier so, sag ja, Macho, wer bist du schon? Vielleicht so viele Frauen, viele Männer gehabt haben. So, sag ja, sehr abgehoben, arrogant. Und dann ist man, hat man sich vielleicht verliebt in jemanden und das war Karma. Das Universum, die Weltkarte, hat ihm, ihr eine Person geschickt, der oder die hat ihn finanziell, hier, richtig finanziell ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. hat ihn wirklich, hat sie oder ihn Schachmatt gelegt. Wirklich. Und das war, um zu lernen. Hat das Ego gebrochen. Das war hier, wie man so schön sagt, ein Arschengel. Das Universum hat ihm ihr eine Lektion erteilt. Durch eine andere Person. Das heißt, man ist, hier ist man einer Person begegnet, die noch schlimmer war als er oder als sie. Auch so, auch so, arrogant, status, geldbezogen, überheblich, arrogant, über Leichen, vielleicht andere, belogen, betrogen, hintergangen, Spielchen gespielt, weil hier ist Strategie. Schach. Hat mit Menschen Schach gespielt, wie Schachfiguren benutzt. Und irgendwann ist man jemandem begegnet und diese Person ist noch schlimmer. Man ist praktisch, man ist dem eigenen selbst begegnet, nur nochmal in schlimmer, schlimmere Version. Aber jetzt hat man dazugelernt, auch wenn das jetzt alles ganz krass klingt, was ich dir sage. Wenn du jetzt diesen Menschen kennenlernst, okay, wenn es ein neuer Mann ist, eine neue Frau ist, jetzt ist man nicht mehr so. Jetzt ist man genau das Gegenteil, wirklich. Hier hat sich jemand aufs Extremste, aufs Extremste transformiert. Jetzt ist man bodenständig, man geht mit Gefühlen, so beherzt um, mit Geld, so alles bodenständig. Bodenhaftung, bodenständig, Respekt vor anderen, andere Menschen und Lebewesen und die Umwelt respektvoll behandeln. Aber erst nach dem Schachmatt. Und ich muss dir sagen, es ist weiterhin, diese Person ist weiterhin sehr erfolgreich. Also es ist wirklich sehr erfolgreich, das muss ich schon sagen. Er oder sie könnte tatsächlich, ich kann es nicht ausschließen, dass dieser Mann, diese Frau, entweder aus einem guten Stall kommt, also sprich, die Familie könnte sehr wohlhabend sein oder ist finanziell sehr, sehr gut gestellt. Oder man selber hat viel Erfolg, viel Status, viel Macht, viel Geld. Das ist jetzt nur für eine ganz bestimmte Reisegruppe, weil ich habe hier das zweite Haus, Stier und dann habe ich den Turm mit den Fischen. Weißt du, diese Person könnte wirklich auch so einiges an Geld haben, Aktien. Aber jetzt ist man bescheiden. Jetzt ist man bescheiden. Jetzt spendet man ehrenamtlich. Alles das. Das Universum hat ihm ihr eine Lektion erteilt. Und du bist jetzt, weil ich habe your wish, ja, du bist jetzt die Manifestation. Du bist jetzt die Person, du hättest früher, vorher, früher, vielleicht, wenn es ein Ex ist, dann war genau das das Problem. Deshalb hast du vielleicht die Sache beendet, okay? Aber wenn es jemand Neues ist, du hättest früher, so wie er früher war, wie sie früher war, überhaupt nicht zu ihm, zu ihr gepasst. Null. Diese Person hätte dir noch nicht mal eine Chance gegeben, weil du ihm, ihr vielleicht nicht schön genug, nicht reich genug, nicht arrogant genug, nicht in den besten Kreisen bist, nichts was vorzuweisen hast. Jetzt hat man gelernt und deshalb sieht man dich. Jetzt möchte man sogar eher einen Menschen, der authentisch ist, der lieb ist, spirituell ist oder religiös ist, der Tiere, Mensch und Umwelt respektiert, hier weiß, worauf es im Leben ankommt, überhaupt nicht so geldbezogen ist, harmonisch ist, bodenständig, entschleunigt, und nicht irgendwie strategisch oder so, so die Gefühle sind gesetzt, moderat, finanziell auch, nicht zu viel, nicht zu wenig, so, ne, nicht so saus und braus, aber auch nicht so gierig, sondern moderat. Diese Person begegnet dir jetzt erst oder wird dir im nächsten in einer Periode zwischen neun bis zwölf Monaten begegnen, wenn es jemand Neues ist, weil ihr jetzt matcht, davor habt ihr nicht gematcht, jetzt matcht ihr und jetzt bist du die Wunscherfüllung. Du erfüllst genau diesen Wunsch, so wie du bist, wirklich, mit allem, was dazu gehört, bist du jetzt genau die Person, die man sich wünscht. aber so wie du bist, hätte man sich früher einen Menschen nicht gewünscht. Früher, hab ich ja gesagt, hat man ganz andere Werte gehabt. Deshalb, jetzt ist es ein toller Mensch, wirklich, jetzt ist es wirklich ein toller Mensch. Oh, mein Schatz, guck mal, oh, mein Schatz, diese Person will endlich auch ankommen. Das hatte ich auch in Stapel 1, diese Person will endlich ankommen. Das wird eine ernste Partnerschaft zwischen euch. Auch in Stapel 1 hatte ich das, weil wir hier Stier haben, hier, Stier, das steht für wirklich treue Loyalität, das ist was Festes. Guck mal hier, Promises, das wird was Ernstes zwischen euch, mein Schatz. Diese Person meint es wirklich ernst, man ist jetzt anders als früher, wirklich. Man ist total anders als früher. Früher hat man, so sag ja, vielleicht hat man so viele Weiber, viele Männer gehabt und so kein, so Versprechen gebrochen, weil ich hab ja hier sehr strategisch, guck hier, Schachbrett. Aber seit ihm oder ihr dieser Mann, diese Frau passiert ist, oder vielleicht ist es, sag ja auch, kann auch eine Krankheit sein, jetzt seitdem ist alles anders. Wirklich, Ego, Tod, der Superlative. Hier war der Fall. Die ganze Zeit war man im Hochmut und dann kam der Fall und seit dem Fall sich völlig transformiert, liest plötzlich spirituelle Bücher, liest plötzlich Psychologie, Philosophie, Religion und seitdem hat man sich verändert. Guck mal hier, schon wieder, reiches Mädchen, Gefängnis, siehst du? Dieser Mann, diese Frau, kommt entweder tatsächlich, also ist aus privilegierten, stammt aus einem privilegierten Zuhause, stammt aus einer privilegierten Familie und es wurde ihm ihr so beigebracht. Man war gefangen in dieser Sicht der Dinge. Status, Geld, Ego, nach mir die Sintflut, so wie ich es will und kein Respekt, Arroganz, versnobbt. Kam vielleicht aus dieser Welt. Man war gefangen, aber das, das hat sich jetzt gelöst. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt finito, vorbei. Seit einem Schicksalsschlag oder seitdem man gelernt hat, dass man sich alle vergrault hat. Und bei wieder anderen, wenn man nicht aus einem guten Stall kommt, weil ich habe ja gesagt, bei einigen kann es sogar sein, dass jemand über die Verhältnisse hinaus gelebt hat und dann vielleicht sogar Insolvenz anmelden musste oder nur um anzugeben. Jetzt hat man daraus gelernt. Und der Grund, warum man das gemacht hat, weil man falsche Werte hatte hier. Um die selbst, um die Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Hier hat jemand etwas versucht, etwas zu kompensieren und kam dann aus dieser Rolle nicht mehr raus. Auch wenn man wusste, so dieses ich komme nicht mehr raus. Die Leute, die sehen mich jetzt so, die denken, ich habe Geld, ich komme da nicht mehr raus. war wie ein Gefängnis. Und vielleicht hat man sich gewünscht, dass man da befreit wird und dann ist etwas passiert, ping, ping, pong, pong, pau und dann war man gezwungen. Diese Frau, dieser Mann wurde gezwungen, aus diesem Reichtum, Prestige, Marken, versnobbt, Arroganz, überheblich, Hochmut, schneller, weiter, höher, besser, alle anderen sind nichts wert, wenn du nichts hast und dann bist du nichts. Ist irgendwas passiert und dann wurde man befreit. Vielleicht wollte man befreit werden und dann ist was passiert und dann wurde man endlich befreit. Und jetzt hat man, jetzt lebt man ganz anders. Guck dir das mal an, du, wie die Karten reden. Noch mal die Bestätigung. Noch mal die Bestätigung. Entweder ausgebrochen aus der Erziehung, dann kennt man das einfach nicht anders. Dann ist man einfach so erzogen worden und stammt eben aus solchen Kreisen oder man hat sich das eingebildet, dass nur das einen Wert hat im Leben. Child Eternal Determination to remain young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eyes. Ja, siehst du, das ist, aber weil man auch irgendwo eine gewisse Veranlagung hatte, auch die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können. Es ist, als ob dieser Mann, diese Frau wieder zum Kind gemacht worden ist, um wieder von vorne anzufangen. Wie eine Läuterung, eigentlich eine Läuterung, muss ich dazu sagen. Diese Person wurde geläutert. Geläutert bedeutet gereinigt die Seele, als ob die Seele gereinigt worden ist. Und jetzt plötzlich, hier könnte jemand zum Beispiel, ich sag ja, hier ist jemand tatsächlich auch engagiert, hilft Kindern und Organisationen, hilft Tieren, hilft Schwächeren, ja, kümmert sich um Umwelt, Tier, Kinder, Kranke, arme Menschen, ist sehr engagiert und wo man früher kein Auge dafür hatte, weil man es als uninteressant, weil man zu arrogant dafür war, jetzt plötzlich sieht man die kleinen Dinge. Endlich kann man, sieht man die Details und die kleinen Dinge des Lebens und lernt, diese Dinge wert zu schätzen. Hier hast du jetzt, wenn du diesen Mann, diese Frau erst noch kennenlernst, wenn es nicht ein Ex ist oder eine Ex, dann hast du hier einen Mann, eine Frau, Frau, der die wirklich dich jetzt, jetzt auf Händen tragen wird, dich wertschätzt, weiß, weiß, was man jetzt hat, früher nicht, jetzt weiß man, was man, was eine Beziehung bedeutet, was Liebe bedeutet, Authentizität bedeutet, Ehrlichkeit, Loyalität, Treue, sehr treu, hier, Stier mit dem Ring, sehr treu, der Schaman, Lunatic, Insights, Kosmos, guck hier, hier, der Schamane, hier so, Lunatic bedeutet so, Stimmungsschwankungen, ein bisschen crazy im Kopf, aber jetzt, Insights, jetzt hat man Wissen erlangt, ne, hier aus dem Kosmos, also sprich, das Universum, guck mal hier, bin ich verrückt, oder ist es der Mond, ja, sag ja, und der Mond, in der vedischen Astrologie, the mind, the moon is the mind, sag doch, jemand, jemandens, oder diese Person, hat wirklich ein Brainwash, der Superlative erlebt, wie eine neue Persönlichkeit, durch und durch, das passiert sehr selten, aber ich sag euch ja, der Stier ist ja genau gegenüber von Skorpion, ach, das Haus. Hier habe ich eine Person, ich habe hier alle möglichen Haarfarben, aber bei einigen von euch kann es sein, dass diese Person gerne die Haarfarbe wechselt. Öfter mal, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich hier auch ein bisschen die alternative Szene reinbekomme, kann es durchaus sein, dass diese Person sich auch mal so ausgefallene Haarfarben hat, wie wirklich wie lila oder rosa oder blau oder grün, okay. Ich habe hier auch, dass man sich eventuell für Schamanismus auch interessiert, mit Spiritualität, vielleicht hat man damit für solche Dinge früher überhaupt keinen Wert gelegt, als für Humbug erachtet, auch das hat sich geändert. Hier, hier lauscht jetzt endlich jemand an die Intu, äh, an der eigenen Intuition, ja. Früher war alles so 3D, jetzt plötzlich beschäftigt man sich mit 5D. Ich habe hier die Mondsichel und da die Mondsichel. Das dritte Auge, das dritte Auge dieses Mannes, dieser Frau hat sich ganz stark geöffnet. Und es kann sein, dass vielleicht ist man noch mittendrin, aber da kannst du ihm, ihr ja helfen. Vielleicht ist das auch der Grund, weil man, man hat dich manifestiert. Wenn du in sein, ihr Leben kommst, hat man dich manifestiert. Du bist der Wunsch, du bist die Wunscherfüllung. Vielleicht hat man sich jemanden gewünscht, der ihm, ihr, alles das erklären kann. Vielleicht ist jemand noch am Anfang, beschäftigt sich jetzt ganz frisch erst mit Spiritualität und kennt sich damit noch nicht so gut aus und versteht vieles nicht. Manchmal denkt man so, hä, will ich mir das alles nur einkommen? Hm, ich weiß nicht, ist das nicht doch alles Einbildung und Humbug? Und das ist etwas, wo du ihm, ihr, helfen kannst, weil hier steht, hier ist nochmal die Mondsichel. Die Mondsichel steht für Intuition, Weissagung, Divination. Intuition. Hier, bin ich verrückt oder ist es der Mond? Ja. Weil diese Er-Sie könnte vielleicht auch seine, seine, ihre Hellsichtigkeit, ist vielleicht auch am Entdecken der Hellsichtigkeit, wird gerade, bekommt gerade einen Download von oben. So ein bisschen verträumt, und ich habe euch gesagt, hat eine Neigung zur Melancholie. Der Grund ist, ist aber immer noch, wegen der Schuldgefühle von früher, weil man halt vorher so war, wie man war. Venus Love, guck mal, oh mein Schatz, das wird eine tiefe, tiefe, tiefe Liebe. Aber die Venus steht auch für Luxury. Diese Person könnte, sag ich ja, entweder kommen wir aus einem guten Stall, also man kommt aus einer privilegierten Familie, oder man selber hat eben durch Job mäßig, irgendwie viel Geld. Aber die Venus, die Venus kann auch dafür stehen, dass jemand hier viele Liebhaber hatte, die Liebe nicht ernst genommen hat. Alles das wird sich jetzt, oder hat sich, wird sich ändern, hat sich verändert. Hier habe ich den Ring. Das wird zwischen euch, wird das wirklich Liebe sein. Echte Liebe. So richtig, echte, wahre Liebe. Wie zwei, so ihr werdet, eure Liebe wird auch sehr rein sein. So, keine Spielchen spielen, oder so mein, zum Beispiel im ersten Stapel, da hatte ich so, so, Machtkämpfe und so, das habe ich hier nicht. Das ist sehr harmonisch, eine sehr harmonieliebende Person, und das ist ja Venus. Venus steht für Harmonie. Ich habe zweimal, und Taurus steht auch für die Venus. Also, es ist, als ob die Venus bei diesem Mann, bei dieser Frau, sehr aktiv geworden ist. Und finanziell, also wenn man nicht schon, äh, finanziell gut dasteht, dann habe ich hier, dass dieser Mann, diese Frau, auch finanziell, ist zu, wirklich, zu viel, viel bringt, sehr viel bringt, wenn man nicht, wenn man das nicht schon hat. Guck hier, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig, und gehe einen Schritt auf seinen Wunschpartner zu. Früher konnte man seine Gefühle nicht ausdrücken, auch ausdrücken, auch jetzt, guck, Venus, Harmonie, Taurus, plötzlich, jetzt hat dieser Mann, diese Frau, keine Angst mehr, Gefühle zu zeigen, und zu sein, ihren Gefühlen zu stehen. Wirklich. Das ist wunderschön, mein Schatz. Oh, okay. Hier könnte jemand, das kann auch sein, weil man so angegeben hat, mit dem, was man hat, Venus, weil Venus steht auch für Schönheit, für Aussehen. Diese Person könnte sehr, sehr gut aussehen, sehr gut, ja, wirklich, sehr gutes Aussehen haben, und irgendwann fingen dann die Leute an, weil ich habe hier so, ja, so, wie sagt man, ach, hier könnte jemand auch belästigt worden sein, ja, so, so sexuelle Belästigung erlebt haben, irgendwas, und das hat ihn oder sie tatsächlich, ähm, auch nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Hier könnte jemand zum Beispiel so, so lauter, so Nachrichten bekommen haben, und dann hat man festgestellt, wie oberflächlich das alles ist. Weißt du? Alles dreht er sich nur um, schnicki, schnacki, so kurze Affären, erotische Affären, und dann, und gut ist, das alles will man nicht mehr. Flexibility, Flexibilität, und dann sehen wir einen Tiger. Wenn ich weg bin, bin ich am Channeln. Ich bin Tiger. Ich glaube, dass das, das ist, wie man vorher war. Fressen oder gefressen werden, so, das war sein, ihr Motto, früher, jetzt nicht mehr. Humboldt, hier wurde man gehumboldt, das im Deutschen gibt es, glaube ich, keinen, weil das im Englischen ist, ist ein schöner Ausdruck, weil, weil eigentlich bedeutet, das ist wie ein Adjektiv, dass jemand bescheiden gemacht worden ist, so wäre die eigentliche Übersetzung, ja. So, has been humbled, wurde, wurde bescheiden gemacht. Fressen oder gefressen, lassen werden hier, ne, so, Schachmatt, Machtkämpfe, so, Status, Geld, Macht, Ähm, Affären, Prestige, Arroganz, Scheinwelt, Hedonismus, furchtbar. Buh, Buh, Richtig Gänsehaut. Aber alles das, auch wenn ich jetzt, ich kriege es halt rein, wie ich es reinbekomme, Maincharts, ja. Aber alles das liegt nun zurück, hat man hinter sich gebracht. Du wirst gebraucht, dieser Mensch braucht dich, dieser Mann, diese Frau braucht dich in seinem, ihrem Leben. Und der Zeitpunkt ist richtig. Wenn ihr euch kennenlernt, ist der Zeitpunkt genau richtig. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt im Leben dieses Mannes, im Leben dieser Frau. Zum richtigen Zeitpunkt kommst du, mein Schatz. Du wirst ihm, ihr helfen, jetzt diesen weiteren Weg zu gehen. Weißt du, jetzt hat dieser Ego-Tod stattgefunden. Und jetzt geht es darum, weiterzugehen. Und diesen Weg geht man jetzt mit dir gemeinsam. Und das ist nicht nur irgendein kleines Weg, das wird eine ernste und liebevolle, sehr harmonische Partnerschaft. Wirklich. Und ich sage dir, dieser Mann, diese Frau sieht sehr, sehr gut aus. Wahnsinnig gut. Und wenn man nicht jetzt schon finanziell extrem gut dasteht, dann habe ich, ist man auf dem Weg dorthin. Wenn man im Saus und Braus gelebt hat, dann sehe ich, dass aber die Schulden beglichen sind und dass diese Person dabei ist, finanziell wieder auf sehr, sehr gute Beine zu kommen. So sage ich, zu dem Zeitpunkt, ich wiederhole es nochmal, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr euch kennenlernt, das ist jetzt, wenn es jemand Neues ist, ist das Timing genau richtig. Das heißt, man hat die Finanzen wieder in den Griff bekommen. Charakter, Mindset, habe ich euch hier alles gerade zu Genüge erzählt, wie man sich transformiert hat. Und jetzt bist du dran. Du kommst, du bist, seien ihre Wunscherfüllung, so wie du bist. man wird von dir viel lernen. Ja, das ist wie jemand, der jetzt lernt, ganz neu, sich neu zu erfinden als Mensch, aber mit anderen Werten, mit anderen Dingen. Okay. Und es wird eine tiefe, innige, tiefe Liebe, ernste Liebe. Und ich habe hier, das kann sogar in Heirat münden, wenn es eine Ex oder ein Ex ist, dann muss ich dir sagen, du wirst eine Weile skeptisch sein, aber ich muss ja davon ausgehen, oder beziehungsweise sehen, was die Karten noch sagen. Und hier sehe ich, dass die Karten davon sprechen, dass ihr zwei es wieder miteinander versuchen werdet. Einige von euch werden sogar auch den Schritt zum Altar wagen oder den Schritt zum Standesamt wagen. Okay. Bis hin sogar auch Familiengründung, weil ich auch hier das Kind habe, Child. Aber das Universum will scheinbar wirklich, dass du weißt, was vor deiner Zeit bei ihm, bei ihr gewesen ist. Man wird es dir auch erzählen, denn er, sie wird es dir erzählen. Deshalb wirst du vielleicht auch skeptisch sein. So dieses, oh Gott, kann sich jemand wirklich so stark verändern? Hm, das bezweifle ich. Nein, aber es ist wichtig. Vielleicht musst du dir genau deshalb jetzt diese Legung anschauen. Denn er, sie wird dir von all dem erzählen. Ganz und ehrlich sein. Und du könntest es dir zunichte machen, weil du ihm, ihr vielleicht nicht traust, dass man sich so derart verändern kann. Aber ich kann dir bestätigen, diese Person ist tatsächlich, hat sich verändert. Ist nicht mehr wie früher. Okay? Also du kannst das ruhig annehmen. Deshalb musste ich dir das wahrscheinlich alles so ausführlich erzählen, wie man früher war, damit du, weil du skeptisch sein wirst, damit du hier diesen Mann, diese Frau nicht abweist. Denn du wirst gebraucht. Man hat dich manifestiert. Du bist sein, ihr Wunsch. Und man braucht dich. Man braucht dich jetzt für den nächsten, für den nächsten Lebensabschnitt. So diesen, den spirituellen Weg gehen. Die Spiritualität zu verstehen. Denn das, was er oder sie noch nicht so richtig kann, verstehen kann, ist so, die Dinge anzunehmen. So die 5D-Ebene. Was hat es mit Intuition, Hellsichtigkeit, Seelengefährten? Was hat es damit auf sich? Und es fällt ihm, ihr noch schwer, das zu verstehen, zu akzeptieren. Manchmal hat man Angst, ob man sich das alles nur einbildet. Und du kannst ihm, ihr dabei helfen. Bei der Sicht der Dinge. Und du bist eine Wunscherfüllung für ihn, für sie. Wirklich, mein Schatz. Ist wunderschön. Traumhaft schön. Wunderbar, mein Schatz. Ja, dann würde ich sagen, das hört sich doch mal sehr schön an, auch wenn das jetzt eine sehr ausführliche Legung war, über wie man früher einmal war. Aber das spielt eine große Rolle. Es ist wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du alles das jetzt heute gehört hast. Sonst hättest du ihm, ihr vielleicht gar keine Chance gegeben, weil du bezweifelt hättest, ob jemand sich tatsächlich so derart verändern kann. So, hier habe ich jetzt Stapel Nummer 3. Aber ich muss jetzt eine kurze Pause einlegen. Du wirst davon nichts merken, weil ich es ja rausschneide. Aber ich muss ganz dringend vorhin, mein Schatz, ganz dringend. Hier, der heißt der, der lässt. Der klingelt. Ding dong, ding dong, ding dong. Also, mein Engel, du kriegst davon nichts mit. Ich mache jetzt mal kurz die Kamera aus. Geh mal für kleine, kleine Königstiger. Und dann geht's mit Stapel Nummer 3 weiter. Okay? Dann bis gleich, mein Schatz, in deinem Stapel Nummer 3. So, mein Schatz. Ich werde kurz mal mein Geschäft hier machen. Und jetzt gucken wir mal. What habe du da? Was hast du denn für ein schönes Ding? Geh mal für ein schönes Ding? Ups. Ne, die Karte ist noch nicht dran. Oh, mein Gott. Born to be wild. Das ist ein Stapel 1. Oh, die ist eine ganz wilde Person. Hier hast du Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe. Hier könnte jemand auch signifikant Schütze in der Chart haben. Diese Person könnte tatsächlich sprichwörtlich Motorrad fahren oder ein Faible für Motorräder haben. Jedweder Art oder auch für Autos. Vielleicht arbeitet man in der, vielleicht ist man Kfz-Mechaniker oder Mechanikerin. Vielleicht arbeitet man da in diesen Bereichen. Irgendwas am Tüfteln. Hier könnte jemand Hobby-Tüftler sein. Ich kann auch Mann oder Frau. Es gibt auch Frauen, die das machen. Nicht nur Männer. Sehr freiheitsliebend. Beim Ritter der Stäbe, da muss man immer ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ich weiß, das heißt jetzt nicht so gerne. Ist mir klar. Wir müssen ja mal gucken. Jeder Mensch ist ja auch in der Lage, sich zu verändern. Wenn du Stapel 2 gesehen hast, dann weißt du, dass es tatsächlich möglich ist. Aber jetzt nur der Ritter der Stäbe. Das ist jemand, der mal eben da, dann wieder weg. Macht, was er will. Diese Person macht, was sie will. Er oder sie. Ist egal. So. Ist schwer. Also dem Ritter der Stäbe fällt es sehr schwer, sich zu binden. Okay? So schnell wie man da ist, so schnell ist man noch wieder weg. Und das ist egal, ob Mann oder Frau. Okay? Liebt seine, ihre Freiheit. Aber alles das kann sich ja ändern. Und hier so sehr, so sehr laut und setzt sich durch. Und so sehr vorlaut. Könnte so, ähm. 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 Ja. Der Ritter der Stäbe hat manchmal eine Neigung, ähm. Nicht, nicht drüber nachzudenken, was man ausspricht. Okay? So bringt ein bisschen Unreife mit. Also es kann sein, weil ich den Ritter habe, dass zwischen euch auch ein Altersunterschied eine Rolle spielt. Okay? Also entweder bist du, wenn es nicht das Alter ist, dann ist es die Reife. Entweder bist du wesentlich reifer als er oder sie. Ja? Oder es ist tatsächlich ein Altersunterschied, der hier eine Rolle spielt. Hier sehen wir einen Fuchs. Ein Fuchs kann auch für Vorsicht stehen. Diese Person ist vielleicht ein bisschen ungehalten. So, ähm. Ja, so ein Hitzkopf. Ja, ein bisschen hitzköpfig. So. Achtet nicht so ein bisschen. So müsste ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Ja. Aber schauen wir mal. Wir schauen. Wir schauen mal. Rock bottom. Oh. Karma. Jail. Legal issues. Life falling apart. Oh, oh, oh. Diese Person hat sich schon mal angelegt. Mit irgendwem. Und hat vielleicht sogar auch irgendwas rechtliches laufen. Irgendjemand hat diese Person vielleicht verklagt. Vielleicht sag ich euch. Vielleicht ist jemand ein bisschen unvorsichtig auch. Ja? Mit den Dingen. Wenn man in Beziehung war, vielleicht ist man so ein bisschen ungehalten. Vielleicht hat man ein Kind mit jemandem und kümmert sich nicht drum. Dann hat man hier einen Sorgerechtsstreitfall. Oder vielleicht, ja, vielleicht, kann auch, kann auch, kann auch, kann auch, kann auch eine Bagatellen sein. Diese Person könnte ständig zum Beispiel über, zu schnell fahren. Und hat einmal zu viel, ist einmal zu viel zu schnell gefahren. Weil hier, ich habe hier rock bottom. Rock bottom bedeutet, wenn du mal so den Boden küssen musst, ja. So richtig mal auf den Boden knallst. Auf den Boden der Tatsachen kommst. Und kann sein, dass man ihm, ihr, den Führerschein entnommen hat. Ob es jetzt Motorradführerschein ist oder Autoführerschein. Also so. Und das ist Karma. Ich habe hier Karma. Irgendjemand, diese Person bekommt jetzt gerade sein, ihr Karma ab. Bekommt eine Lektion erteilt. Und das Verrückte ist, das ist nämlich das Witzige. In Stapel 2. Vielleicht hängen die miteinander zusammen. In Stapel 2 ist die Person mal früher so gewesen. Hat sich aber dann verändert. Deshalb vielleicht steht auch Stapel 2 in Verbindung. Guck mal, hier habe ich Schicksal. Destiny. The reunion with your twin flame is a destined event. Und auch wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, Sensitiva, wie jetzt? Hat sich hier mit dem Gesetz angelegt. Und Sorgerechtstreit eventuell. Und ist rücksichtslos und vorlaut. Und so ein bisschen. Ja, aber diese Person erreicht ja jetzt so einen Bomb. hat jetzt, bekommt jetzt einen von Latz. Okay? Und das ist Schicksal. Da kommst du ins Spiel. Warum auch immer. Werden wir gleich sehen. Hier. Da kommst du ins Spiel. Das ist nämlich, das, weil, weil das Universum sagt, es muss einen Grund geben dafür. Das Universum sagt, die Vereinigung mit deiner Zwillingsseele ist ein, ähm, ein schicksalhaftes Event. Das ist schicksalhaftes Schicksal, das ihr euch trefft. Und du wirst diese Person, du könntest auch, ähm, wenn ihr euch kennenlernt, könnte man dir sagen, Ja, ja, ich habe, muss den Führerschein abgeben für eine Weile. Ja, die haben mich rausgekickt aus der Firma. Meine Frau hat mich rausgeschmissen. Mein Mann hat mich rausgeschmissen. Oder ich bin aus der Wohnung geflogen. Oder, verstehst du, wie ich meine? Also, es können sogar ganz viele Baustellen auf einmal sein. Und alles das, weil es Karma ist. Diese Person hat jetzt mit Karma zu tun. Und dass du ihm ihr begegnest, ist Schicksal. Warum, was sagt, wieso? Das müssen wir jetzt herausfinden. Das gibt es doch gar nicht. Und wieder, hier, karmic friends. Ihr seid, ihr habt karmische Freunde. Can't fully trust them. Tension, secret competition. Keep your friends close and your enemies closer. Oh, mein Schatz. Mh, weil, das ist hier, Der Ritter der Stäbe ist nicht unbedingt bekannt, treu zu sein. Dieser Mann, diese Frau, könnte was mit dem besten Freund, mit der besten Freundin des Partners, der Partnerin, ein Verhältnis gehabt haben. Weil ich habe hier Can't fully trust. Kannst nicht vollständig vertrauen. Kannst diesen nicht vollständig vertrauen. Heimliche, heimliche, ähm, heimlicher Wettbewerb. Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Okay. Also, so wie es aussieht, hat man eine Affäre gehabt. Mit, mit jemandem aus dem Freundeskreis, des Partners, der Partnerin. Und da ist jetzt, also da ist so richtig so Ping-Peng-Pung-Pau. Aber was spielst du jetzt für eine Rolle? Weil du, du, du spielst eine Rolle. Du bist Schicksal. Du bist sein Rikschaal. Ne? Weil diese Person bekommt jetzt Karma. Gerade, ganz frisch Karma. Wenn du in sein, ihr Leben kommst, bekommt man gerade sein, ihr, sein Karma. Ihr Karma. Diese Person könnte nämlich zum Beispiel, wenn man Single ist, also wenn man jetzt niemanden hat, dann könnte man ständig mit Verheirateten oder mit vergebenen Frauen oder Männern Affären haben. Und das könnte rausgekommen sein. Wenn es nicht rausgekommen ist, dann ist das jetzt einfach Karma. Dieser Mann oder diese Frau hat ständig, sage ich ja, Affären oder hat Beziehungen, weißt du so, Beziehungen gestört, kaputt gemacht. Weil man vielleicht auch sich etwas mit, sage ich doch, mit der besten Freundin der Frau oder der Partnerin oder dem besten Freund des Partners. Hier bekommt man jetzt ordentlich Karma ab. Illumination. Siehst du, es ist etwas rausgekommen. Illumination. Something hidden is coming to light now. You find out about new jobs, opportunity and options. Someone lends you a helping hand. Also, ich muss es natürlich in den Kontext lesen, okay? Etwas ist herausgekommen, definitiv. Und es ist sogar möglich, dass diese Person jetzt alles verloren hat. Alles. Hier muss man, aber man bekommt Hilfe, ja? Und da, ach, da könntest du jetzt eine Rolle spielen. Ah, okay. Du könntest die Person sein. Du, das kann jemand aus deinem Freundeskreis sein. Das kann jemand sein, den du bereits kennst. Ihr wart noch nie zusammen, aber ihr könntet euch kennen. Okay. Weil ich habe hier, du könntest dieser Person vielleicht aushelfen. Vielleicht muss man aus der Wohnung, weißt du, wurde man aus der Wohnung geschmissen, im Job rausgeschmissen. Vielleicht fällst du ihm, ihr zu einem Job. Oder vielleicht kann man bei dir eine Weile übernachten. Oder du hilfst ihm, ihr eine Wohnung zu finden. Du könntest die, weil du, das ist hier Schicksal. So nach dem Motto, man bekommt zwar Karma, aber im Grunde ist man kein wirklich schlechter Mensch. Man ist nur ungestüm. Und meint, dass man mit allem davon kommt. Wie ein Kind. Man ist wie ein Kind. Ist ja ein Ritter. Ist ja kein King. Ist ja kein König. Ist ja ein Ritter. Und ist unvorsichtig. Das habe ich hier, den Fuchs. Und aufgrund dieser Hitzköpfigkeit, Unvorsichtigkeit. Ach, wird schon gut gehen. So, ich bin damit immer durchgekommen. Ich mache, was ich will. Dreh, drah, dralala. So, jetzt ist man ordentlich auf die Nase gefallen. Und dann könnte man alles, Kind, Haus, Hof, alles verloren haben. Aber weil man jetzt nicht ganz so ein schlimmer, böser Mensch ist, wirst du ihm ihr geschickt, um dieser Person aus der Patsche zu helfen. Und das ist der Moment, wo ihr euch ineinander verliebt. Weil ich habe hier, guck hier. Life falling apart. Das Leben fällt gerade, das Leben dieses Mannes, dieser Frau fällt gerade auseinander. Also entweder ist es ein neuer Arbeitskollege, ein neuer Arbeitskollegin. Oder vielleicht arbeitest du in einer Personalabteilung und verschaffst ihm ihren Job. Oder es ist jemand aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, auch das kann es sein. Oder du bist, weiß ich nicht, vielleicht bist du eine beratende Person. Du berätst Leute und diese Person kommt zu dir und du hilfst ihm, ihr. In existenziellen Fragen, kann auch sogar juristisch sein, juristischen Fragen. Das könnte zum Beispiel auch ein Mandant, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht arbeitest du in einer Kanzlei, nur als Beispiel. Ja, selbst wenn du jetzt kein Anwalt, keine Anwältin bist, nicht alle arbeiten als Anwalt oder Anwältin, aber du konntest trotzdem in einer Kanzlei arbeiten, dann kann das jetzt ein Mandant sein, der mit dir, die mit dir flirtet. Und diese Person muss jetzt, ja, das ist Karma, bekommt jetzt sein, ihr Karma. Und dein Chef, dein Anwalt, also Chefanwalt oder Chefanwältin, du, vielleicht bist du für die Akte zuständig oder so, okay, sitzt am Empfang. Und diese Person erzählt dir dann einen Schwank aus dem Leben. Vielleicht kennst du sogar die Geschichte, weil du die Akte auch gelesen hast, okay. Und zwischen euch entwickelt sich etwas. Diese Person hat Löwe Schütze wieder in der Chart, aber ganz besonders Schütze. Denn der Ritter der Münzen, äh, der Ritter der Stäbe steht halt eben für Schütze. Ritter steht auch fürs Reisen, diese Person könnte auch viel reisen, diese Person könnte vielleicht entweder frisch umgezogen sein oder muss umziehen. Guck hier, Konflikte da, siehst du? Konflikte. Ui, ui, ui. Jetzt sagst du, oh Gott, sind sie tiefer, nee, den will ich... Warte doch mal ab. Im Stapel 1 fing das auch so total blöd an. Und dann ist es in die schönste Liebesgeschichte der Welt geändert. Ich kann nicht ausschließen, dass es bei einigen von euch der Ex, die Ex ist, okay. Das kann sein. Kann ich nicht ausschließen. Kann ich nicht ausschließen, dass das eine Person ist, mit der du beef hast oder beef hattest. Und dass sie euch wieder versöhnt. Und ich weiß nicht, wer von euch beiden was angestellt hat. Ich hab hier helle Augen. Blaue Augen könnten eine große Rolle spielen. Auch helle Haare, vielleicht so hell, so blaue Augen, hellbraune Haare. Weil ich hab hier so rotbraun, hellbraun, aber auch dunkle Haare. Weil ich hab hier auch, guck, so hellbraun. Wenn es eine Frau ist, dann krieg ich gerade rein, dass das so... Jetzt kriegt ihr Männer bestimmt die Krise. Auch hier Frauen, wenn ihr auf Frauen steht. Ich krieg hier so ein bisschen Johnny Depp und Amber Heard rein. Das könnte so eine Amber sein. Kennt ihr die Amber? Oh mein Gott. Die sieht aus wie ein Engel, hat aber die Seele eines Teufels. Schön, schön, schön wie die Sterne. Aber das Herz eines Monsters, wirklich. Das könnte so etwas sein, okay? Kann auch für einen Mann stehen. Aber ich hab hier so... Also wenn ihr euch kennt, dann kann das euer Konflikt jetzt sein. Dann ist dir irgendwas vorgefallen. Vielleicht hat sie hier eine Affäre und ist rausgekommen. Oder ach Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich hab hier, guck mal, lauter Leute und ach, du lieber Gott. Weil der Fuchs sagt immer, Vorsicht, Vorsicht. Und wenn es jemand Neues ist, sag ich ja, dann ist das alles in seinem, ihrem Leben passiert. Aber rock bottom, das war, vielleicht war das, musste das jetzt. Hier ist jemand wirklich gegen die Wand gerannt. So lachend in die Kreissäge, wie man so schön sagt. Guck. Lachend in die Kreissäge, regelrecht mit 280 Sachen lachend in die Kreissäge gerast. Und dann hit rock bottom. Hier, direkt in jail, ins Gefängnis. Das kann auch ein karmisches Gefängnis sein. Aber irgendwas ist hier. Legal issues. Es kann ein Rosenkrieg sein. Wenn du ihn, sie kennenlernst, könnte man dir erzählen, ja, ich hab gerade einen Rosenkrieg. Aber ich muss dir sagen, er oder sie ist nicht ganz unschuldig daran, okay? Also nicht, weil da sind wir immer ganz, wir sind immer ganz schnell dabei, dass immer der andere, die andere Partnerin, andere Partner, aber der Böse, die Bösewicht ist der Bösewicht. Es können immer zwei dazu. Deshalb, ich bin immer vorsichtig, wenn mir jemand sagt, ja, meine Ex und meine Ex so und so und so, wenn man über den Ex oder die Ex so ganz, ganz böse, richtig böse hetzt und lästert. It takes two to tango. Es können immer zwei dazu, okay? Guck hier, the end. The end. Es ist zu Ende. Zwischen den beiden ist es zu Ende. Du, wenn du diesen Mann, diese Frau kennenlernst, dann ist hier etwas zu Ende gegangen. Aber die Rollen können noch vertauscht sein, okay? Das muss ich fairerweise auch sagen. Dann kann es sein, dass man jetzt so drauf ist, weil man herausgefunden hat, dass die Partnerin der Partner fremdgegangen ist. Dann ist man ausgerastet. Das kann auch sein. Der Single, der dir begegnet, ja, Mann wie Frau, ist jetzt so voll auf diesem Trip hier. So, dieses so, so Midlife-Crisis, weißt du, so. Der Partner, die Partnerin hat ihn oder sie belogen, betrogen, hintergangen. Und jetzt so, jetzt sind man auf Rache, okay? Deshalb, es kann auch genau andersrum sein. Er, sie, könnte sie oder ihn verklagen. Ich habe doch gesagt, ich kriege hier so ein bisschen Johnny Depp und Amber Heard. Habt ihr, habt ihr das, äh, den, den Fall verfolgt? Die, die, ähm, den, na, die Gerichtsverhandlung? Die gibt es ja auf YouTube zu sehen. Die geht ja Stunden und Stunden und Stunden, die Gerichtsverhandlung. Sehr spannend so zu sehen, wie die so ihre Korrodilsträhnchen rausdrücken kann. Unglaublich, diese Frau. Uah, furchtbar. Sagt ja, wunderschön. Aber, also, wirklich, die Ausgeburt des Bösen. Die Ausgeburt, Johnny Depp ist auch kein Kind von Traurigkeit. Wenn man, ne, so die Kirche im Dorf lassen. Aber diese Frau, oh my God. Wirklich. Also, Mensch, Schatz. Deshalb, es kann auch andersrum sein, dass diese Person jetzt am Ausrasten. Und es ist Schicksal. Du kommst genau richtig. Du kommst genau richtig im Leben dieses Mannes, weil man sonst total ausrasten würde. Wirklich. Hier sind jemand auf Rache, Eifersucht. Und hier könnte, ich sag dir, es ist etwas rausgekommen. Dieser Mann, diese Frau könnte ihm, ihr geholfen haben, auf die Beine zu kommen. Geld gegeben. Job gegeben. Wohnung gegeben. Die Familien, die Freunde und alles und dann. Und wurde aufs Schlimmste belogen, betrogen, hintergangen und ausgenommen in den Weihnachtsgans. Deshalb, das kann wirklich, die Rolle kann auch total vertauscht sein. So, Haarfarbe habe ich eigentlich alles. Von dunkel bis glatt, bis lockig, bis kurz, bis lang. Hellbraun kommt halt ganz stark durch. So hellbraune Haare oder rot, rote Haare, rotbraune Haare mit blauen Augen. Weil ich hier zweimal ganz große blaue Augen habe. Hier auch blaue Augen. Ich muss weiterschauen. Guck hier. Globe. Possibility. Das ist wirklich, eigentlich ein bisschen wie die Weltkarte. Hier will jemand jetzt sein Leben neu gestalten. Diese Person könnte sogar vielleicht darüber nachdenken, umzuziehen, auszuwandern. Vielleicht ist das, vielleicht lernt ihr euch auch genau deshalb kennen. Diese Person könnte nämlich in deine Stadt ziehen. Und wenn ihr euch kennenlernt, dann wirst du erfahren, ja, ich wollte bei Null anfangen. Ich habe dieser Frau, ich habe diesem Mann geholfen mit allem, was ich habe. Und hat mich dann mit einem Freund betrogen oder mit einer Freundin betrogen oder mit jemand anderem her. Und jetzt möchte man, hier, man ist jetzt bereit, so dieses, yeah, so ein bisschen Braveheart, Freiheit, weißt du? So dieses, yeah. Könnte sich jemand ein Tattoo gestochen lassen? Hier lässt sich jemand ein Tattoo stechen, fährt plötzlich, Motore hat, weißt du? So dieses, weil ich habe hier im Hintergrund, oh mein Gott, guck mal, oh mein Gott. Weil hier gibt es Leute, die machen sich jetzt Sorgen um ihn oder um sie. Weil man ausrastet. Oh mein Gott. Aber man möchte, hier, da. Jetzt möchte man reisen, weil Ritter, der Sterbe steht, ist auch die Reisekarte. Hier möchte jemand reisen, um die Welt reisen. So jetzt frei sein. Das steht auch hier, frei leben, frei sein. Neue Möglichkeiten ausschöpfen. Und dann kommst du, hier, Bumsfallra, Destiny, the Reunion with your Twin Flames, das ist wirklich eine Zwillingsfamme, das ist eine Zwillingsseele, Zwillingsseele, is a destined event. Das ist sehr schicksalhaft. Vielleicht, vielleicht ist es jetzt wichtig, dass du ihn oder sie heilst. Vielleicht wirst du ihm, ihr geschickt, um ihn oder sie zu heilen. Heilingsblech, Ledo. Moon in Pisces. Oh mein Gott. Diese Person könnte Mond in Fische haben. Und dann Wonder. Guck mal. Follow your dreams. Eine stark intuitive Person. Zwölftes Haus. Weil ich habe hier, ich habe, ich habe hier Gefängnis. Diese Person könnte wirklich auch Gefängniswärter sein. Oder Leute vielleicht verteidigen, die, die, ähm, hier, die verklagt worden sind, ja. Weil das zwölfte Haus steht für, sag ich ja, für Gefängnisse, steht aber auch für Krankenhäuser, steht für Reha, Klinik, steht für Musik. Zwölftes Haus steht auch für Heilung, für die Psyche, steht für Karma. Und hier haben wir Karma. Zwölftes Haus steht für Träume, Fantasie, Kreativität, Heilung. Ähm, auch für heimliche Affären. Steht auch für versteckte Feinde. Deshalb sage ich hier, diese Person könnte die ganze Zeit belogen betrogen worden sein von einer Person, die ihm, ihr eigentlich, der man am meisten vertraut hat. Ja. Ähm. Sehr gefühlvoll, ja. Sehr intuitiv. Sehr verletzlich. Und jetzt möchte man seinen Träumen, hier, den eigenen Träumen, so dieses, jetzt kümmere ich mich nur um mich. Nach mir die Sintflut. Aber es kann sein, dass man sich, ich sag ja, sich sehr, ähm, um diese Person gekümmert hat. Aber jetzt ist es hier finito. Da. The end. Time is up. Abgelaufen. Entweder sind die Karte dabei, es zu beenden, oder, ähm, es ist schon längst beendet. Und jetzt, es ist als ob diese Person sagt, so, jetzt will ich leben. Ähm, ich lass mir ein Tattoo stechen, ich mach einen Flugschein, Bootschein, Motorradschein, LKW-Schein, irgendwas für'n Schein. Ich will jetzt reisen, ich will frei sein, ich will die Welt sehen, Leute kennenlernen, ich denke jetzt nur an mich. Guck, man hat hier so ein, so ein, so ein Dingsschlüssel da in der Hand. Es ist als ob man im eigenen Leben etwas reparieren will. Und das steht auch für die Seele hier. Man möchte vielleicht auch die eigene Seele wieder reparieren. Und übrigens, zwölftes Haus, Fische steht auch für Tränen. Hier hat jemand vielleicht auch extrem viel geweint. La Maschera, die Maske. Guck mal hier. Guck mal hier, schon wieder. Hellbraune Haare und blaue Augen. Guck dir das mal an. Also entweder hast du das oder diese Frau, dieser Mann. Oder wer immer das ist. Also guck mal hier. Oh, hier Spinnen. Hier hat jemand eine Maske getragen. Das ist das, was ich meinte. Guck, vorne rum total wunderschön, aber dann hinter der Maske hässlich wie die Nacht. Das ist aber jetzt metaphorisch gemeint, weißt du? Hier könnt ihr, wie diese Amber Heard, wirklich. Ich krieg hier wirklich Johnny Depp und Amber Heard rein. Ganz stark. So, vorne, man sieht aus wie ein Engel. Dieser Mann, diese Frau war wirklich mit einem Mann zusammen oder mit einer Frau zusammen, der die extrem gut aussieht und wie ein Engel aussieht oder sich wirklich so liebevoll und alles das, ist aber faustdick in den Ohren. Also wirklich so, die Seele sieht so aus. Vorne rum sieht man so aus, aber die Seele sieht so aus. Und dann hier die Maske, die Maske. Ui, 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 ui. Also, Schatz, ich weiß halt nicht, wer ist. Ich kann nicht ausschließen, dass er oder sie das war, okay? Dann bekommt man jetzt sein, ihr Karma. Und du wirst ihm, ihr geschickt, damit man, damit man lernt. So dieses Nanananana. So nicht. Um zu lernen. Und lernen, um zu lernen, wie man, wie man sich, oh, guck mal, ich hab sogar drei große, hab ich gar nicht gemerkt. Baco. Warte mal, das muss ich jetzt gerade mal gucken. Ich zeig euch mal die Karte. Il piacere. Hier das Wohlgefallen. Guck mal hier. Hier war jemand sehr hedonistisch, so. So. Ich will das, ich will das. So Spaß und Fun. Ne? So heimliche Affären vielleicht. Warte mal, ganz kurz. Ich will mir mal hier meinen Spickzettel angucken. Aha. Oh. Oha. Baco. Ich hab's eben gerade gelesen. Das ist der italienische Weingott. Ai, ai, ai. Guck mal, hier sieht man ja Wein und so. Ah, hier könnte jemand auch Gluck, 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 Gluck Probleme gehabt haben. Das kann natürlich auch zu Problemen geführt haben. Das Gluck, 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 Gluck Problem. Dieser Mann, diese Frau könnte vielleicht mit jemandem zusammen gewesen sein, der oder die vielleicht leider zu tief ins Glas geguckt hat. Und das hat die Beziehung auch beendet. Oder immer, wenn man mal was hier so ein Intus hatte, dann hatte man, hatte man es, hatte, 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 hat man es mit der Treue nicht so ernst genommen. Du weißt doch, wie das ist, ne? Wenn man dann mal was hier, so ein bisschen was Intus hat. Und dann hat man zum Fremdgehen geneigt. Oder war man zum Fremdgehen geneigt. Und das, dabei, ich kann, das kann für den Mann wie für die Frau stehen, okay? Es kann Mann wie Frau sein. Also entweder, entweder ist diese Frau, dieser Mann, fremdgegangen, weil er sie viel zu oft zu tief ins Glas geguckt hat. Oder andersherum, diese Person ist fremdgegangen, wenn man zu tief ins Glas geguckt hat. Das kann sowohl als auch sein. Oh Gott, das ist ein Riesendrama. Also hier ist wirklich ein Riesendrama passiert. Riesige Dramen, muss ich wirklich sagen. Riesendrama. Guck hier, Diana. Das ist hier. Diana ist die, ähm, die Göttin der Jagd. La Protezione ist so der Schutz. Hier hat jemand lange, 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 lange Zeit etwas nicht sehen wollen und diese Partnerschaft immer verteidigt. Kann es sein, dass beide, beide einfach nicht sehen wollten, dass es nicht funktioniert, okay? Also mal kurz mal hier gucken. Was ich die, nochmal sagen. Also wie gesagt, Diana ist, ähm, die Göttin der Jagd. Und die Jagd ist so immer, weißt du, hier ist jemand immer auf die Pirsch gegangen. So immer gucken, was so, wo das Gras grüner ist. So hat so ein Jagdinstinkt. Ah, die Göttin der Jagd gehört in das Mond, der Geburt. Und Beschützerin der Frauen und Mädchen. Also, so, so dieses, ich sag ja, wer immer das hier war, wer immer das hier getan hat, ob er das war oder sie das war oder man hat das mit ihm, mit ihr getan. Das, das sehe ich jetzt nicht. Das kann es wohl als auch sein. Aber diese Person liebt es, auf die Jagd zu gehen. Und witzigerweise, der Ritter der Stäbe steht ja für Sternzeichen Schütze. Und Schütze hat Pfeil und Bogen. So, sage hier. Hier haben wir eine Frau oder einen Mann, der oder die gerne auf die Pirsch geht. So, hier, kluck, 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 Party, Party, High Life. Und wenn sich mal was ergibt, ne, dann hat man da mal auch fremdgeknutscht, fremdgeflirtet, fremdgegangen. Und dann vorne rum so einen auf, äh, brave, so braves Mädchen, braver Junge, braver Partner, braver Ehemann, braver Ehefrau. So dieses gemacht. Und dann haben wir Justice. Justice. Hier, Justitia, die Gerechtigkeit. Das ist Karma. Das meinte ich hier, Karma. Da hat Karma eingeschlagen, dann, das war dann hier. Irgendwann mal war Ende Gelände, im wahrsten Sinne des Wortes. Ende Gelände. Die Gerechtigkeit, la Justitia. Bei einigen ist es wirklich ein Rosenkrieg, muss ich wirklich sagen. Da ist ein Rosenkrieg gerade, ähm, zu Gange. Und dieser Mann, diese Frau wird dir dann noch erzählen, was, ähm, was er sie alles durchmachen musste. In dieser Ehe, in dieser Beziehung. Dieser Mann, diese Frau hat viel, viel durchgemacht, extrem viel durchgemacht, wirklich. So, dass man schon fast nicht mehr konnte. Aber man ist jetzt über den Berg, also das ist jetzt, das sind die letzten Züge sozusagen, weißt du. Kann sein, dass du das jetzt vielleicht noch so das Ende mitbekommst, oder es ist schon vorbei. Bei einigen ist es wirklich vorbei, das ist die Vergangenheit. Hier hat jemand, wo ich einfach noch gesagt habe, Amber. Hier hat jemand entweder das A im Namen, oder hier die Zahl 6 im Geburtstag. Hier haben wir den Ring. Hier haben wir die Sterne. Ja, hier hat jemand, ähm, das ist der Stern. Hier hat jemand Klarheit erlangt über diese Beziehung. Endlich, so, ja, endlich weiß man, was. Hier hat jemand sich was vorgemacht. Denn das kann auch ein Rausch, kann für ein Rausch sein, ne. Und dann, so, la position, ja, und dann die Justiz, ja, hier hat jemand die ganze Zeit ihn oder sie verteidigt. Vielleicht haben Freunde, Bekannte, Verwandte zu ihm oder zu ihr schon gesagt, siehst du das nicht? Du wirst hier angelogen und man hat ihn oder sie mit jemand anderem gesehen. Er oder sie ist nicht treu oder ist fremdgegangen. Und das wollte man eine ganze Weile nicht sehen. Dieser Mann, diese Frau wollte die ganze Zeit es nicht sehen. Illusion. Die Fische neigen dazu. Die Schattenseite von Fische ist so verträumt sein, eine Traumwelt leben. Vieles nicht sehen wollen. Illusion. Aber jetzt, hier, Stern mit dem Ring bedeutet Illumination. Guck hier. Hier wurde jemand illuminiert. Hier hat jemand irgendwann begriffen. Man wollte es nicht wahrhaben, dass diese Person grausam ist. Guck hier, eine Maske trägt. Grausam ist. So dieses, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er, sie fremd geht. Ich glaube nicht, dass diese Person böse ist. Und die sind wirklich ganz, ganz böse auseinandergegangen. Ganz übel. Bei einigen ist es wirklich, wenn es eine Ehe ist, ist es ein Rosenkrieg. Wirklich. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt in sein, ihr Leben. Ja, guck, Victory. Ich habe, also, wenn die Scheidung dann durch ist, habe ich hier, wird diese Person gewinnen. Entweder das Sorgerecht bekommen oder Recht, das Recht ist auf seiner, ihrer Seite. Oder es ist also, also karmisches Recht, okay. Höheres Gericht. Victory steht für einen Erfolg. Diese Person wird, ja, als Sieger am Ende dastehen. Wirklich. Am Ende steht man als Sieger da. Das kann auch dafür stehen, in dem Augenblick, wo ihr zwei zusammenfindet, wo ihr zwei zusammenkommt und ihr mega glücklich werdet, ihr habt eine, so, durch dich lernt dieser Mann, lernt diese Frau, was es bedeutet, einen loyalen Partner zu haben, der die treu ist, ehrlich und authentisch ist und keine Maske trägt und nicht so hier so auf die Pirsch, auf die Jagd geht und guckt immer, wo das Gras grüner ist. Sag ja, eure Partnerschaft könnte von Erfolg gekrönt sein. Wirklich von Erfolg gekrönt sein. Und Soulmates, denn das zwölfte Haus steht auch für Soulmates. Seelengefährten. Das wird auch eine, zwischen euch auch eine klare Beziehung, da gibt es keine Geheimnisse oder so, ist ganz klar. Stern und Ring ist eine traumhaft, schicksalhafte Liebe auch. Und das habe ich ja hier, da steht es ja auch, schicksalhafte Liebe. Stern und Ring, im Lennement steht schicksalhafte Liebe, schicksalhafte Liebe. Guck hier, Influence. Wenn ihr euch kennenlernt, kann es sein, dass diese Frau, dieser Mann, eine Zeit lang immer noch interveniert, ihn oder sie beeinflusst. Das ist aber nur eine Weile, bis die Maske fällt. Irgendwann, die kriegen sich böse in die Wolle und dann ist endlich finito. Ende Gelände. Aber anfänglich kann es schon sein, mein Schatz, ja. Ja, das ist so, das Leben ist halt nicht perfekt, ne. Und ich will dich nicht anlügen. Aber anfänglich wird diese Person es nicht ertragen, dass er oder sie, dass ihr glücklich werdet. Das kann zum Beispiel dann die, ähm, die Ex-Frau sein, wenn die dann geschieden sind, das ist die Ex-Frau, die dann sich ständig bei euch einmischt, ja. Oder der Ex-Mann, der sich ständig bei euch einmischt. Oder die Ex-Freundin, der Ex-Freund. Das ist aber nur am Anfang. Weil ich hab ja, hier ist, hier ist der. Die werden, irgendwann kommt der Moment, wo die sich richtig böse, richtig böse, böse in die Wolle bekommen. Und dann ist der Käse gegessen. Ja, guck, das hat doch mit Geld zu tun. Irgendwas ist mit Geld. Diese Frau, dieser Mann, könnte ihn oder sie auch hier um sein ihr Geld gebracht haben, weil ich hab hier das Geld kränkelt. Hm. Aber auch andersherum, er oder sie, diese Person könnte vielleicht Geldprobleme gehabt haben, ne. Und dieser Mann oder diese Frau hat dann versucht hier, ne, das, das kränkelnde Geld dieses Mannes, dieser Frau zu heilen, ne. Weil das steht hier, so siehst du ja. Für jemanden, der heilt, die heilt. So dieses, hier komm, ich geb dir Geld, damit dann deine kränkelnde Geldsituation geheilt werden kann. Also das sag ich. Hier hat jemand, hab ich vorhin noch gesagt, dieser Mann, diese Frau, könnte ihm hier mit allem wirklich zur Seite gestanden haben, geholfen haben. Hier mit Job, Möglichkeiten, Leute kennengelernt hier. Someone lends you a helping hand. Und das hat man ausgenutzt. Diese, eigentlich hat diese, also egal wer das ist, muss ihn oder sie aufs Schlimmste ausgenutzt haben. Bis hin aufs Geld. Und in der Ehe steht es natürlich hier für Gütertrennung, so, will alles für sich haben. Aber wird nicht. Ich hab nämlich, hier ist die Gerechtigkeit und da ist die, die Victory-Karte. Diese Person kommt damit nicht durch. Wenn es, wenn es hier einen Rechtsstreit gibt, kommt diese Person damit nicht durch. Guck mal, verletztes Kind, Child Wounded. Bei einigen sind hier sogar Kinder im Spiel. Hier wurden sogar die Kinder benutzt. Das ist bei großen Kriegen ja auch ganz oft, ne? Wo die Kinder auch benutzt wurden, um dem anderen zu schaden. Och, das ist ja ganz grausam. Also hier lernst du einen Mann kennen, eine Frau kennen, der oder die hat einiges hinter sich gebracht. Uiuiuiuiuiui. Wirklich. Ansonsten habe ich, diese Person könnte in der Justiz arbeiten, könnte aber auch in der Reiseindustrie arbeiten. Auch als Dozent, Coach, weil wir hier Schütze haben. Justiz, Reiseindustrie, Coaching, höhere Geisteswissenschaften, könnte mehrere Sprachen sprechen, könnte anderen kulturellen Hintergrund haben, ist vielleicht musikalisch, könnte auch im Bereich der Medizin arbeiten. Und das 12. Haus steht auch für den medizinischen Bereich, Pharmaindustrie, könnte in der Hotellerie arbeiten, könnte, ich habe ja gesagt, Justiz, mir vielleicht auch Gefängniswärter oder so. Oder halt in der Kanzlei arbeiten, Richter sein, Anwalt, Anwältin, weil ich jetzt diese Karte habe. Diese Person könnte aber auch, weil ich habe hier Child Wounded, so als Streetworker arbeiten. Streetworker oder ist Erzieher, Erzieherin für schwer erziehbare Kinder oder in einem Heim für Kinder. Vielleicht macht man noch irgendwas Karitatives für Kinder, mit Kindern. Bei denen kann es sogar sein, dass er oder sie in der Finanzbranche arbeitet oder auch Musik. 12. Haus steht auch für Musik. Entweder ist man musikalisch, hobbymäßig oder ist Berufsmusiker. Das kann ich auch schließen. Und Neptun ist auch Film. Diese Person könnte auch in der Filmindustrie arbeiten. So Schauspiel, Schütze kann auch für Schauspiel stehen. Auch für Schauspiel, Filme drehen, Filme produzieren, Theater, Kunst, Kultur. So weiter schauen. Don't worry, darling. You'll find your way. Guck mal, eben sprach ich noch von Rosenkrieg. The Red Rose, die Rote Rose. So ein bisschen die Schöne und das Biest, ne? Overcoming Obstacles, Finding Joy, Carefree. Oh mein Gott. Guck mal hier. Die Hürden überwinden und wieder Freude finden und wieder Leichtigkeit finden. So, mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Du wirst deinen Weg finden. Ich sag ja. Da ist man gerade dabei. Diese Person kommt gerade wieder zurück ins Leben. Muss man wirklich sagen. Nachdem man das Schlimmste vom Schlimmsten durchlebt hat. Kehrt diese Person hier gerade wieder ins Leben zurück. Und eure Begegnung war schicksalhaft oder wird schicksalhaft sein, wenn ihr euch noch nicht begegnet seid. Eine sehr hilfsbereite Person setzt sich hier für Schwache ein. Ist sie sehr erfolgreich oder wird wieder erfolgreich sein? Vielleicht hat man durch diese Person alles verloren. Haus, Haus, Hof, Heim, Geld, alles. Und bei allen Dingen von euch kann es sogar sein, dass diese Person bereits alles das hinter sich hat. Also nicht, keine Krise kriegen. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Weil ich sehe, dass man, diese Person ist schon wieder auf dem Weg, wieder Spaß zu haben, Fun zu haben. Hab ja gesagt, so dieses, vielleicht hat man sich ein Tattoo stechen lassen. Oder reist jetzt durch die Gegend und so kümmert sich um die Karriere. Und weil Schütze, neuntes Haus steht für Expansion, für Glück, Optimismus. Aber hier schön und das Biest, ne? Die haben wirklich so die schön und das Biest Geschichte gehabt. Nur das ist hier so, wer immer hier das Biest war. Die Schöne und das Biest war in diesem Fall eine und dieselbe Person hier. Guck, die Schöne und das Biest hier. Das ist eine Person, die außen schön wirkt, aber von innen ein Biest ist, weißt du? Guck, Sagittarius, was habe ich gesagt? I see, guck hier, Schütze. Diese Person hat signifikant Schütze in der Chart. Ein bisschen wie ein Stapel 1. Das ist ein bisschen wie ein Stapel 1, mein Schatz. I see, guck hier, jetzt, hier sieht jemand endlich klar. Und das wollte man die ganze Zeit nicht sehen. Diese Person wollte das die ganze Zeit nicht sehen. Aber man kommt jetzt wieder, man ist wieder voller Optimismus, wirklich. Du kommst. Weil ich habe hier so, auch hier so ein bisschen Timing. Das hatte ich in den Stapel 1 und in den Stapel 2 hatte ich Timing. Auch wenn es hier nicht rausgekommen ist, aber das kriege ich hier auch stark rein. Dass es etwas mit Timing zu tun hat. Dass ihr, wenn ihr euch begegnet, begegnet ihr euch zu einem exakt richtigen Zeitpunkt. Wenn ihr euch begegnet, ist das schicksalhaft. Eure Liebe, eure Partnerschaft ist schicksalhaft. Und es geht darum, dass diese Person lernt, oder du wirst diese Person wieder heilen. Hier, Wounded Child, du wirst das innere Kind dieses Mannes, dieser Frau, wieder heilen. Weil man sieht, es gibt noch Menschen, die sind ehrlich. Die haben keine Maske. Die sind authentisch. Die sind loyal und treu und aufrichtig. Wo Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Das gibt es doch gar nicht. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Eben gerade sage ich noch, obwohl es hier nicht rausgekommen ist. Und da ist es. Jetzt haben wir es in allen drei Stapeln. In allen drei Stapeln habe ich Timing. Das Wartenswert. Es kann sein, dass du eventuell ein bisschen auf diesen Mann, auf diese Frau wirst warten müssen. Weil man noch heilen muss. Okay. Hier muss jemand sich wieder erholen. Und zwar von allem. Seelisch erholen. Mental erholen. Körperlich erholen. Finanziell erholen. Jobmäßig erholen. Alles. Hier hat jemand das Gefühl, man muss wieder, man muss leben und wieder, wieder zurück zur Freude finden. Und das wird man auch. Weil ich habe hier Victory. Guck. Und dann hier Justice. Und das neunte Haus Schütze ist übrigens wirklich Justiz. Diese Person könnte in der Justiz arbeiten. Das Wartenswert. Göttliches Timing. Oh mein Schatz. Guck mal. Release. Hier lässt man etwas los. Rekontré. Schatz. Hier kann es sein, dass ihr euch begegnet. Und dann werden sich die Wege erstmal wieder trennen. Und der Grund ist, weil ich habe dir gesagt, der Ritter der Stäbe ist erstmal ein Ritter, der sich austobt. Der Ritter der Stäbe ist jemand, der sich austobt. Egal ob Mann oder Frau. So. Kann man nicht an die Leine nehmen. Schütze lieben Freiheit. Schütze. Ich habe hier ganz viel Schütze. Freiheit, 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 Freiheit. Kannst du nicht binden. Kannst du nicht binden. Geht auf die Pirsch. Lebt das Leben. Hier in Saus und Braus und Rausch. Will wieder leben. Aber dann werdet ihr wieder ein Treffen haben. Diese Person muss erstmal alles das loslassen. Release. Alles das. Man muss wieder Leidenschaft. Guck mal, dieser Baum ist rot. Man muss wieder Leidenschaft fürs Leben. Hier müssen wieder die Rosen blühen, weil es ein Rosenkrieg. Hier müssen wieder neue Rosen blühen. Und das ist ja nicht witzig. Guck mal. Hier haben wir eine Rose. Da haben wir Rosen. Das sind ja völlig unterschiedliche Kartentext. Guck hier. Die Rose, die Rose. Rose stehen für Liebe. Die Liebe ist kaputt gegangen. Und hier guckt man sich die Liebe nochmal genauer an. Das nächste Mal schaue ich mir die Liebe ganz genauer an. Aber ich habe hier Victory. Mit dir wird man, mit dir wird man einen Jackpot haben. Du bist, du bist, du bist sein, ihr Rikschal, wirklich. Also, das habe ich hier das Wartens wert. Ich weiß nicht, wie lange dieser Mann diese Frau braucht. Aber ihr werdet euch begegnen. Und dann wird man erst mal, wird dieser Mann, diese Frau erst mal heilen müssen. Und sein in ihrem Weg gehen. Spaß haben, Fun haben, Tattoo stechen, keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Haare färben. Das machen Frauen ja ganz oft. So, sich Frisur ändern. Leben, mit Freunden ausgehen. Party. Daten. So ein bisschen die Wutz rauslassen, weil man so, so ein bisschen aus Stinksauer sein und ihm, ihr so, na da warte, dir zeige ich, dir zeige ich, was du an mir verloren hast. Oder dir zeige ich, dass ich hier mit allen möglichen, hier schnicki, schnacki, da schnicki, schnacki, Party, also, um sich vielleicht in irgendeiner Form zu rächen, I don't know. Aber, das Ende, das absolute Ende ist in Sicht. Und dann wird man es loslassen. Und witzigerweise, das 12. Haus Fische steht für Release, für Surrender, für Ende. Wenn etwas im 12. Haus angelangt ist, ist es für immer vorbei. Vorbei, 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 vorbei. Ende Gelände. Ist finito. Forever. Wirklich forever. Und Intuition. Hier habe ich wieder die Mondsichel. Und hier habe ich auch die Mondsichel hier an der Stirn. Man hat nicht auf die Intuition gehört vorher. Seine, ihre Intuition. Weil ich habe hier, hier sind die Sterne. Hier sind auch die Sterne. Sterne stehen für Klarheit. Aber man hat nicht darauf gehört. Und irgendwann kam die Klarheit. Irgendwann ist es ihm, ihr wie Schuppen von Augen gefallen. Es kann aber auch in Verbindung mit dir stehen. Dass jemand sich lange Zeit lässt. Hier. Hier muss die Liebe wirklich sich... Guck mal hier. Diese Rose muss aus dem Asphalt sich rausboxen. Also eure Liebe muss sich wirklich aus dem Asphalt. Weil diese Person hat gemauert. Gemauert. Wegen dem, was hier passiert ist. Also alles, was ich sage, das kann noch alles noch kommen. Das ist die Zukunft. Aber es ist des Wartens wert. Okay? Warte bitte auf diesen Mann, auf diese Frau, mein Schatz. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Das ist total crazy. Eben sage ich noch. Ja, die Karte, das war hier noch nicht rausgekommen. Oder nicht rausgekommen. Und da ist es. Bombsfallera. Aber das war klar. Das habe ich ganz oft dann. Das in allen drei Stapeln. Eine ähnliche Karte rauskommen, mein Schatz. Also Beruf habe ich ja gesagt. Ich habe hier... Das ist weil es kann... Hier. Justizjahr. Siebtes Haus. Sag ja. In Verbindung mit dem neunten Haus. Entweder ist das hier zwölftes Haus. Ihr werdet euch dann wieder begegnen. Eure Wege werden sich kreuzen. Diese Person wird noch nicht bereit sein. Man muss erstmal noch hier den Schmerz, alles das loslassen. Und dann wird es wieder eine Begegnung geben. Und die ist dann endgültig. Er, sie wird erstmal eine Weile brauchen, um dich klar zu sehen. Nicht, weil man dich nicht will oder so, sondern weil man noch zu stark mit dem hier... Hier. Das innere Kind... Das Ego und das innere Kind wurden stark verletzt. Man muss erstmal heilen. Und so lange ist man noch nicht bereit. Dieser Mann, diese Frau ist noch nicht bereit. Aber es lohnt sich zu warten, mein Schatz. Wer immer das ist, hat die Qualitäten dieses Mannes, dieser Frau nicht erkannt. Hat es geliebt, so im Mittelpunkt zu stehen. Hat es geliebt, hier so da mal was laufen, da mal was. Guck mal hier, lauter, lauter Leute, lauter Hände. Das ist nicht sehr treu. So mit Treue hat man es nicht. Und Haarfarbe habe ich alles, mein Schatz. Ich habe hier... Dunkelbraun. Hellbraun habe ich natürlich ganz, ganz viel. Weil ich habe hier hellbraun, hier hellbraun. Hier hellbraun, hier hellbraun. Hellbraun bis blond. Hier so rotbraun. Hier auch wieder so braun, hellbraun bis rotbraun. Dann habe ich Augen, kommt ganz, ganz stark blau durch. Weil ich hier blaue Augen habe. Hier habe ich blaue Augen, hier habe ich blaue Augen. Aber es können auch andere Augenfarbe sein. Hier habe ich auch hellblau. Und anfänglich, das habe ich auch, ne? Also merke es dir, merke dir, dass... Ihr werdet euch begegnen. Und diese Person wird ihn, sie immer wieder beeinflussen, weshalb ihr nicht so richtig zusammenkommt. Ich habe hier wirklich Amber Heard. Wirklich. Also, und dabei ist es egal, ob Mann oder Frau. Auch wenn es eine Frau ist, dann ist es eine Frau, die es mit einem Mann zu tun hatte, oder hat, der so ist, also charakteristisch, so wie die Amber Heard. Und wer ist denn diese Amber Heard? Das ist die, mit der Johnny Depp was hatte. Johnny Depp war ja dann mit ihr verheiratet, ne? Der hat ja die... Die war so gold. Ich verstehe sowieso nicht, warum er die Vanessa Paradis, warum er die je verlassen hat. Er hätte die niemals verlassen dürfen. Und dann hat er diese Amber Heard geheiratet. Und die ist der Teufel in Person, wirklich. Die Ausgeburt des Bösen. Oh mein Gott. Ihr müsst euch die Gerichtsverhandlungen ansehen. Wirklich. Guckt euch die Gerichtsverhandlungen an. Das ist wirklich da. Irgendwann werden die bestimmten Filmen dröhnen. Bin ich mir sicher, dass da ein Film draus wird. Ist noch ein bisschen frisch. Aber wenn genug Zeit vergangen ist und so jemand ist das, das heißt, der Mann oder die Frau, die du kennenlernst, die du kennenlernst, hat es mit so einer Persönlichkeit zu tun gehabt, wie diese Amber Heard. Lügt, betrügt, hintergeht, nutzt aus, geht über Leichen, lügt dir ins Gesicht, ohne mit der Wimper zu zuckern, auf seinen, ihren Vorteil bedacht. Ganz schlimm. Ist das grausam. Und diese Person hier war very dreamy, sehr verträumt und hat alles das eine ganze Zeit lang immer in den Schutz genommen. in meinen Schutz genommen. Aber jetzt hier, ich habe ja hier, I see, guck, jetzt sehe ich, hier kriege ich jetzt die Songbotschaft rein. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Hier, obstacles. All of the dark clouds have been gone. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. Jetzt bin ich ein bisschen aus der Melodie raus. Ich habe den Song schon lange nicht mehr gehört. Aber hier, da. Weil in dem Song geht es nämlich darum, und das Witzige ist, Achtung, der Sänger hat diesen Song im Gefängnis geschrieben. Der hat was angestellt, ja, der hat was angestellt und hat dann, und hat dann reflektiert, ne, so dieses, ihr habt verstanden, und guckt mal, was wir hier haben. Jail, legal issues, karma. Das kann auch sein, dass, ähm, diese, dieser Mann oder, dieser Mann, diese Frau, hat, ist diesem Menschen hier begegnet, weil es sein, ihr Karma war. Vielleicht hat man im vorherigen Leben was angestellt, oder vielleicht hat man davor jemand anderen schwer verletzt, ganz schwer verletzt. Und das, das ist dann das Karma. Aber man wird, guck hier, don't worry, darling, mach dir keine Sorgen mehr, mein Schatz, du wirst deinen Weg finden. Und die Liebe wird sich seinen Weg bahnen zwischen euch beiden. Guck hier, Stina, das ist eure Liebe, aber die muss sich hier richtig rausboxen, die Liebe. Und irgendwann sieht man dich. Overcoming obstacles, finding joy, wieder Freude finden, wieder Leichtigkeit empfinden, carefree. Wirklich, ich weiß nicht mehr, von wem das ist jetzt, aber, ähm, wenn du eingibst, I can see clearly now, ich kann jetzt klar sehen. Ja. Und dann haben wir hier ein Wunder, hier passiert ein Liebeswunder, hier passiert etwas, was niemand mehr gedacht hätte. So sag ich ja, re-contré. Ähm, weil es kann sein, dass diese Person, ihr begegnet euch, und vielleicht verknallt ihr euch auch ein bisschen, flirtet, aber dann ist plötzlich finito. Und diese Person muss erstmal hier mit all diesen Dingen nochmal beschäftigt sein. Zudem kommt noch, dass hier, diese Ex oder der Ex, oder noch Mann, noch Frau, sich immer wieder, oder sie immer wieder konditioniert. Okay. Aber irgendwann, es kommt der Moment, wo man das dann sehen wird, wo man dich sehen wird. Hier. Plötzlich wird man dich sehen. Und da gibt es eine Passage aus dem kleinen Prinzen, wo er dann dem Flugpiloten sagt, ähm, ich bin so traurig, denn ich habe, die Rose, die hat, die hatte, weil die Rose, die hat so ein paar Attitüde. Vielleicht hast du, bist du ein bisschen, hast du, vielleicht hast du so Attitüde, 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 also, ne, und die, weil man so ein verletztes Kind ist, ähm, kann man damit nicht umgehen. Okay. Aber, sag ja, bitte, schau dir doch mal, ich glaube, es ist Kapitel 7, müsste Kapitel 7 sein, und der kleine Prinz, wo er dann sagt, ich habe nicht verstanden, dass, dass, ähm, ihre Art, weil, weil die Rose, meinen kleinen Prinzen, die Rose sagt, ich, ich brauche eine Glocke, weil hier zieht es. Also, diese Rose will ständig was haben von ihm. Die Rose braucht ständig irgendwas, wenn man haben. Und der kleine Prinz versteht erst später, dass die Rose eigentlich nur, äh, seine Aufmerksamkeit wollte. Also, der kleine Prinz sagt, ich bin traurig, weil ich jetzt erst begreife, dass sie das alles nur gemacht hat, die Rose, ne, weil sie Aufmerksamkeit wollte. Und, ja, und der kleine Prinz hat das nicht gesehen, hat das eher, hat so gedacht, oh Mann, ganz schön verwöhnt, die Rose. aber jetzt plötzlich sieht man die Rose, im Nachhinein. Und das kann dir passieren, es kann passieren, dass dich jemand, dass dieser Mann, diese Frau, dich eine Weile nicht wirklich wahrnimmt, nicht sieht. Wiederhole noch einmal, das Wartenswert, göttliches Timing, bestimmt dein Liebesleben. Man muss alles das loslassen, Release, hier. Man muss erst mal einiges loslassen, Schatz, okay. Und dann wird man auch noch immer wieder konditioniert, immer wieder konditioniert. Und deine Songbotschaft lautet, aber es ist die Songbotschaft dieses, von diesem Mann, von dieser Frau. Und das Gefängnis ist, bitte verstehe es metaphorisch, ne, es ist nicht so, dass jemand wirklich hier im Gefängnis war. Metaphorisch, diese Person war, steckte im Gefängnis fest, also im mentalen, emotionalen Gefängnis, steckte in dieser Ehe, in dieser Partnerschaft fest, steckte in dieser Situation fest, steckte in sich selbst, war man gefangen, okay. Aber, dann dieser Song. Ich weiß jetzt, leider, 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 nicht mehr, wie der Sänger heißt. Aber das ist dieses, I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way, all of the dark clouds have been gone, it's gonna be a bright, bright, sehr tief, ne, es ist ein bisschen zu tief für mich, es ist ja von einem Mann gesungen, bright, shiny day, look there around, there's nothing but blue sky, also da singt er dann auch, guck, schau dich, ich schau mich um, und ich sehe nur noch blauen Himmel, look straight ahead, guck gerade aus, there's nothing but blue sky, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song, sehr schöner Song, wo er sagt, ich sehe jetzt, jetzt sehe ich nur noch alles, blauen, blauen Himmel, jetzt sehe ich alles, ist alles klar. Also, mein Engel, eine Zeit lang, ganz kurz, hier klemmt das Ding, eine Zeit lang, wird, ihr werdet euch begegnen, es macht, palem, palem, es knistert zwischen euch, aber dann wird sich dieser Mann, diese Frau, für eine Weile zurückziehen, und ist mit all diesen Dingen beschäftigt, okay, so, so, wilde Gefühle von Rache, wieder zurück wollen, und hin und her, ja, nein, und, und ach, aber es kommt dann der Moment, wo es dann fertig ist, und dann wird dieser Mann, diese Frau dich wieder sehen, und, also mit sehen meine ich dich auch, wirklich sehen, und das kann man die ganze Zeit nicht, weil man wie blind ist, und vor allen Dingen blind vor, vor Schmerz, vor Wut, vor Rache, aber, das ist schicksalhaft mit euch beiden, das ist schicksalhaft, und man wird die Erkenntnis kommen, weil das, ich habe hier, Illumination, hier wird jemand, plötzlich sieht man dich, ganz klar, I see, guck hier, I see, hier guckt jemand plötzlich, ganz klar, und direkt da rein, und hier, eine ganz, ganz, das wird eine ganz klare, ohne Geheimnisse, eine ganz, ganz klare Beziehung zwischen euch beiden, mein Schatz, so schön, wirklich, ist ganz, ganz toll, okay, also gib bitte nicht auf, gib bitte, das wäre jetzt schade, wenn du, wenn du da aufgibst, deshalb sollst du dir das jetzt anschauen, gib diesem Mann, diese Frau, dann auch die Zeit, okay, wann immer das ist, das ist hier göttliches Timing, kann ich nur so göttliches Timing, bestimmt dein Liebesleben, mein Schatz, okay, wunderbar, mein Engel, also, wenn du merkst, hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, guck dir halt auch Stapel 1 und Stapel 2 nochmal an, okay, vielleicht bist du ja da, das wirst du ja auch später sehen, wo du dann tatsächlich in der Reisegruppe warst, okay, also, ich hoffe, das hat euch gefallen, ich hoffe, das wird euch noch in Zukunft helfen, und dass du die Liebe bekommst, die du dir wünschst, mein Schatz, ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten, und wir sehen uns wieder in den nächsten Orakeln, spätestens dann im nächsten Single Orakel, vielen Dank für alles, I love you, das Universum liebt dich, und Gott liebt dich über alles, ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und brauche dich, mein Schatz, okay, alles Liebe, mein Engel, bis zum nächsten Mal, danke für alles, deine Sensitiva. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.